Also es ist Viertel nach zwei, wir haben viel vor, deshalb beginnen wir ganz pünktlich. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser kleinen Tagung oder einem Workshop, wie auch immer, mit der sokratischen Frage, was ist eine Revolution? Und ich begrüße vor allen Dingen unsere Referentinnen und Referenten zu dem heutigen Tag. Wir sind hier am Kollegium Helvetikum, das ist das einzige Institut für Advanced Studies hier in der Schweiz. Wir machen hier Versuchen und scheitern immer wieder, transdisziplinäre Forschung zu machen. Und es gibt ein kleines Satelliteninstitut, Ludwig-Fleck-Zentrum für Wissenschaftstheorie. In diesem Rahmen ist diese Veranstaltung konzipiert, wo verschiedene Themen der Wissenschaftsforschung, der Wissenschaftstheorie behandelt werden und wir werden auch sehen, dass das Revolutionsthema dazugehört. Wir haben ein straffes Programm und ich werde also rigoros durch dieses Programm heute führen. Wir müssen nicht im Zeitplan bleiben und möchte beginnen, einige Punkte, die nicht schließen, sondern eröffnend sein sollen und nichts beantworten, sondern vielleicht Fragen etwas konkreter stellen zum Thema, vortragen. Und das wird in einem Dreischritt passieren, nämlich, ich werde etwas zur Diagnostik sagen, zum auffälligen neuen Interesse an der Revolution und dann ganz kurz etwas zum Begriff der Revolution. Wie gesagt, das sind Schlagdichter, ich muss mich konzentrieren und viele Sachen werden dann die Referentinnen und Referenten noch viel genauer, provokanter und zielstrebiger vortragen. Ich beginne mit einem Zitat, was aus dem Ende des Buches Philosophie der Revolution stammt und der Autor sitzt genau neben mir. Dort heißt es, die Gegenwart ist revolutionslos, was in ihr als Aufruhr, Unruhe, Gärung erscheint, bezeugt keine Transzendenz des Bestehenden, sondern dessen immanente Entzweihung. Und dann der letzte Satz des Buches, am Ende könnte die Vergangenheit der Revolution zum Moment ihres Entstehens werden. Unruhe ja, Transzendenz nein, das ist ein theologieaffines Konstrukt. Das Argument lautet also, wir bräuchten Formen der Überschreitung, des Transzendierens, das zunächst einmal ganz untheologisch, wenn ich das richtig sehe, gemeint ist. Und weil wir diese Arten von Transzendenzen, mittlere, große, kleine, nicht mehr haben, gibt es eben auch keine Revolution. Aber am Ende wird uns Hoffnung gemacht, denn ganz in hessischer Manier steckt also im Ende auch immer der Anfang, sodass also am Ende dieses revolutionären Zeitalters oder der Vergangenheit der Revolution, wie es heißt, vielleicht sogar die Potenzen eines Anfangs stecken. Und die Frage ist natürlich, ob es so etwas gibt, wie bestimmte Anzeichen im politischen, sozialen, auch technischen, digitalen, die Anzeichen für irgendwas Revolutionäres sind oder müssten wir es nicht vielleicht auch anders nennen. Aber stimmt denn das, dass die Gegenwart revolutionslos ist? Wir sprechen immerhin von der orangenen Revolution in der Ukraine und das, was am letzten Sonntag passiert ist, ist ohne diese Geschehnisse nicht zu verstehen. Wir sprechen vom arabischen Frühling, auch da könnte man sagen, dass sozusagen im Middle East revolutionäres Potenzial sich verwirklicht habe. Wir sprechen, das ist für das Kollegium Hervetikum und seine Themen, die wir hier traktieren, äußerst wichtig von der digitalen Revolution, die alle unsere lebensweltlichen Probleme entweder löst oder verschlimmert. Wir reden von technischen Revolutionen und so weiter und so fort. Oder etwas traditioneller, wir reden natürlich von der französischen Revolution als der Aufstand der Massen, ein historisches Ereignis, dass das Nachdenken und überhaupt den Begriff von dem, was wir unter Revolution verstehen, wie kein anderes Ereignis geprägt hat, Aufstand der Massen. Wir reden aber auch von einer amerikanischen Revolution oder wir wünschen uns eine für dieses Land jetzt gerade. Eine Verfassungsrevolution war das damals, also ein ganz anderes Ereignis. Wir reden von der Oktoberrevolution 1917, das war eine auch proletarische Revolution, also eine bestimmte Klasse, die sozusagen als Träger dieser Revolution sich hervorgetan hat. Aber es ist auch von der friedlichen Revolution von 1989 die Rede, wir sind das Volk, heute in ganz anderen Mündern zu hören. Der Historiker Reinhard Koselek meinte, Zitat, seit der Aufklärung haben das Wort und der Begriff Revolution Konjunktur wechselnd, aber anhaltend. Und was Koselek, wie auch viele andere Historiker, immer wieder auch in Erinnerung rufen, ist, dass es Revolution erst seit dem 18. Jahrhundert gegeben hat. Das Mittelalter kennt keine Revolution, die Antike kennt keine Revolution. Also die These wäre, Revolutionen sind ein modernes, vielleicht sogar spätmodernes, Phänomen. Man kann darüber nachdenken, warum das so ist. Aus meiner Sicht hat das was mit Säkularisierung zu tun, aber das können wir dann noch besprechen. Der zweite Punkt ist, dass es ein neues Interesse am Revolutionsthema gibt und das war auch einer der Anlässe, diese Veranstaltung zu machen. Die Gründe dafür, warum es das gibt, sind vielfältig. Es gibt natürlich eine gewisse Unzufriedenheit mit den grundlegenden Systemen der Westen, die Vertrauenskrise der Demokratie, die Erosion des Sozialstaates, wie auch immer. Es gibt aber konkrete Anlässe, die auch die Anlässe waren für die neue Revolutionsliteratur von vielen Büchern, die in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren erschienen sind. Und einige der Protagonisten dieser Debatte sind gerade unter uns. Und hier sind vor allen Dingen zwei Geburtstage zu nennen. Erstens die Oktoberrevolution von 1917, also 100 Jahre Oktoberrevolution vor zwei Jahren. Und ein zweiter Geburtstag, nämlich 500 Jahre Reformation 2017. Das hat sich gegenseitig vielleicht nicht befruchtet, sondern eher gegenseitig ignoriert, aber es hat etwas gemacht mit dem Diskurs und dem Nachdenken über die Reformation. Luther und Lenin also als Revolutionäre, die gegen Konterrevolutionen angehen müssen. Wie gesagt, seitdem gibt es ein ausgeprägtes Interesse an Revolution. Viele Bücher sind dazu erschienen, auch Qualifikationsarbeiten, also viele Leute schreiben ihre Doktorarbeiten dazu. Die Revolution ist noch einmal zu einem diagnostischen Mittel möglicherweise geworden, der Gegenwart. Vielleicht gibt es auch eine Sehnsucht nach Revolution, endlich mal wieder politisch ein Draufmachen, nach der Zeit eines politischen Pragmatismus, in dem sozusagen die Probleme nicht zugespitzt werden, sondern wegdelegiert werden. Oder auch vielleicht die Frage, ob die Revolution ein philosophisch ergiebiges Thema ist. Nicht nur eines, das politisch aktiv werden soll, sondern eines, das uns auch zum Nachdenken anregen soll. Und das ist durchaus eine offene Frage, ob die Revolution tatsächlich ein philosophisch ergiebiges Thema ist. Zunächst einmal war jetzt bisher nur von Revolutionen die Rede, die in den Bereich der Politik, des Sozialen, des Gesellschaftlichen gehören. Aber wir haben natürlich auch in ganz anderen Bereichen Revolutionen oder eben auch den Revolutionsbegriff in dem theoretischen Nachdenken darüber. Viele von Ihnen werden den Klassiker von Thomas Kuhn kennen zur Struktur von wissenschaftlichen Revolutionen. Es gibt natürlich die Idee von technischen Umwälzungen, die so drastisch sind, dass sie das Prädikat des Revolutionären verdienen. Die Digitalisierung der Gesellschaft hatte ich schon genannt. Es gibt aber natürlich viel unschuldigere Verwendungen des Begriffs der Revolution oder des Revolutionären. Gestern war wieder zu lesen, wie Christian Kracht, kein Unbekannter in diesem Land, mit seinem Roman Faserland, sehr zu empfehlen übrigens, die deutsche Literatur revolutionierte. Also auch in diesem Low-Level-Sinn, und das meine ich gar nicht abschätzig, wird natürlich von Revolution geredet. Wichtig ist, damit die Begriffe nicht durcheinander geraten, den Begriff der Revolution mehr oder weniger klar abzugrenzen von benachbarten Begriffen, die sich teils überlappen, teils aber ganz andere Dinge im Blick haben. Und Sie kennen diese Begriffe natürlich alle, Reform, Rebellion, Streik, Widerstand, oder was in der Sozialphilosophie eine große Rolle spielt und auch spielte, Civil Disobedience, ziviler Ungehorsam. Dabei deckt die Revolution ganz verschiedene Aufgaben ab. Zum Teil ist sie einfach beschreibend gemeint. Bestimmte Ereignisse und Geschehnisse werden als Revolution bezeichnet. Sie hat aber auch diagnostischen Sinn. Also die Gegenwart wird durch die Brille der Revolution gelesen und dann wollen wir die Gegenwart besser verstehen. Es gibt aber auch, und das geht auf eine Schrift von Johann Benjamin Erhard zurück, wenn ich das richtig sehe, einen Philosophen, der um 1800 gelebt hat, eine kleine Schrift über das Recht des Volkes zu einer Revolution, also das Recht zur Revolution. Hier kommt nochmal ein ganz anderes Sprachspiel zur Geltung und dann folgt daraus natürlich auch die Frage, ob es manchmal auch eine Pflicht zur Revolution gibt. Jetzt komme ich zum dritten und letzten Punkt, das will ich kurz machen. Das sind wiederum vier Punkte. Es gibt zunächst einmal ein naheliegendes methodisches Problem. Wir haben eine Vielfalt von Revolutionen, die ich gerade versucht habe, in Erinnerung zu rufen. Revolution ist nicht nur ein politischer oder sozialer Begriff, sondern kommt in ganz anderen Feldern offenbar vor. Was die Geschichte des Revolutionsbegriffs anbelangt, kommt er gar nicht aus dem sozialen oder gesellschaftlichen, sondern aus der frühmodernen Astronomie und meinte, was vollkommen anderes als Revolution im heutigen Sinne. Es gibt also einen Import des Revolutionsbegriffs in das politische und eine Entpolitisierung des Revolutionsbegriffs dann später. Also sozusagen ein Wechselspiel der Exporte. Und wir haben einerseits, das ist das zweite Problem, den allgemeinen Sprachgebrauch, dass wir das Vokabular der Revolution verwenden und andererseits konzeptuelle Stipulation, also Festsetzung, wie wir diesen Begriff verwenden wollen. Wir werden ein paar Beispiele heute Nachmittag noch finden, wo beides in Spannung gerät. Wo wir von bestimmten Ereignissen, von Revolutionen reden, aber die philosophische Theorie dahinter es nicht zulässt, das als Revolution zu bezeichnen. Ein Beispiel möchte ich nennen, wenn ich das richtig sehe, ist Gunnar Hinrichs dagegen, die friedliche Revolution von 1989 als Revolution zu bezeichnen. Und hier haben wir genau diesen Clash, den ich meinte. Das meine ich zunächst einmal nur beschreibend. Hier sind also der allgemeine Sprachgebrauch, nicht deckungsgleich mit einem Konzept von Revolution, aber dazu kommen wir vielleicht auch noch. Das zweite ist, aus meiner Sicht gibt es zwei, ich glaube auch wirklich nur zwei, aufeinander nicht reduzierbare Ansätze der Begriffsklärung. Die eine geht naheliegend vor und fragt sich, welche Eigenschaften und Kennzeichen eine Revolution eigentlich haben sollte. Und ich glaube, dass ich die auch hier, ne, die habe ich nicht aufgezeichnet, ich werde sie aber nennen und sie sind eigentlich alle in gewisser Weise selbst evident. Erstens Neuheit, zweitens soll es um Freiheit gehen, drittens haben Revolutionen mit dem Problem der Gewalt zu tun. Es gibt ein revolutionäres Subjekt, individuell kaum, meistens kollektiv. Sie haben eine räumliche und zeitliche Erstreckung und sie haben einen bestimmten Wirkungsrahmen und Grad, der nicht nur im politischen Verbleib, sondern eben auch andere Bereiche berührt. Das trifft sich mit der mehr oder weniger phänologischen Definition, die von Hannah Arendt stammt, die nun diese Punkte zusammenfasst. Ich zitiere auch hier, Sie sehen das, nur wo durch Wechsel ein Neuanfang sichtbar wird, nur wo Gewalt gebraucht wird, um eine neue Staatsform zu konstituieren, einen neuen politischen Körper zu gründen. Nur wo der Befreiungskampf gegen den Unterdrücker die Begründung der Freiheit wenigstens mit intendiert, können wir von einer Revolution im eigentlichen Sinne sprechen. Diese Definition ist mehr als fragwürdig, aber auch darüber können wir reden, so wichtig und richtig sie in anderen Teilen vielleicht auch ist. Die zweite Definition ist regeltechnisch und geht vollkommen anders vor und auch hier ist Gunnar Hinrichs der Gewehrsmann. Denn hier geht es darum, dass es zwei Sets an Regeln gibt, die in einer bestimmten Weise zueinander stehen. Hier wird der Bruch, die Diskontinuität, also nicht das evolutive Prozesshafte, sondern das Ereignis hervorgehoben. Im Mittelpunkt steht das revolutionäre Subjekt, das diesen Bruch hervorruft, vom Regel-Set 1 zum Regel-Set 2 und diese Sets sind miteinander unvereinbar. Es gibt keine Meta- oder Überregeln, die diesen Übergang in irgendeiner Weise regeln würden und damit kommt das Problem der Illegalität des revolutionären Handelns in den Blick, denn nach den Regeln 2 ist das, was in Regeln 1 passiert, illegal und möglicherweise auch umgekehrt. Oder auch hier die Definition, die aus demselben Buch stammt, das revolutionäre Handeln folgt den Regeln, die es im Diskontinuum des Handelns selber setzt. Regelsetzen und Regelfolgen schließen sich in seinem Fall zusammen. Das heißt, revolutionäres Handeln und dazu ja gleich in zwei Minuten mehr besitzt seine Bestimmtheit darin, seine Regeln zugleich zu setzen, als auch zu befolgen. Hier hinter steht eine weitreichende Diskussion in der Philosophie, vor allen Dingen im Folge von Wittgenstein, was eigentlich Regelsetzen und Regelanwendungen bedeuten sollen und wie die zueinander stehen. Auch darüber können wir ins Gespräch kommen. Aber offenbar, und darum kommt es mir jetzt hier an, ist das eine vollkommen andere Art, über Revolutionen nachzudenken, als das, was wir bei Hannah Arendt und ich würde sagen in der Mehrheitsmeinung haben, nämlich eher phänologisch über bestimmte Kennzeichen der Revolutionen nachzudenken, als über Regeln oder regeltechnisch das zu tun. Der dritte und vorletzte Punkt, daran möchte ich gar nicht viel sozusagen knüpfen, ist die Alternative zwischen der Revolution als einem Geschehen und als einem narrativen Konstrukt. Das führt zu der Frage, gibt es überhaupt Revolutionen oder gibt es sie als ein eigenes oder als ein evolutiver Prozess? Sind sie ontologisch, also gibt es sie in einem gewissen Sinne oder sind sie geschichtlich gemacht beziehungsweise werden sie rekursiv hergestellt? Die Alternative, auf die es hier nur ankommt, ist, weiß man zum Zeitpunkt der Revolution, dass man eine Revolution macht. Und das kann man so einfach und allgemein nicht beantworten. Viele Revolutionärinnen und Revolutionäre haben sich als Revolutionärinnen und Revolutionäre begriffen. In anderen Beispielen müsste man das verneinen und sagen, erst später hat man gemerkt, dass das etwas Revolutionäres war und das meine ich mit rekursiv. Zum Zeitpunkt der französischen Revolution haben sich viele Leute, der Sanskulotten, als Revolutionäre betrachtet. Also nicht rekursiv, sondern in gewisser Weise geschichtlich. Aber in vielen anderen Ereignissen wusste man zum Zeitpunkt, als diese Umbrüche waren und mit dem Problem der Revolution heckt ja auch das Problem der Unvorhersehbarkeit zusammen. Man weiß nicht, wohin das alles führt. Mit der Gefahr der Gewalt wusste man nicht, ob das jetzt eine Revolution ist oder nicht. Erst im Nachhinein ist es dann eine in gewisser Weise geworden. Vierter und letzter Punkt, das fatale Revolution. Auch das muss zur Sprache kommen und dazu werden wir sicher auch noch einiges hören. Es ist so, dass die Revolution eben mit dem Problem der Gewalt zu tun hat. Und das kommt in beiden Formen über Revolution nachzudenken vor, sowohl in der Regel technischen als auch etwas prominenter bei den Ansätzen, Revolution zu definieren, wie bei Hannah Arendt. Sie haben das gesehen. Die Gewalt, was auch immer Gewalt dann heißt, das ist ja auch kein unschuldiger Begriff, gehört zur Definition der Revolution hinzu. Oder umgekehrt formuliert, wo keine Gewalt ist, gibt es keine Revolution. Deshalb müsste man sagen, dass die friedliche Revolution von 1989, wenn man das so sieht, eine Contraditio in Adjecto ist. Sowas kann es also nicht geben. Gut, das ist ein gutes Signal, um jetzt zum Ende zu kommen. Denn ich hatte meine Einleitung unter ein Imperativ gestellt. Wer den Dorotheen-Städtischen Friedhof in Berlin kennt, lassen Sie sich das nicht entgehen. Hat verschiedene, sehr, sehr prominente Leute. Unter anderem liegen da sehr vertraut und vereint Fichte und Hegel nebeneinander. Aber eben auch Herbert Marcuse, der aus Berlin ja kommt. Und dann später über verschiedene Stationen dann nach Berlin, sozusagen zu seiner letzten Ruhestätte gefunden hat. Er war einer der Stichwortgeber der studentischen Revolution der 60er-Jahre. Und es ist sicher nicht sozusagen ohne Ironie dieser Imperativ, dass er sozusagen rekursiv sagt, wir sollen weitermachen. Das tun wir jetzt, indem wir anfangen. Ich begrüße Sie ganz herzlich und vor allen Dingen Gona Hinrichs, zu dem ich jetzt überleite. Vielen Dank. Gona Hinrichs, ich habe es ja mehrfach gesagt, ist einer der Protagonisten der Debatte, der gegenwärtigen Debatte zum Problem der Revolution. Er ist Professor für Geschichte der Philosophie an der Universität Basel seit 2012. Er hat verschiedene Schwerpunkte, wo Kant eine große Rolle spielt, aber eben auch politische Philosophie, Musikphilosophie, insgesamt das Problem der Ästhetik. Ich will nur ganz wenige Veröffentlichungen nennen. Darunter zählt negatives Selbstbewusstsein, Überlegungen zu einer Theorie der Subjektivität in Auseinandersetzung mit Franz-Lebe vom Franz-Sendentalen-Ich. Oder auch die Autonomie des Klanges einer Philosophie der Musik, bei Surkamp erschienen vor fünf Jahren. Und eben auch das Buch, was für das gegenwärtige Nachdenken über Revolution wirklich zentral ist, Philosophie der Revolution, vor zwei Jahren erschien. Und dort hat Gona Hinrichs den Bezug zum Anlass des Nachdenkens über Revolution selber ins Spiel gebracht, mit der Oktoberrevolution, um dann in vier Schritten das ganze Thema anzugehen. Da geht es um Macht, es geht um Schönheit, auch um den Gott der Revolution, aber eben auch um das revolutionäre Handeln. Und dazu hören wir jetzt mehr. Schön, dass Sie da sind. Danke sehr. Ich bin erst seit 2014 in der Schweiz. 2012, ich sage das nur deswegen, weil ich 2012 noch in Philadelphia gelebt habe, einer Revolutionsstadt. Da ist nämlich die amerikanische Revolution jedenfalls die Verfassung oder die Unabhängigkeitserklärung losgegangen. In die Städte kam ich zu der Zeit der Unordnung, als da Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zu der Zeit des Aufruhrs und ich empörte mich mit ihnen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Brechts Strophe verbindet Revolution und Empörung. Der Aufruhr, von dem der Leninist der Schaubühne spricht, war der revolutionäre Aufruhr des städtischen Proletariats und die Unordnung, die die Städte des Hungers heimsuchte, lag in der Anarchie der herrschenden Produktionsverhältnisse und der schlechten Einrichtung ihrer Rechtsformen. Das lyrische Ich aber verband sich mit dem Proletariat in revolutionärer Empörung. Darin fand es die Bestimmung seiner irdischen Frist, fand die Bestimmung der Zeit, die auf Erden ihm gegeben war. Ihr habt hinieden keine Stadt, das heißt in Brechts Gedicht nicht Flucht ins Jenseits, sondern Geschichtszeit von Aufruhr und Unordnung, in der man keine Heimat finden konnte. In sie hineingestellt zu sein, war dem lyrischen Ich eine lakonische Selbstverständlichkeit. Selbstverständlich war ihm deshalb auch, sich mit dem revolutionären Subjekt zu empören. Revolution und Empörung gehören zusammen. Die Verknüpfung von Revolution und Empörung scheint immer noch so selbstverständlich wie in Brechts Gedicht. Schon die Verknüpfung schwächeren Aufruhrs mit der Empörung geht glatt von der Hand. Gegenwärtig wird der Begriff der Empörung gerne zur Erklärung von gesellschaftlichem Protest und Widerstand bemüht und dient sogar den Jevu als Titel politischer Erbauungsbücher. Entsprechend mutet er auch für die Revolution als passend an. Sie wäre die Steigerung der von Empörung getragenen Protests und Widerstands. Protest ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht passt, nicht mehr länger geschieht, lautet Ulrike Meinhoffs Merksatz. Das, was einem nicht passt, ist Gegenstand der Empörung. Indem es nicht nur sagt, dass ihm etwas nicht passt, sondern auch dafür sorgt, dass es nicht länger geschieht, steigert sich das empörte Subjekt vom Protest zum Widerstand. Über den Widerstand hinaus geht schließlich die Revolution. Sie sorgt nicht nur dafür, dass etwas nicht länger geschieht, sondern auch dafür, dass etwas geschieht, was keinen Anlass zur Empörung mehr bietet. Die Revolution scheint daher die Höchstgestalt der politischen Empörung darzustellen. Aber trifft deren Begriff tatsächlich die Radikalität des revolutionären Handelns? Ist das revolutionäre Handeln die Steigerung von Protest und Widerstand? Oder besitzt es eine Eigenbestimmtheit, die es zur Synkope des Empörungskontinuums werden lässt? Begreifen lässt sich das revolutionäre Handeln im Ausgang von dem Gegensatz Revolution-Evolution. Dem Gegensatz gemäß lautet die Erstannahme, das revolutionäre Handeln kann nicht im evolutionären Kontinuum stehen. Damit ist der Zugang zu der Bestimmung revolutionär eröffnet. Auch für die Bestimmung Handeln benötigen wir einen solchen ersten Zugang. Er wird durch die Annahme einer Minimalbestimmtheit des Handelns eröffnet. Sie lautet Handeln folgt Regeln. Die beiden eingeführten Annahmen ergeben zusammen, dass das revolutionäre Handeln nicht im Kontinuum des Regelfolgens steht. Sein Begriff muss diesen Bruch des stetigen Regelfolgens erfassen. Handlungsregeln beinhalten eine allgemeine Handlungsform, die auf eine besondere Situation des Handelns angewendet wird. Ihnen zu folgen bedeutet, diese Form anzuwenden. Mit einem klassischen Begriff nennen wir die Anwendung eines Allgemeinen auf ein besonderes Urteilskraft. Das ist übrigens eine Verbindung zu Hannah Arendt, die deswegen durchaus zur handlungstheoretischen Position passen kann. Folglich lautet die Minimalbestimmung des Handelns darauf, mit Urteilskraft einer Regel zu folgen. Ebenfalls klassisch ist die Gefahr des Regelregresses, die hier lauert. Eine Regel anwenden scheint eine Regel zur Regelanwendung zu benötigen, die wiederum eine Regel zu ihrer eigenen Anwendung zu erfordern scheint und sofort. Diese Gefahr löst sich auf, wenn mit Wittgenstein das Regelfolgen vom Regeldeuten unterschieden wird. Wittgenstein schreibt, der Regel folgen ist eine Praxis und der Regel zu folgen glauben ist nicht der Regel folgen. Und darum kann man nicht der Regel privatem folgen, weil sonst der Regel zu folgen glauben dasselbe wäre wie der Regel folgen. Wenn jemand glaubt, einer Regel zu folgen, dann setzt er eine weitere Regel an, gemäß der jene erste Regel auf den Fall angemessen angewendet wird. Er glaubt hier, er falle in die von der zweiten Regel bestimmte Menge der angemessenen Regelanwendungen und gerät so in den Regress, dass er nun auch eine Regel für die Anwendung der zweiten Regel benötigt. Von diesem Glauben, einer Regel zu folgen, löst sich die Praxis des Regelfolgens gerade. Sie folgt der Regel ohne höhere Regel. Mit Urteilskraft einer Regelfolgen heißt also, eine Praxis des Regelfolgens zu vollziehen, statt in Regeldeutungen sich zu verlieren. Eine solche Praxis des Regelfolgens muss eine geteilte Praxis darstellen. In Wittgensteins zitiertem Satz heißt es, man könne der Regel nicht privatem folgen. Könnte man es, wäre eine subjektive Einstellung zum Regelfolgen deren Bestimmungsgrund, also eine Überzeugung oder ein Glauben, von der jene Praxis gerade über Bord geworfen wurden. Deshalb tritt an die Stelle des privaten Regeldeutens die geteilte Praxis des Regelfolgens. Entsprechend stellt auch die Urteilskraft, mit der jemand einer Regel folgt, keine private Fähigkeit dar. Sondern den Vollzug einer geteilten Praxis im besonderen Fall. Mit dieser Bestimmung erweitert sich das Handeln zum Miteinanderhandeln. Ohne Miteinanderhandeln vermöchte man keiner Regel zu folgen, weil ohne es keine geteilte Praxis der Regelanwendung bestünde. Das Miteinanderhandeln ist nicht strukturlos. Weil in ihm Handlungen nicht aus privatem Dafürhalten erfolgen, sondern aus einem gemeinsamen Sinn, verwirklicht es einen Gemeinsinn. Er besitzt drei wichtige Faktoren. Erstens befinden sich die Handelnden selten in Vertrautheitsbeziehungen und verstehen einander daher idealtypisch. Zweitens benötigen sie für ihr Weiterhandeln exemplarisches Handeln und handeln daher im Blick auf Autorität. Drittens erzeugen sie ihre Handlungssituationen nicht, sondern finden sie als Ergebnisse anderen Handelns vor. Vor allem in Gestalt von Institutionen und Traditionen. Sie weisen dem Handeln die Richtung, geben ihm seinen Sinn und schaffen häufig überhaupt erst die Alternativen, in denen das Handeln sich bewegt. Der Gemeinsinn, aus dem das Miteinanderhandeln erfolgt, wird demnach durch die Idealtypisierung anderen Handelns, die Autoritätsgebundenheit des Weiterhandelns und die Einrichtung von Handlungsräumen bestimmt. Die Urteilskraft, mit der wir in der Regel folgen, orientiert sich deshalb an den Idealtypen, Autoritäten, Institutionen und Traditionen. Insofern ist der Gemeinsinn topisch strukturiert. Es geht ihm um die beste Antwort auf eine Frage, die auch andere Antworten zulässt, weil sie im Bereich dessen, was auch anders sein kann, entsteht. Es nimmt hierbei seinen Ausgang von einleuchtenden Anschauungen mit Autorität. Es arbeitet aber ohne zwingende Prämissen und es gelangt zu vorläufigen Ergebnissen, die weiterhin diskutabel bleiben. Mit Antonio Gramsci können wir diesen topischen Gemeinsinn hegemonial nennen. In Idealtypen, Autoritäten, Traditionen und Institutionen schlagen sich Herrschaftsverhältnisse nieder. Entsprechend befestigen sie die Hegemonie einer oder mehrerer gesellschaftlichen Klassen. Zugleich gibt es keinen Raum, der vom hegemonialen Gemeinsinn frei wäre. Da der Gemeinsinn die geteilte Praxis bestimmt, deren das Regelfolgen bedarf, wird die Urteilskraft, mit der jemand einer Regel folgt, innerhalb dieser Hegemonie geübt. Das betrifft auch das revolutionäre Handeln. Wie alles handeln, hängt es an einem Gemeinsinn, mit dem Handlungsregeln angewendet werden können. Auch es orientiert sich daher an den Topoi des Miteinanderhandelns. Es entsteht in dem Horizont des Sensus Communis hegemonialer Prägung. Aber das revolutionäre Handeln geht auf das Diskontinuum der Handlungsregeln. Entsprechend muss es aus den Topoi des Miteinanderhandelns die Möglichkeit gewinnen, dessen Kontinuum zu brechen. Die hegemoniale Topik würde dann in eine revolutionäre Topik übergehen. Eine revolutionäre Topik steht unter einer paradoxen Aufgabe. Sie hat in den Topoi, den Örtern oder Gemeinplätzen des Miteinanderhandelns etwas zu entdecken, was in dessen Kontinuum keinen Ort findet. Kein Ort heißt Utopie. Die revolutionäre Topik muss eine Topik des Utopischen sein. Demnach hat sie etwas, das seinem Begriff nach alle Topik verneint. Das, was keinen Ort hat, dennoch im topischen Raum, dem Raum der Örter und des mit ihrer Hilfe zu Verortenden aufzufinden. Das kann nur dann gelingen, wenn die hegemonialen Topoi, die Idealtypen, Autoritäten, Institutionen, Traditionen, einen Überschuss enthalten, der über sie so hinausweist, dass er in ihnen nicht zur Sprache kommt und dennoch Spuren hinterlässt, die sich lesen lassen. Dieser Überschuss wäre das Utopische, das innerhalb des hegemonialen Gemeinsinnes keinen Ort findet und trotzdem von den Topoi des Gemeinsinnes und ihren Folgerungen angezeigt wird. Die Aufgabe der revolutionären Topik lautet daher, in den Topoi des Gemeinsinnes jene Spuren zu entkennen. Also in der Rede von vorhin, in dem Set 1 der Handlungsregeln die Spuren eines Überstiegs über dieses Set zu erkennen. Um so etwas sinnvoll behaupten zu können, sind zwei Bedingungen zu erfüllen. Erstens hat die Entzifferung der Topoi so beschaffen zu sein, dass sie sich nicht aus der bestehenden Verfassung der Handelnden erklären lässt, die dem hegemonialen Gemeinsinn ihrer kalten Praxis unterliegt. Sie fordert vielmehr irgendeine Bestimmtheit der Handelnden jenseits ihrer geteilten Praxis. Zweitens darf die Entzifferung der Topoi nicht willkürlich erfolgen. Die andere Bestimmtheit des Handelns erfordert Zeichen im Miteinanderhandeln. Da zeitlich betrachtet ein Miteinanderhandeln die menschliche Geschichte darstellt, müssten sich jene Zeichen in der Geschichte erkennen lassen. Die revolutionäre Topik weiß folglich dann dazu berechtigt, die hegemonialen Topoi des Miteinanderhandelns als Zeichen des Utopischen zu entziffern, wenn in der Geschichte des menschlichen Handelns Zeichen dafür aufkommen, dass die Verfassung der Handelnden ihre Bestimmtheit nicht nur in ihrem bestehenden Miteinanderhandeln findet. Mit Kant können diese Zeichen Geschichtszeichen genannt werden. Sie haben die Gestalt geschichtlicher Ereignisse, an denen teilzunehmender Wunsch entsteht, obwohl man kein Interesse mit dieser Teilnahme verwirklichen würde. Dieser interesselose Wunsch der Teilnahme ist der Enthusiasmus für das geschichtliche Ereignis. Dadurch werden diese Ereignisse zu Zeichen dafür, dass das menschliche Handeln mehr als ein fremdbestimmtes Geschehen darstellt und zwar sowohl in erinnernder als auch in vorausweisender Funktionen. Wir wollen dieses Konzept nun mit der eingeführten Bestimmung des Miteinanderhandelns verknüpfen. Handlungsregeln haben die Formen hypothetischer Imperative. Wenn du auf das und das aus bist, so handle so und so. Im Ante Zedens, also im ersten Teil dieser Benzo- Beknüpfung, im Ante Zedens wird das Interesse eingetragen, im Konsequenz, die allgemeine Handlungsform. Entsprechend ist das Regelfolgen Interesse gebunden. Anders der Enthusiasmus seitens Interesse loser Beobachter. Er verlässt daher das Feld Interesse gebundene Handlungsregeln und mit ihm das Feld des hegemonialen Gemeinsinnes. Dadurch eröffnet er den Raum dafür, eine Verfassung der Handelnden jenseits der Hegemonie einzusehen. Entsprechend zeigen Geschichtszeichen, die mit einem interesselosen Enthusiasmus einhergehen, die Transzendenz des Handelns an. Sie verweisen auf einen Bereich jenseits der eingeübten interessegebundenen Handlungsregeln. Darum können Sie dazu anleiten, auch die Topoi des Miteinanderhandelns in Bezug auf eine solche Transzendenz zu lesen. Die erinnernde und vorausweisende Funktion von Geschichtszeichen ermöglicht die Entzifferung unserer Handlungsorientierung als bislang unerkannte Spuren in etwas, das innerhalb des bestehenden Gemeinsinnes keinen Ort findet. Weil Sie selber einen Bruch mit der eingeübten Praxis vollziehen und innerhalb der Geschichte des Handelns aus ihr herausragen, werden in Ihrem Licht alle Idealtypen, Exempel, Institutionen und Traditionen berüchtigt. Zugleich nimmt der Überstieg über die Idealtypen, Exempel, Institutionen und Traditionen nirgends sonst seinen Ausgang als in ihrer Brüchigkeit im Lichte der Geschichtszeichen. So überführt der interesselose Enthusiasmus für eine geschichtliche Begebenheit die hegemoniale Topik in eine revolutionäre Topik. Mit ihr gewinnt das revolutionäre Handeln seine Bestimmtheit. Im Enthusiasmus für bestimmte geschichtliche Ereignisse werden diese zu Geschichtszeichen für eine revolutionäre Entzifferung der Handlung Topoi. Dadurch springen die Handelnden vom Boden des Gemeinsinnes in das Diskontinuum der Regeln. In ihm können sie nur den Regeln folgen, die sie in ihrem Handeln selber setzen. Das angesichts von Geschichtszeichen enthusiastische Handeln ist darum selbst gesetzliches Handeln, ist autonomes Handeln. Der Begriff des Enthusiasmus erfährt von zwei Seiten weitere Bestimmung. Die erste Seite ist das Recht. Rechtsregeln sind kodifizierte und strafbewährte Handlungsregeln. Die Strafhoheit kommt dem Staat zu. Mit ihm geht der hegemoniale Gemeinsinn des Regelfolgens von den Idealtypen, Autoritäten, Institutionen und Traditionen zur Strafgewalt über. Gramsci bestimmt den Staat deshalb als Hegemonie gepanzert mit Zwang. Dieser Zwang ist notwendig, um die strafewährten Handlungsregeln des Rechtes durchzusetzen und zu sichern. Aber das revolutionäre Handeln geht ja auf den Bruch des Regelkontinuums. In Bezug auf die Rechtsregeln begegnet es daher dem hoheitlichen Zwang. Ihm tritt das revolutionäre Handeln gegenüber. Es begegnet dem hoheitlichen Zwang mit revolutionärem Zwang. Das revolutionäre Handeln enthält daher stets die revolutionäre Gewalt als Option. Wie verhält es sich daher genauer zum Recht? Es könnte ein höheres Recht als das strafbewerterecht für sich in Anspruch nehmen. Ein Recht auf Revolution. In den großen bürgerlichen Revolutionen von Philadelphia Paris wurde es praktiziert und auch formuliert. Aber das Konzept eines Rechts auf Revolution scheitert. Kein Recht ohne Rechtssubjekt. Das Rechtssubjekt eines Rechts auf Revolution wäre das revolutionäre Subjekt. Nun hat das revolutionäre Subjekt seine Bestimmtheit allein darin, dass es revolutionär handelt. Wie wir im Anschluss an eine Wendung Rousseaus sagen können, das revolutionäre Handeln bildet den Akt, durch den ein revolutionäres Subjekt zum revolutionären Subjekt wird. Vor diesem Akt gibt es dieses Subjekt nicht. Auch nicht in Gestalt einer marxistische Terminologie zu verwenden Klasse an sich, die noch keine Klasse für sich wäre und wie Brünhilde in dem Flammenkreis schliefe, in denen es der Herr der Normen gebannt hätte. Denn ein Subjekt ist gerade dadurch, also in Zürich darf man ja Wagner zitieren, denn ein Subjekt ist gerade dadurch bestimmt, dass es etwas für sich ist. Eine Klasse an sich kann daher nicht das Rechtssubjekt eines Rechts auf Revolution sein und der Bruch der Rechtsregeln lässt sich nicht durch ein Recht auf ihn begründen. Alternativ zu einem auf Revolution das höher wäre als das strafbewertete Recht, könnte das revolutionäre Handeln sich geradewegs als das rechtsbrechende Handeln bestimmen. Dann wüsste es die Illegalität als ein Kennzeichen. Aber auch dieses Konzept trägt nicht. Die Illegalität hat das gültige Recht zu ihrer Voraussetzung. Wer die Illegalität zu seinem Kennzeichen nimmt, etwa terroristische Revolutionäre, anerkennt daher das gültige Recht. Eben diese Anerkennung aber versagt das revolutionäre Handeln in Rechtsregeln. Sie sind für es nicht gültig. Etwas ähnliches spricht auch gegen den Versuch, zum Beispiel von dem allerortens beliebten Karl Schmitt, die Revolution als eine Form von Souveränität zu verstehen, die über dem Recht stünde. Hier wäre die Revolution eine Gestalt des Ausnahmezustandes. Dass in diesem Fahrwasser verfolgte Konzept der Souveränität bezeichnet, die ungeregelte Macht zur Regeleinsetzung, die selber von keiner Rechtsregel betroffen werden kann. Anders die Revolution. Sie bildet keinen obersten Geltungsgrund von Rechtsregeln, sondern den Bruch des Regelkontinuums. Entsprechend vermag sie sich nicht unter dem Konzept der Souveränität zu bestimmen. Folglich lässt sich weder ein überpositives Recht auf Revolution noch die Illegalität noch eine überrechtliche Legitimität für das Verhältnis der Revolution zum Recht veranschlagen. Stattdessen gewinnt sie dieses Verhältnis im Blick auf ein gesellschaftliches Sein, dessen widersprüchliche Bestimmtheit in Rechtsbegriffen fassbar wird. Mit Marx lässt sich dieses Sein als das proletarische Sein bestimmen. Der Gedanke ist der folgende. In den Deklarationen der Menschen- und Bürgerrechte sind die Grundrechte positiviert worden, auf denen die Rechtsregeln insgesamt ruhen. Ihr Grundakkord lautet Freiheit, Gleichheit, Eigentum, Streben nach Glück. Nun besteht das proletarische Sein darin, seine Arbeitskraft als Ware zu veräußern, aus der auf der Seite des Kapitals der Mehrwert der Warenproduktion erschaffen werden kann. Dieses Verhältnis heißt Kapitalverhältnis. Seine rechtliche Voraussetzung besteht in jenem Grundakkord aus Freiheit, Gleichheit, Eigentum, Streben nach Glück. Anders als in Sklaverei oder Leibeigenschaft sind Proletarierinnen und Proletarier freie Rechtssubjekte, die in einem äquivalenten Tausch ihr Eigentum Arbeitskraft verkaufen und dadurch ihr Glück verfolgen. Wir haben Freiheit, freie Rechtssubjekte, Eigentum, Arbeitskraft, Glück, Streben nach Glück und Gleichheit, Äquivalenten Tausch. Aber mit dem Kapitalverhältnis, das also ohne die Grundrechte nicht denkbar ist, werden die Grundrechte zugleich ebenso zwingend aufgehoben. Die proletarische Arbeit ist entfremdete Arbeit. Die drei Gesichtspunkte der entfremdeten Arbeit wiederum verletzen die drei Grundrechte. Die Entfremdung des Arbeitsproduktes verletzt das Eigentum. Die Entfremdung des Produktionsprozesses verletzt die Freiheit. Die Entfremdung des Menschen vom Menschen verletzt die Gleichheit. Das proletarische Sein steht folglich ebenso sehr unter den Grundregeln des Rechtes wie es aus diesen herausfällt. Und weil jene Grundrechte den rechtlichen Entwurf dessen darstellen was ein Mensch sei bedeutet das dass die bürgerliche Gesellschaft eine Klasse von Menschen erzeugt die ihren Begriff vom Menschen gerade verletzt. Sie entwirft entmenschte Menschen. Dieser Widerspruch verfasst das gesellschaftliche Sein des Proletariates. Es ist die Klasse die weder ohne die Menschenrechte noch mit den Menschenrechten bestehen kann. Da nun der eine Pol dieses Widerspruchs die den Begriff von Menschen aufstellt als grundrechtliche Forderung verfasst wird fordert er die Abschaffung des anderen Pols. Allerdings gehört der abzuschaffende Pol zu dem Verwertungsprozess um dessen Willen der erste Pol besteht. Mit seiner Abschaffung würde daher auch der Pol abgeschafft, der seine Abschaffung gerade verlangt. Folglich führte die Verwirklichung der Menschenrechte nicht zu einer Sanktion der verletzten Rechtsordnung, sondern ginge über diese insgesamt hinaus. Anders gesagt, die Verwirklichung der Menschenrechte wäre zugleich ihre Aufhebung und mit ihr die Aufhebung des Proletariats. Entsprechend besteht die Stellung der Revolution zum Recht darin, dass die im Diskontinuum der Regeln revolutionär gesetzt und befolgten Handlungsregeln die Ansprüche der Rechtsregeln verwirklichen, deren Einlösung diese selber verhindern, weil sie ein sie verletzendes gesellschaftliches Sein bedingen. Anders gesagt, das enthusiastische Handeln gewinnt seine Bestimmtheit durch seine verwirklichende Aufhebung der Rechtsregeln. Die revolutionäre Topic hat einen Rechtssinn eigener Art. Diese Seite betrifft den Ausgang des Enthusiasmus vom Boden des Bestehenden. Der Schritt von dem ersten Set zu dem zweiten Set ist also die Verwirklichung des vom ersten Set geforderten aber in ihm selber niemals verwirklicht daran durch das zweite Set und nicht einfach ein nebeneinander stellen das dann irgendwie dezisionistisch üblich wäre. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Genau. Ich könnte jetzt die Kunst überspringen und zum Schluss kommen. Ich lasse den Schluss weg und Ende mit der Kunst. Also ich habe Gott schon weggelassen insofern muss die Kunst jetzt noch haben. Also das ist der Ausgang des Enthusiasmus vom Boden des Bestehenden. Er besteht in der verwirklichenden Aufhebung des Rechtes. Die zweite Seite betrifft die Spannung des Enthusiasmus nach vorn. Hier macht sich die Kunst geltend. Enthusiasmus Begeisterung Begeisterung ist ein zentraler Faktor in der Schöpfung und Erfahrung von Kunst. Berühmt sind die Worte des Sokrates die Muse selber schafft Begeisterte und indem diese solche Begeisterung weiter verpflanzen hängt an sich an sie eine Kette anderer Begeisterter. Ihnen zufolge bildet die Schöpfung und die Erfahrung von Kunst ein Gewebe aus Enthusiasmus. Kunst enthusiastisch erfahren heißt von etwas hingerissen sein. Das begeisternd Hinreißende macht sich als Schönheit geltend. Entsprechend hat die revolutionäre Topik, die von den Geschichtszeichen begeistert wird, neben ihren eigenen Rechtssinn auch einen eigenen ästhetischen Sinn. Den Sinn dafür, sich vom Schönen hinreißen zu lassen. Dieser Sinn besteht in ihrer Bindung an die künstlerische Avantgarde. Der Sachverhalt, dass die politische Avantgarde und die künstlerische Avantgarde in einem Zusammenhang stehen, ist bekannt. Er findet seinen Grund darin, dass die künstlerische Avantgarde einen eigenen Begriff von Schönheit gewonnen hat, der den Überstieg über den Horizont des hegemonialen Handelns anzeigt. Die avantgardistische Schönheit ist, mit einem Manifest von Buriuk und Mayakovsky und anderen gesagt, ist die neue vorwärtsschreitende Schönheit. Die neue vorwärtsschreitende Schönheit. Diese Schönheit besteht in der Konstruktion des Neuen als Antwort auf die Tendenz des Materials. Dadurch greift sie auf etwas aus, das noch nicht da ist. Sie erfolgt im Namen des Utopischen. Jenes Manifest verwendet hier den Begriff des Wetterleuchtens. Die neue vorwärtsschreitende Schönheit ist dadurch bestimmt, dass das Utopische in ihr Wetter leuchtet. Solches Wetterleuchten verbindet sie mit dem ästhetischen Grundbegriff des Scheins. Der schöne Schein des Ästhetischen wird zum schönen Vorschein des Utopischen. Entsprechend besteht der ästhetische Sinn der revolutionären Topik darin, den schönen Schein als einen Vorschein dessen zu deuten, was im hegemonialen Gemeinsinn keinen Ort hat. Auch die Gestalten des Schrecklichen, des Schocks oder des Erhabenen, die sich im Zusammenhang der Revolution bilden und oft als Gestalten des nicht mehr Schönen missverstanden werden, sind nur Differenzierungen der neuen vorwärtsschreitenden Schönheit. Demnach ließt die revolutionäre Topik das Handeln im Licht eines schönen Scheins, der etwas noch Fehlendes vorwegnimmt. Sofern er erlischt, kann von einem revolutionären Enthusiasmus nur noch mit Einschränkung gesprochen werden. Die Entzifferung der hegemonialen Topoi als Spuren des Utopischen hängt deshalb daran, dass das revolutionäre Handeln den Vorschein nicht versäumt. Ersticken seine Bemühungen das Gebiet des schönen Scheins, so ersticken sie jenen Enthusiasmus und damit ihre eigenen Voraussetzungen. In der Bestimmung des revolutionären Handelns durch enthusiastische Selbstgesetzlichkeit, verwirklichende Rechtsaufhebung und schönem Vorschein ist die Empörung nicht vorgekommen. Das ist kein Zufall. Die handlungstheoretische Minimalbestimmung Regelfolgen weist den Motiven des Handelns einen präzisen Ort zu. Die Zuweisung besagt, in einer Handlungsregel, wenn du auf das und das aus bist, zu handeln so und so, sind Handlungsmotive in die Klausel, wenn du auf das und das aus bist, einzutragen. Das gilt für alle Motive, seien sie emotional oder rational. Empörung ist ein Handlungsmotiv. Die Regel der Handelnden, die aus Empörung eine allgemeine Handlungsform, sei es von Protest, sei es von Widerstand, in einer besonderen Situation verwirklichen, lautet, wenn du auf die Anklage beziehungsweise auf die Abschaffung dessen, worüber du dich empörst, aus bist, so handle so und so. Die Empörung wird so ins Antizelenz hypothetischer Imperative eingetragen. Ersichtlich läuft dieser Sachverhalt der Bestimmtheit des revolutionären Handelns zuwider. Seine Bestimmtheit wird gerade nicht in hypothetische Imperative formuliert. Vielmehr besteht sie darin, die hegemoniale Praxis zu durchbrechen, in der alle hypothetischen Imperative, also alle Handlungsregeln gründen. Das bedeutet, im revolutionären Handeln zergeht die Empörung über die Wirklichkeit zugunsten der Begeisterten, das Recht Aufhebenden und vom Vorschein Hingerissenen Topik einer Verwirklichung des Unverwirklichten. In Bezug auf die Revolution müssen wir uns daher vom lyrischen Ich aus Brechts Gedicht an die Nachgeborenen verabschieden. Suchen wir nach einer künstlerischen Gestaltung des Bruchs mit dem hegemonialen Gemeinsinn, so werden wir in einem anderen Gedicht rechtsfündig, dem Lob der Dialektik. Das Sichere ist nicht sicher. So wie es ist, bleibt es nicht. Wenn die Herrschenden gesprochen haben, werden die Beherrschten sprechen. Wer wagt es zu sagen, niemals? Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen und das niemals wird heute noch. Danke sehr. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch einige Minuten, um über viele Punkte oder einige wenigstens ins Gespräch zu kommen. Wir haben auch die Gelegenheit, die anderen Diskussionen mit hinüber zu nehmen und dann einige Vorträge zu vergleichen oder zu verbinden. Sie haben genau den Kernpunkt natürlich damit aufgespießt, weil das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass wir die Revolution als eine topische Angelegenheit verstehen sollten. Und damit ist verbunden ein Abschied von einem wichtigen Punkt in der marxistischen Terminologie, nämlich den Begriff des Klasseninteresses, weil ein Interesse eben für mich dort immer gebunden ist an eine hegemoniale Struktur und aus dieser hegemonialen Struktur nicht herauskommt. Was mich mit Marx verbindet, ist eher die sozusagen etwas kältere Analyse des Kapitalverhältnisses und die Widersprüchlichkeit in Bezug auf das Recht. Denn ich glaube, dass die Topic sich orientiert an diesen Rechtsformen, in denen Handeln stattfindet. Das sind die Handlungsregeln, die am krassesten, oder nicht am krassesten, sondern am explizitesten da sind und mit denen man sich auseinandersetzen kann. Uns würde es ein bisschen in die Richtung gehen, die Sie angedeutet haben. Es ist eine vage Transzendenz Vorstellung, wo es ich weiß nicht was, was mich da rauszieht. Und es ist schon so gemeint, es ist jede Erfahrung von Widerspruch und Orientierung an solchen, also eine Handlungserfahrung, also wenn Rechtsregeln als sozusagen fixierte Handlungsregeln oder kodifizierte Handlungsregeln zu verstehen sind, dann hören Sie ja in den Bereich des Handlungs hinein. Also es ist schon eine Erfahrung des Handelns, aber es ist eben diese Erfahrung des Widerspruchs. Leiden geht damit einher, aber Leiden allein ist übrigens ja auch bei Marx nicht der Hebelpunkt, sondern es geht ja immer um die Leidenden und die Denkenden und diese Formel müssen wir schon zusammen nehmen. Also die Idee ist, also die Erdung, wenn ich das richtig sehe, die Erdung dieser revolutionären Topic wäre, durch die konkrete Auseinandersetzung mit dem Recht und als Rechtsverwirklichung zu verstehen und um das aber zu können, braucht es eben diese Zeichen in der Geschichte, zum Beispiel die Revolutionen, über die wir jetzt noch heute sprechen werden, die uns, wenn wir sie enthusiastisch betrachten, also dem Wunsch der Teilnahme, aber ohne ein Interesse daran zu haben, uns eine Dimension eröffnen, die eben nicht mehr in dieser Interessekonstruktion besteht. Und dadurch ist der Enthusiasmus sozusagen, er schwebt ja nicht in der Luft, sondern geht von einem konkreten Boden aus und wird von der künstlerischen Formung in eine konkrete nach vorwärts gerichtete Dimension gedreht. Es ist sehr interessant. Die Diskussionsfelder sind jetzt so verschieden, dass es schwer ist, sie zu verbinden. Die Enthusiasmusstelle, an der ich anschließe, ist natürlich die kantische. Der kantische Blick auf die französische Revolution, Interpretation, der Interesselose Wunsch der Teilnahme, die Teilnahme dem Interesselosen Wunsch danach, so muss man das korrekt auswählen, das wird von Kant als Enthusiasmus bezeichnet, so wie das Gute mit Affekt tun. Also tun, nicht in untätigem Fluss oder sowas sich befinden, sondern tatsächlich in eine Aktivität reinkommen. Und das ist der Enthusiasmus-Diskurs, der natürlich für meine Interpretation der wesentliche ist. Interessanter, das mit der Stalin-Sache wusste ich nicht, das ist sehr interessant, die Pathos-Formel ist natürlich fast eigentlich ein Vorläufer von jenem Zusammenhang, in dem auch der Begriff der Empörung reingehört. Und in der Können nicht sagen... Ich finde es nicht so, dass es sich in den letzten Jahren 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 war. Ich meine, die Gefahr bei der anderen Diskussion ist natürlich eine gewisse Form von Irrationalismus. Das wäre sozusagen die Problematik, finde ich, in dem Zweiten. Deswegen hatte ich die Empörung dazu assoziiert, auch wenn sie von der Struktur natürlich anders ist. Wir haben jetzt noch zwei Fragen, mit der Bitte ganz kurz, das zu halten. Ja, genau. Das ist ein überraschender Gedanke. Ja, warum nicht? Also vielleicht kann man das so nennen. Das heißt, wir würden sozusagen, wenn wir die Revolution der Vergangenheit betrachten und zum Beispiel diese Geschichtszeichen betrachten, mit dem Wunsch, mit dem interesselosen Wunsch nach Teilnahme an dem, uns solidarisch zu diesen damals handelnden Verhalten, ebenso wie wir das in Bezug auf unsere Gegenwart machen könnten. Danke, darüber werde ich nochmal nachdenken. Ja. Ja, ich kann dazu sagen, dass ich den Emergenzbegriff für problematisch halte. Also ich halte ihn für einen Lückenbüßerbegriff. Und er erklärt, ja, das sind alles Lückenbüßerbegriffe. Und deswegen würde ich oben gerne sagen, das eine emergiert aus dem anderen. Was die Verwandtschaft zwischen beiden ist, die Sie wahrscheinlich jetzt im Auge haben, ist, dass wir sozusagen nicht aus den Regeln der ersten Ebene den Übergang sowie die Struktur der zweiten Ebene herleiten können. Also wenn man das so von ganz, aus so einer Vogelperspektive betrifft, dann könnte man sagen, das ist natürlich eine gewisse Verwandtschaft dabei. Sagen Sie dazu, Sie kennen das. Ich kann dazu auch wenig sagen, Sie beziehen sich auf das Zitarn am Anfang, oder? Das ist dieses hier, ne? Das ist aus On Revolution und das ist ein Text von 1962, also vor der Schwente, also 1869, davor noch. Und die Eichmanngeschichte sind eben 15 Jahre früher. Inwieweit Sie, die eine, wie ich das genannt habe, denologische Revolutions, quasi Definition, nicht als Definition gemeint, informiert haben, weiß ich nicht. Deshalb würde ich sagen, es ist unabhängig davon formuliert. Und nicht im Blick auf diese Dinge. Ja. Und nicht um die Definition, sondern um eine Erhandlung, die Johanna eigentlich in den Schiedsachten gemacht hat. Ja. Auch um die Erklärung. Das ist eine Banalität. Aber ich darf vielleicht dazu, ich kann jetzt die Verbindung zum Eichmann-Prozess sehe ich jetzt nicht so sehr zu diesen Schriften, aber ich kann vielleicht sagen, da die Frage vielleicht auch in diese Richtung zielt, die beiden Konzepte, das Konzept des Miteinanderhandelns und das Konzept, was hier in dem, ist es in diesem Zitat, ja, einen neuen politischen Körper zu gründen, beziehungsweise in anderen Stellen, in Revolution sagt sie, Freiheit zu gründen. Also dieser Gründungsakt von Freiheit, der scheint mir auch zentral, in der ausgeführten Form des revolutionären Handelns müsste das drin sein. Also diese beiden Punkte, einmal revolutionäres Handeln als Miteinanderhandeln und dann als freiheitsgründendes Handeln, also nicht ins leere Laufende, sondern tatsächlich eine Gründungsform. Das ist ja auch für mein Denken sehr wichtig von Haaren. In dieser Doppelheit eben. Freiheit zu, positive und negative Freiheit zu. Nächste Frage? Sophie? Ja. Ja. Nein. Nein. Wenn ich Sie recht nicht verstehe, fragen Sie jetzt, Sie stellen sozusagen den theoretischen Betrachtungswinkel in Frage und fragen sich, wie der Winkel selber in den Zusammenhang gehört, der da betrachtet wird, oder? Ja, also ich habe eben so spontan gesagt, nein, es ist nicht normativ, deswegen, weil ich mich einem bestimmten Programm von Hegel verpflichtet fühle, der mal geschrieben hat, Philosophie sagt nicht, was sein soll, sondern sucht zu begreifen, was ist. Und dieses Begreifen wollen ist tatsächlich das Projekt einer Philosophie der Revolution. Deswegen am Ende auch, es ist keine Handlungsanweisung, es ist kein Verbot, sondern es ist der Versuch zu begreifen, was denn Revolution ist, unter welchen Aspekten man das verstehen kann. Und insofern ist es weder im befürwortenden noch im negativen Sinne eine normative Angelegenheit. Sie können natürlich sagen, von einem dritten Standpunkt aus ist aber natürlich jedes Begreifen von, wiederum irgendwie, oder kann teilwerden, so wie Hegel dann auch wieder teil wurde von etwas, kann teilwerden in einem Zusammenhang. Aber ich würde selber für mich in Anspruch nehmen, dass es eher das Begreifen wollen ist. Dann wird der doppelte Genitiv nicht aufgelöst, eher Genitivus, Objektivus und nicht Subjektivus, oder? Sonst wäre es ja tatsächlich in dem genannten Normaktiv als eine Revolution der Objektivität. Naja, das ist vielleicht etwas viel jetzt, aber Sie haben schon recht, es bleibt in der Objektivitätsposition stehen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Tatsächlich passt das Thema sehr gut zu meinem Vorredner und steht, glaube ich, auch in einer gewissen Spannung dazu. Wir müssen vielleicht mal eine Diskussion sehen, wie, in welcher. Der Fokus meines Interesses an Revolutionen ist nicht, ihre Strukturen, ihren Aufbau zu analysieren. Auch sehe ich mir kein bestimmtes revolutionäres Ereignis der Geschichte an, um daran Kriterien zu finden, die auf eine universelle Theorie der Revolution schließen lassen. Die Frage, welche Revolutionen verdrängt und erinnert werden, wandelt sich für mich in die Frage, welche Aspekte und Ausdrucksweisen in den revolutionären Handlungen zu finden sind, die oftmals nach dem Stattfinden des konkreten historischen Ereignisses nicht mehr erinnert werden. Erst vom Standpunkt revolutionären Handelns lässt sich das Phänomen Revolution mit seinen charakteristischen Eigenschaften einschätzen. Deshalb sehe ich mir an, wie es ist, revolutionär zu handeln, um von dort aus sagen zu können, was eine Revolution ist. Meine zentrale These ist, dass die Spontanität revolutionären Handelns den Erfahrungshorizont der Subjekte radikal verändert, sodass sie sich selbst in ihrer Handlungsfähigkeit neu erschließen können. Diese spezifische Erfahrung ist gekennzeichnet von politischer Freiheit. Und so gesehen falle ich auf jeden Fall in den Bereich, den Sie mit phänomenologischem Revolutionsbegriff bezeichnet haben. Aber mal sehen, wie. Diese Freiheitserfahrung ist dabei zum einen konstruktiv, weil sie neue Möglichkeiten und die eigene Handlungsmacht spüren lässt. Gleichzeitig machen die Handelnden eine Erfahrung mit der Abgründigkeit, die auch in ihrem Handeln begründet liegt, weil das Handeln erstens unabsehbar an seinen Folgen ist und zweitens destruktive Ausdrucksformen sowie Erfahrungen bereithält. Also was jetzt schon genannt wurde mit auch der Schrecken über das eigene Handeln gehört zum revolutionären Handeln dazu. Die Erfahrung von möglicher Gründung des Neuen durch das Handeln ist demnach mit der Erfahrung von Entzug der eigenen Handlungsfähigkeit eng verbunden. Die Spontanität revolutionären Handelns ist der Grund für diese Spannung zwischen Konstruktivität und Destruktivität. Sie macht diese Momente des Übergangs und der Übersetzung zu einem fragilen Geschehen. Aber in dieser Fragilität liegt die Gründungskraft des Neuen. Ich untersuche deshalb, ob und wie die Erfahrung von Freiheit als Spontanität eine wichtige Informationsquelle für politische Praktiken und ihre Veränderbarkeit ist und was man daraus für das Transformationsphänomen Revolution lernen kann. Methodisch untersuche ich das revolutionäre Handeln auch handlungstheoretisch. Dabei wird für mich der Moment der Unverfügbarkeit oder wie Arendt auch sagt der Unabsehbarkeit im Handeln in den Vordergrund gerückt. Die These über die Unabsehbarkeit im Handeln richtet sich gegen handlungstheoretische Ansätze, die davon ausgehen, dass Handeln kausal, teleologisch oder verfügbar sei. Das zentrale Problem mit den kausalitätstheoretischen Herangehensweisen an das Handeln ist, dass sie davon ausgehen, dass jede Handlung durch ein Ziel oder einen Grund vorstrukturiert sei. Dem Ziel oder Grund gegenüber erscheint das Handeln wie ein Mittel, der Handeln zu einem gegenüber dem gewählten Ziel zweitrangigen Geschehen macht. Abweichungen und Veränderungen im Handeln werden von diesen Ansätzen erneut als Veränderungen in den Umgebungsparametern oder in den Gründen bezeichnet und werden nicht an die Erfahrung, die im Handeln gemacht wird, rückgebunden. Und so gesehen hat dann das Handeln eben auch gar kein Informationsgehalt, das Handeln selber, was womöglich diese vorstrukturierten Gerichteteiten unterbrechen könnte. Gegen diese Annahme einer Verfügbarkeit über das Handeln bringe ich Herangehensweisen in Anschlag, die davon ausgehen, dass Handeln in seiner tiefen strukturellen Dimension unabsehbar, experimentell, kreativ und hochgradig dynamisch ist. Die Ressourcen für den heuristischen Aufweis dieser Dimension habe ich in den handlungstheoretischen Ansätzen von Pippin, Spade oder Hannah Arendt gefunden. Durch diese Theorien wird bereits eine unkontrollierbare Spontanität im Herzen des Handelns sichtbar, die eine stets mögliche Unterbrechung von gewohnheitsmäßigen Handlungen und Praktiken darstellt. Diese Spontanität stellt aber gerade keinen sicheren Boden oder Grund für die Handelnden dar. Zwar ist die Spontanität der Grund dafür, dass die Handelnden durch Handeln, Handeln, Gewohnheiten und Praktiken verändern können. In diesem Sinne ist die Spontanität schöpferisch. Aber sie ist auch eine Unterbrechung, die, weil sie zunächst unkontrollierbar erscheint, durchaus destruktiv sein kann. Die Unabsehbarkeit des Handelns bedeutet für die Handelnden eine Unterbrechung, eine Störung ihrer Gewohnheiten zu erfahren, die entwurzelnd und entsetzend auf sie wirken kann. So ist die Erfahrung von Spontanität eben konstruktiv und destruktiv. Aber sie ist der Grund dafür und für die Möglichkeit, neue Beginne zu setzen und neue Praktiken zu entwerfen. Aber in ihr liegt eben auch die Erfahrung von einer radikalen Offenheit, die eben bedrohlich wirken kann. Und diese, wie ich dann eben sage, gründend abgründige Erfahrung von Spontanität, die eigentlich in jedem Handeln zugrunde liegt, wird im alltäglichen Handeln nicht mehr deutlich oder nicht sichtbar. Aber gerade in den extremen Momenten von Unterbrechungen im revolutionären Handeln kommt diese Dynamik zum Vorschein. Ich möchte das jetzt ein bisschen zuspitzen nochmal mit Hannah Arendt. Der Moment des Neuanfangs, das wurde ja hier schon erwähnt, in einer Revolution zerfällt für Arendt in das Moment der spontanen Befreiung und das der bewussten Gründung von Institutionen der Freiheit. Also so gesehen ist das wahrscheinlich das, was unter Regelsätzen bei meinem Vorredner fällt, also der zweite Teil des Gründen. In der Befreiung von einer alten und unterdrückenden Ordnung ist das Gelingen der Errichtung einer neuen Ordnung der Freiheit zunächst völlig offen. Und erst durch die Gründung von institutionellen Arrangements und Gesetzen kann sich für Arendt zeigen, ob eine Revolution erfolgreich war. Die Befreiung wird von Arendt als prekäres Moment, in dem nicht nur politische Motive, sondern ebenso präpolitische Naturkräfte eine Rolle spielen, gegenüber der Gründung von Institutionen der Freiheit abgewertet. Und solche präpolitischen Naturkräfte sieht sie eben zum Beispiel in dem Mitleid begründet, was in der französischen Revolution aufkommt. Und auch gerade, wenn sie vom Ausbruch von Gewalt spricht, sind das für sie auch alles präpolitische Naturkräfte. Oder sobald es zu einer vermeintlichen Notwendigkeits- oder Sachzwanglogik in der Revolution kommt, wie zum Beispiel, wenn Revolution mit dem Hunger begründet wird als einem natürlichen Bedürfnis, sind hier natürliche Kräfte am Werk. Und gerade nicht diese Freiheit, die sie sich eigentlich vorstellt. Mit Arendt, gegen Arendt, gehe ich davon aus, dass in dem anarchischen Moment der Befreiung, obwohl oder eher weil in diesem die Abgründigkeit der Spontanität des Handelns virulent ist, eben diese entscheidende Information für die Handelnden über ihr Handeln und ihr Revolution, leeres Handeln bereit liegt. Denn dass hier die Impulse und Ausdrücke noch ungeformt sind, ist ja ein Indiz dafür, dass die Subjekte etwas Neues über sich in das Bezugsgewebe des Handelns hineingeben. So kann das Mitleid auch ein erster Hinweis auf eine neue Art der Sensibilität gegenüber dem Leid eines anderen Seins, sodass gerade dieses Leiden eine Information für das Politische enthält. Mit Arendt, gegen Arendt bedeutet aber für mich auch, dass wir eine Lehre Arendt bei dieser Herangehensweise nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Denn die revolutionäre Situation wird von einer Aporie politischer Freiheit in Momenten der Neugründung stets begleitet. Die politische Freiheit als Freiheit zu einem Neubeginn ist eben ohne legitimatorische Grundlage und eben auch ohne Gelingensbedingungen. Revolutionären gründen einen neuen Maßstab des Politischen auf der gleichzeitigen An- und Abwesenheit von politischer Freiheit. Die Spontanität im Moment der Befreiung zeigt, dass politische Freiheit ohne feste Gestalt ist. Sie ist keine Idee, der eben einer einzige politischen Praxis entspricht. Sie ist eher so etwas wie die Voraussetzung und die Erfahrung in den unmittelbaren politischen Aktionen. Und damit ist sie eben im Vollzug revolutionären Handelns erfahrbar und bildet sich in der fragilen Form dieses Handelns ab. Es ist eben eine Erfahrung von Möglichkeit und Entzug. Die Vermutung stand nach diesem Befund für mich im Raum, dass es ein Zusammenhang zwischen der gründend abgründigen Dynamik revolutionären Handelns und der Möglichkeit, eine Ordnung der Freiheit zu gründen gibt, der eben noch nicht ausreichend theoretisch erschlossen wurde. Also wie ich jetzt gerade gezeigt habe, sieht auch Arendt eine Gefahr an der Befreiung, weil sie anarchische und präpolitische Kräfte freisetzt. Jedoch ist eben die Destruktion einer ungerechten Ordnung eine zentrale Voraussetzung, um Raum für die Möglichkeit des Neuen überhaupt zu haben. Zerstörung und Destruktivität sind also Merkmale einer Revolution und damit zentral, um die Dynamik revolutionären Handelns zu erklären. Mit Hegel kann die Erfahrung der Spontanität als eine Erfahrung mit einer spezifischen Negativität gedeutet werden. Diese Negativität kann man an Hegels Diagnose über die französische Revolution nachvollziehen. Die Befreiungstat der französischen Revolutionäre bringt nach Hegel die absolute Freiheit hervor, die für ihn ohne Gründungskraft für eine politische Organisationsform ist. Die Entfesselung der absoluten Freiheit eröffnet eine Dimension der Negativität, der die Möglichkeit zur Gründung, also zum dialektischen Durcharbeiten der Krise, die die französische Revolution selber hervorbringt, fehlt. Die Entfesselung absoluter Freiheit ist die Unform der Freiheit, die Hegel der französischen Revolution diagnostiziert. Als absolute Freiheit ist sie für ihn destruktiv und wird von ihrer eigenen Destruktivität heimgesucht, wodurch sie letztlich auf sich selbst zerstörerisch zurückwirkt. Mit Hegels Diagnose sieht es so aus, als könnten die Revolutionärinnen aus ihren spontanen Handlungen nichts gründen. Wenn die Negativität in den revolutionären Handlungen ihre Wirkungsweise voll entfaltet, dann gibt es nichts als eine leere Perpetuierung einer radikalen Offenheit, die in einen unendlichen Zirkel der Zerstörung mündet. Ich zitiere Hegel, Hegel sieht durch das Handeln der Revolutionärinnen also diese destruktive Dynamik der Furie des Verschwindens aufkommen. Es gibt bei den Revolutionären keinen Zweifel an ihren Setzungen, keine Auseinandersetzung, durch die sie die Widersprüche ihres Handelns durcharbeiten würden. Sie nehmen die Widersprüche, so Hegel, die sie hervorbringen, gar nicht wahr. Die dialektischen Auseinandersetzungen, die sich zwischen den Ideen der Einzelnen auf der abstrakt-theoretischen Ebene mit der real-praktischen Ebene des Handelns ergeben, werden nur negiert. An ihre Stelle rückt ein leeres Setzen. Ich zitiere nochmal Hegel. Zitat Ende Die reale Organisation der Gruppierungen und Institutionen wird durch die Zerstörungskraft der leeren und abstrakten Allgemeinheit aufgezehrt. Das bedeutet, dass das revolutionäre Geschehen sich auf die abstrakt-ideelle Ebene zurückzieht und die widersprüchlichen Brechungen in das Kräftefeld, also in Praktiken, übergeht. Die Allgemeinheit ist der Standpunkt des Subjekts, das sich nicht mehr in Verhältnis zu seiner Handlung und damit auch nicht mehr ins Verhältnis zu den anderen Handelnden setzt. Dadurch stehen sich zwei Abstrakter gegenüber, die keinen Bezug mehr zueinander haben, weil sie in keiner Auseinandersetzung mit der Brechung in praktische Handlungsvollzüge einerseits und damit in keinem Verhältnis zu den Positionen anderer Subjekte andererseits stehen. Aber Hegel sieht auch in der Extremsituation der französischen Revolution ein Potenzial, das in der Erfahrung radikaler Offenheit liegt. Denn durch diese Erfahrung können die Subjekte sich über ihr revolutionäres Handeln als Fokalpunkt der Ordnung erkennen. Das revolutionäre Handeln ist zwar die Begegnung mit einer radikalen Offenheit, aber diese Begegnung ist keine inhaltliche Lehre, Erfahrung. Die Unterbrechung und Störung, die durch die Erfahrung radikaler Offenheit zustande kommt, kann die produktive Dimension dieser vermeintlichen Lehre erhellen. Und mit Friedrich Schiller kann man, finde ich, diese produktive Seite etwas noch sichtbarer machen. Denn mithilfe seiner Theorie kann die Erfahrung, die den transitorischen Moment begleitet, als produktive Erfahrung mit der Abgründigkeit, als radikale Offenheit des revolutionären Moments gedeutet werden. Die Erfahrung der Befreiungsfreiheit, also der Spontanität, wird dadurch als gestalterische und schöpferische Erfahrung von Negativität im Sinne von Unbestimmtheit deutbar, also eine produktive Dimension in der Negativität, die über die Spontanität erfahren wird. Diese Unbestimmtheit ist eben nicht leer und ohne Inhalt, weil sie die Erfahrung von einer eigenen Dimension der Widerstandskraft für die Subjekte bereithält. So kritisiert Schiller die französische Revolution als falschen Versuch, die ideale politischer Freiheit umzusetzen. Trotzdem ist in seinen ästhetischen Briefen, also gerade in seiner ästhetischen Theorie, eine Beschreibung enthalten, die ich als Aufweis der produktiven Erfahrung der Spontanität sehr erhellend finde. Wie viel Zeit habe ich ungefähr noch? Wie viel Zeit habe ich ungefähr noch? Noch 10 Minuten? Ach super, ja dann. Schiller geht davon aus, man müsste die Effekte, die die Spontanität auf die Subjekte hat, erst üben, bevor man sie in das Politische und die Formen des Politischen einfügt. Freiheit ist für Schiller wesentlich von einer Dimension der Unbestimmtheit also geprägt. Aber diese Dimension der Unbestimmtheit ist keine Erfahrung, die dem Subjekt einfach zu handen ist. Die Möglichkeit des Subjekts, sich aus Bestimmungen herauszunehmen, führt zu der Erfahrung der Freiheit, die meines Erachtens eben der im Befreiungsmoment ähnelt und mit der man eben die im Befreiungsmoment auch beschreiben kann. Also Schiller liefert uns ein theoretisches Equipment, um diese Spontanität beschreibbar zu machen. Sie sind durch ihre Sinnlichkeit unmittelbar an die Welt- und Lebensverhältnisse gebunden, die Subjekte. Ohne Reflexion werden sie von der Verhaftung über die Sinnlichkeit in die Materie hinein sozialisiert, die sie vorfinden. Die Sinnlichkeit der Subjekte ermöglicht ihnen, sich in Beziehung zur Welt und zu den anderen Menschen zu setzen, aber sie ist auch eine Begrenzung der Subjekte, denn sie sind dem Drängen der Sinnlichkeit ausgesetzt. Zum anderen wird das Subjekt von seiner rationalen Seite aus diesen unmittelbaren Welt- und Lebensverhältnissen herausgenommen. Die Vernunft bestimmt das Subjekt in eine andere Verhaftung wie die Sinnlichkeit, aber sie bleibt dennoch eine unfreiwillige Verhaftung, denn die rationale Seite der Subjekte würde diese aus der Materie herausnehmen und auf die abstrakt theoretisch operierende Seite der Vernunft ziehen. Während die Sinnlichkeit die Subjekte eben in die Materie oder in die Sinnlichkeit verhaftet und sie begrenzt, sind sie durch die theoretisch operierende Vernunft ebenfalls überbestimmt, weil es hier zu einem leeren Rigorismus der gesetzgegebenden Vernunft kommen kann. Deswegen muss es für das Subjekt eine Möglichkeit geben für Schiller, wie es weder nur in materielle Verhältnissen verhaftet ist, noch nur von der Vernunft bestimmt wird. Schiller führt deswegen über die ästhetische Erfahrung von Kunstwerken den Moment des Spiels ein. Und das, was eben Schiller nur an Kunstwerken durch erklärt, glaube ich, ist eine Erfahrung, die sich genauso im revolutionären Handeln auch finden lässt oder einen Aspekt dieses revolutionären Handelns beschreibbar macht. Er spricht von einer weiteren Kraft, die sich im Subjekt finden lässt, die er den Spieltrieb nennt. die er aber auch mal Einbildungskraft oder Willen nennt. Was Schiller auf die Erfahrung im ästhetischen Zustand begrenzen will, ist eben auch in der Erfahrung von Spontanität revolutionären Handelns am Werk. Der Spieltrieb setzt das Subjekt aus den Bestimmungen durch die Kräfte der Sinnlichkeit und der Vernunft frei. Es kommt durch den Spieltrieb oder die Wirkung des Spieltriebs mit einer Dimension der Unbestimmtheit in Kontakt. Das bedeutet, dass die ansonsten gebundenen Kräfte ihrer einseitigen Wirkungsweise enthoben werden. Es kommt hier zu einer positiven Erfahrung der Negativität, die für Hegel in der französischen Revolution noch keine ausgeprägte konstruktive Wirkungskraft hatte. Diese Negativität beschreibt Schiller interessanterweise in ihrer basalsten Wirkungsweise als eine Art von Irritation der ansonsten einseitig wirkenden Kräfte des Subjekts. Der Spieltrieb zeigt sich für ihn zunächst in einer sehr animalisch-wilden Form, nämlich in ungeregelten Fantasiespielen des Geistes, die das Bestimmtsein des Subjekts durchbrechen. Diese Fantasiespiele sind zwar eine animalische Form der Einbildungskraft, trotzdem sind sie die Vorstufe der selbstwirkenden Tätigkeit der Einbildungskraft. Ich zitiere aus Schiller. Die mehresten Spiele, welche im gemeinen Leben im Gange sind, beruhen entweder ganz und gar auf diesem Gefühle der freien Ideenfolge oder entlehnen doch ihren größten Reiz von demselben. So wenige es aber auch an sich selbst für eine höhere Natur beweist und so gerne sich gerade die schlaffesten Seelen diesem freien Bilderstrome zu überlassen pflegen, so ist doch eben diese Unabhängigkeit der Fantasie von äußeren Eindrücken wenigstens die negative Bedingung des schöpferischen Vermögens. Nur indem sie sich von der Wirklichkeit losreißt, erhebt sich die bildende Kraft zum Ideale und ehe die Imagination in ihrer produktiven Qualität nach eigenen Gesetzen handeln kann, muss sie sich schon bei ihrem reproduktiven Verfahren von fremden Gesetzen freigemacht haben. Zitat Ende. Die Unabhängigkeit der Fantasie ist also eine negative Kraft, die gegenüber der positiven Gesetze und Ideale schaffenden Kraft im Menschen wirksam werden kann oder ist. Die negative Kraft einer inneren Freiheit, die sich ohne von äußerer Materie abhängig zu sein, als Teil der Einbildungskraft im Subjekt findet, ist die Vorbedingung für die Kraft, die sich bilden kann, die Ideale schaffen und Gesetze hervorbringen kann. Dann während der freie, ungeregelte und von unmittelbaren Wahrnehmungen freie Bilderstrom die negative Möglichkeit der Einbildungskraft sei, kommt es in der positiv schöpferischen Seite der Einbildungskraft aus dieser Lehre heraus zu dem, Zitat, Versuch einer freien Form, den Sprung zum ästhetischen Spiele. Zitat Ende. Beide Kräfte, sowohl die negative der freien Assoziation als auch die formierende als konstruktive Wirkung der Freisetzung wirken im Spieltrieb. Diese negative Kraft wird bei Schiller im ästhetischen Zustand in ihrer Wirkung vom Subjekt erfahren und diese Erfahrung ist die Erfahrung der Quelle der Freiheit, die im Subjekt eine antistrukturelle Kraft bezeichnet. Es kommt durch das Fantasiespiel zu einer Irritation, einer Unterbrechung, die es dem Subjekt von hier aus ermöglicht, eine negative Erfahrung von Unbestimmtheit zu machen, die aber gerade konstruktiv für die Möglichkeit der Freiheit des Subjekts ist. Das Problem mit Schiller ist aber, dass er diese Herausnahme des Subjekts aus allen bestimmenden Bedingungen nur in der ästhetischen Erfahrung sieht. Für ihn gelangt das Subjekt nur dann in eine bewusste Erfahrung dieser Potentialität der Unbestimmtheit, wenn es die Schönheit von Kunstwerken erfährt. Trotzdem liefert er eine Beschreibungsweise der Erfahrung derjenigen Spontanität, die im revolutionären Handeln von den Subjekten unmittelbar ausgelöst und anschließend erfahren wird. Gerade durch Schiller wird die Negativität, die vermeintliche Erfahrung einer leeren, radikalen Offenheit, als eine produktive Unterbrechung für das Subjekt erschließbar. Die Erfahrung von Negativität im revolutionären Handeln kann somit gerade durch die extreme Wirkung auf die Subjekte und die anderen Handelnden als entsetzend, wie es Hegel beschrieben hatte, und Entzug der bisherigen Ordnung, also als Herausnahme aus allen gewohnten Strukturen, ein Erkenntnisgewinn für die Subjekte über ihre Handlungsfähigkeit bereithalten. Sie erfahren ein Erkenntnisgewinn über ihre Freiheit durch die Erfahrung von revolutionärer Handlungsfähigkeit. Sie erfahren die Möglichkeiten ihres Handelns anders und neu und können dadurch von passiven Teilnehmerinnen zu Handelnden werden. So vermittelt die durch die Handelnden hervorgebrachte Abgründigkeit das Subjekt mit seiner Möglichkeit revolutionär handlungsfähig zu sein. Ich komme zu meinem Fazit. In diesen die Wirkung der Ordnung suspendierenden Handlungen kommt es also zur Erfahrung einer neuen Art der Handlungsmacht. Diese Erfahrung ergibt sich über die gründend abgründige Dynamik des revolutionären Handelns, denn die Handlungen sind spontan, setzen etwas Neues, das erst im Nachhinein von den Handelnden anzueignen ist. Dabei kann dieses Neue ein noch ungeformter Ausdruck, ein noch unbewusster Wunsch der Handelnden sein. Sie erfahren über die Spontanität ihres Handelns eine innere Dimension der Negativität. Sie verknüpfen diese dann spontan in der Situation so, dass daraus ein unterbrechender, ja, revolutionärer Akt werden kann. Erst die Erfahrung des eigenen Handelns als wirksam, als etwas, das ein Kontinuum unterbrechen kann, ermöglicht den Subjekten einen Zugriff auf die innere Dimension ihrer Erfahrungen, die bisher nur negativ, also als Leiden, Ungerechtigkeit empfinden, vielleicht als Empörung und sogar völlig unbewusst in einen diffusen Zustand der Unruhe vorlagen. Diese Dynamik aus Gründungen in Spontanität, die auch eine Erfahrung der Abgründigkeit als Negativität enthält und dadurch auch erst ausgelöst wird, dass die Subjekte neue Forderungen, neue Formen politischen Handelns aus der Erfahrung, können die Subjekte neue Forderungen, neue Formen politischen Handelns aus der Erfahrung in diesen revolutionären Handlungsakten erarbeiten. Die Wirkungen der Spontanität bilden dabei das Scharnier, über das die Subjekte einmal ihre Handlungen setzen, aber ebenso in einem weiteren Prozess ausgestalten. Sie ist also eine fragile Brücke zwischen der Innerlichkeit der Subjekte und dem äußeren Bezugsgewebe. In der Revolution bedeutet dies, dass die präpolitischen Gründungskräfte Resultat dieser Dynamik sind, aber zugleich eine Herausforderung, über diese nun die Formierung neuer politischer Formen anzustoßen. Diese Formierung geschieht nicht allein, sondern in Auseinandersetzung mit anderen und mit den eigenen, vor dem Handeln teils ungekannten, teils völlig anders erahnten Impulsen, Wünschen und Ideen. Dieses neue Verständnis revolutionären Handelns fällt für mich mit einer neuen Weise, das politische zu verstehen zusammen. Denn nach meiner Ausfassung sollte es grundsätzlich in politischen Prozessen Orte und kollektive Praktiken geben, die eine Sensibilität gegenüber dieser Art von Unabsehbarkeit im Handeln haben. Gerade wenn die Aporie politischer Freiheit nicht stets wieder aktualisiert und reflexiv eingeholt wird, also die Fragilität der Vollzugs vom revolutionären Handelns nicht Eingang in politische Praktiken und Verfahren findet, ist die Möglichkeit politische Freiheit als stets mögliche Erfahrung zu erhalten bedroht. Denn in der Gründungskraft dieses Handelns liegt ein kreatives Reservoir für die Bildung einer Ordnung der Freiheit bereit. So ist meine These, dass die grundsätzliche Abgründigkeit der Ordnung gegenüber den Subjekten, der Subjekte gegenüber der Ordnung und der Subjekte gegenüber den Subjekten eine Entzogenheit aufweist, die man für das Politische stets nur durch revolutionäre Handlungen und vielleicht durch Revolution für einen gemeinsamen Raum des politischen Gestaltens dicht und erfahrbar machen kann. Und davon lebt das Politische. Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Was ich nicht machen wollte war, oder was ich jetzt genauer erklären muss, ist, ich wollte nicht sagen, dass man die Situation, die Schiller beschreibt, eins zu eins auf die Situation der Revolution übertragen kann. Aber ich wollte in gewisser Weise diese, dass das in der Handlungsfähigkeit erfahren wird, damit beschreiben oder glaube, dass man das damit ein Stück weit beschreiben kann, was da passiert. Und was ich genauer beschreiben wollte, war eigentlich diese Wirkung von Negativität, die eigentlich durch Spontanität überhaupt erst ausgelöst wird. Diese innere Dimension ein bisschen weiter beschreibbar zu machen und dafür ist mir dieser Spieltrieb eigentlich ein theoretisches Beispiel oder gibt mir einfach so einen theoretischen Stoff, um das überhaupt ausdrücken zu können. Ich glaube den zweiten Teil der Frage den habe ich noch nicht ganz genau, da müsste ich nochmal eine Erläuterung zu kriegen, also dieses mit der Negativität und der Positivität, was Sie gesagt haben, da habe ich nicht. Oder ich schreibe mir die Frage nochmal weiter auf. Also ich glaube was wichtig ist, ist ja, dass diese Erfahrung eben keine ist, die unbedingt angenehm oder besonders positiv sein muss, sondern gerade dass es eine sein kann, die auch einem unheimlichen, also quasi was bei Burke dann später das Erhabene ist, genau das kann man auch in dieser Situation erfahren und erfährt man, man kann sich über seine eigenen Handlungen erschrecken und über das, was passiert und wenn man sich die aber dann wieder über die, über so einen Moment von, also man setzt quasi ein Stück weit das unmittelbare drängende Situation aus und guckt sich dann nochmal die Situation über die eigene Erfahrung mit seinem eigenen Handeln an, dann kann man eben auch eine andere Form von Reflexivität auf diese Negativität bekommen, mit der man eventuell nicht weiterarbeiten möchte, also dass man sagt, das ist revolutionäre Gewalt, das ist eine Folge meiner Handlung, die ich eigentlich nicht beabsichtigt habe und kann mich gerade über das Erschrecken bei meiner eigenen Handlung eigentlich auch entscheiden, an welchen Stellen ich weiterarbeiten will und an welchen nicht. Jetzt habe ich die Frage besser verstanden. Danke. Deswegen kann man letztendlich ja auch nur im weiteren Gestalten der revolutionären Situation überhaupt wissen, inwieweit die jetzt politische Freiheit verwirklicht oder Terror. Also diese Ambivalenz bleibt ja beim Durcharbeiten immer auch erhalten ein Stück weit und gerade den Punkt, den Sie als erstes gemacht haben, dass Revolution einen Schritt machen ist, ich glaube, das ist auch für mich so ein ganz wichtiger Punkt, dass sie sozusagen ein Sprung ist oder etwas ins Werk setzt, dass die Spontanität etwas ins Werk setzt über das Handeln. Das ist ja genau der zentrale Punkt meiner These. Vielen Dank für die. Ja, das ist ja eine ganz interessante Spannung, glaube ich, auch zu Ihrer These. Auf jeden Fall, ich glaube, gerade dieses Moment von Suspensionen oder Aussätzen, was Sie, glaube ich, jetzt beschrieben haben, das ist für mich, glaube ich, ganz interessant an Schiller und wo ich auf die Frage quasi, was wäre mein Vorschlag, wie revolutionäres Handeln besser diesen Umgang mit Spontanität und Erfahrung von Negativität machen könnte, wäre, glaube ich, einer meiner Antworten auch, sie müsste sich sozusagen genau versuchen, diese Aufhebung der Zeit in der Zeit irgendwo zu installieren, dass das möglich für Räume zu schaffen, in denen das sozusagen möglich wäre und ich weiß nicht, so jemand wie Rebecca Komei zum Beispiel sagt, man muss einfach, man muss auch trauern können über das, was in der Revolution nicht funktioniert hat und über das, über diese Gewalterfahrungen, die auch mit vorhanden waren, weil wenn wir das nicht tun, dann übergehen wir die eben auch wieder und arbeiten die nicht durch und werden womöglich die gleichen Fehler wiederbegehen und sich so zu fragen, was wäre Revolution als eine Form von Trauererfahrung oder wo kann man sie überhaupt aussetzen, die revolutionären Ereignisse, die ja eigentlich immer so unmittelbar sind, drängend und sich gar nicht so aussehen, als ob man die aussetzen könnte, das finde ich, glaube ich, auch eine ganz spannende Idee, weiterzudenken und vermute, dass das gut, glaube ich, auch zu dem passt, was Sie jetzt gesagt haben, dass mich deswegen der Schiller interessiert. Ja, vielen Dank, also das muss ich jetzt Anregung jetzt annehmen, in meinem Buch, was hoffentlich dieses Jahr noch rauskommen wird, mache ich das anhand von Antigone, also schon an einem dramatischen Text, aber eben nicht an Schiller. Ja. Gar nicht. Nein. Ja, ich glaube, ich glaube, mir ist die Stoßrichtung Ihrer Frage noch nicht ganz klar, aber was ich auf jeden Fall zum ersten Teil irritierend fand, dann hänge ich, glaube ich, auch noch, dass Sie gesagt haben, in der arabischen Revolution gab es keine Zerstörung, weil das stimmt nicht. Also, ja, später schon, aber auch schon zu Beginn hat sie ja ausgelöst durch die Selbstverbrennung des Gemüsehändlers letztendlich, also ist eigentlich schon der Gründungsakt dieses Ereignisses, wenn man einen nennen will, wird er ja meistens da verortet und ein schon in sich extrem gewaltvoller Akt. Ja, die anderen Fragen schreibe ich mir aufgeschrieben. Vielen Dank. Gut, dann ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir machen jetzt eigentlich gar keine Pause, also nur eine ganz, ganz... ... ... ...deutet hatte, weg von eher politischen Fragen hin zu dem, was schon auch ein Klassiker in der Philosophie und Philosophiegeschichte ist, nämlich wissenschaftliche Revolution. Da kommen wir dann in einen anderen Bereich, den wir aber auch bedenken wollen. Isas Schwerpunkte liegen eben in der Wissenschaftstheorie, in der Epistemologie, im Problem des Relativismus, aber auch bei solchen Leuten, die eben in diesem Feld gearbeitet haben, unter anderem der hier in Zürich nicht ganz unbekannte Paul Feierabend. Und sie schreibt gerade eine Dissertation auch in diesem Bereich. Ich weiß nicht, ob der Titel noch aktuell ist, was, wenn nicht Wahrheit, Fragezeichen, Probleme und Potenziale des Relativismus. Und da kommen eben Fragen von Kuhn und wie es dann eigentlich mit wissenschaftlicher Revolution eigentlich aussieht und wie sie geschaffen sind, wohl auch vor. Jetzt hören wir aber einen Vortrag zum Titel Theorie der Revolution, der Theorie. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast das Wort und musst nur noch ein bisschen gerne machen. Ich glaube, es ist an. Genau, wissenschaftliche Revolutionen kommen bei mir, aber gar nicht so prominent vor. Und von daher ist dieser Anlass für mich insofern sehr dankbar gewesen, dass ich eine Frage, die ich schon länger im Kopf habe, aber noch nie einen Anlass dafür hatte, die konkret auszuformulieren, ihn jetzt einmal vorzustellen. Von daher ist es keine Theorie der theoretischen Revolution, auch wenn man den Titel vielleicht in die Richtung deuten könnte, sondern mir geht es eher darum, ein, zumindest für mich, immer wieder auftauchendes Spannungsverhältnis, im Reimport des Begriffes Revolution in die Theorie einmal zu testen. Das hat im Wesentlichen so etwas, teilt sich etwas auf in zwei Fragen. Erst einmal ist der Revolutionsbegriff in der Anwendung auf theoretischen Wandel, auf Wandel der Wissensinhalte, auf Veränderungen und eben halt auf deine diskontinuierliche Entwicklung der Wissensinhalte, ist dafür der Revolutionsbegriff ein geeigneter. Ich werde das an drei Komplexen kurz anreißen. Einmal anschließend jetzt vielleicht zumindest in diesem Punkt an den vorhergehenden Vortrag in Bezug auf den Zeitpunkt oder auf die Ursache oder den Auslöser derselben und dann gewissermaßen, weil es sich hier ja wirklich eher um ein Feld der retrospektiven Narration handelt, ergänzend durch die Frage danach, wie kann man eine Revolution im theoretischen Feld definieren, durch vermittels der Differenz, die zwischen einem und einem folgenden Zustand diagnostiziert wird. Dann zu dem etwas sperrigen Titel, ich entschuldige mich dafür, zu der Theorie der Revolution der Theorie. Welche Auswirkungen, wie stimmig ist der Begriff, wie stimmig ist ein Konzept, dass theoretische Veränderung im Feld der Wissensanhäufung in sich selbst, wie tragfähig, stringent ist so ein erkenntnistheoretisches Konzept. Da stellt sich die Frage, ob das eventuell selbst eine revolutionsresistente Position ist, die damit vertreten wird. Wir haben als Vorbemerkung schon Differenzierteres gehört über den Begriff der Revolution und werden sicher noch Differenziertes und Detaillierteres hören. Es ist wirklich nicht mein Schwerpunkt, über wissenschaftliche Revolutionen zu sprechen, sondern halt das gleich vielleicht vorweg, zwar über die Diskontinuität von Wissensentwicklung, aber in einer anderen Begrifflichkeit. Ich werde auch, ich glaube, dass mein Vortrag am explizitesten im theoretischen Feld angesiedelt ist, trotzdem keine umfassende Darstellung dieser Haltung bieten können. Das ist eine exemplarische Betrachtung und wie gesagt eine Frage. Zuerst einmal, wie kann man sich so eine theoretische Revolution, ich habe versucht, das in einer einfachen Skizze darzustellen. Wie kann man sich das vorstellen? Man hat die, ganz schematisch sind das jeweils Zustände innerhalb der Kreise von Auffassung innerhalb einer bestimmten Disziplin oder innerhalb eines bestimmten Bereichs einer Disziplin, so könnte man das fassen. Die Fs als Fakten, die innerhalb wiederum verbunden sind. Dazu gibt es eine Zeitleiste und wenn der mittlere Kreis in dem jetzt all diese Zusammenhalte wegfallen, als ein Ungeordneter betrachtet wird, dann wäre das zum Beispiel im Kuhnischen Modell erst einmal eine Revolution. Man braucht also zuerst mal einen Zeitpunkt, den man bestimmen muss, diesen Bruch auf der Pfeil. Das ist naturgemäß im Bereich der Theorie weitaus schwieriger. Ich komme gleich noch dazu, vor allem, weil es keine Intentionalität gibt, an der man es festmachen kann. Ich glaube nicht, dass es stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, ob es denkbar ist, dass man sich eine theoretische Revolution wünschen kann. Man kann natürlich parallel zu der Situation im politischen sozialen Feld mit einem Leidensdruck konfrontiert sein, der zwar vielleicht auch ganz anders dimensioniert ist, aber trotzdem die Insuffizienz der eigenen Theorie betont, indem viele Inhalte, die eigentlich erklärt werden sollen oder für die man eine Lösung finden will, mit vermittelten Instrumenten, die man hat, nicht gelöst werden können. Natürlich würde man sich in einem solchen Fall andere Instrumente wünschen oder erweiterte Instrumente, aber einen vollständigen Bruch, einen radikalen Bruch, ich glaube, dass das ein schwieriger Punkt ist. Das heißt, man muss einen Zeitpunkt definieren. Bei Kuhn funktioniert das und das ist ein Unterschied zu anderen Bereichen, weniger als ein Datum, sondern als ein Phasenmodell. Und das ist an sich ja schon mal ein vageres Konstrukt, als dass man ein konkretes Datum benennen könnte, wo etwas angefangen hat. Natürlich gibt es da Spielräume, aber es gibt trotzdem einen Zeitraum, der leicht einzugrenzen ist. Ein weiterer Punkt damit ist, dass man versucht, eine Ursache zu finden oder zu benennen, was bei Kuhn jetzt ganz exemplarisch mit dem Begriff der Anomalie liegt. Man hat ein Phänomen, das entzieht sich der Möglichkeit, es mit den vorhandenen Mitteln zu erklären, zu begreifen, zu fassen und innerhalb des Theoriekonstruktes, was vorhanden ist, einzufügen und bemerkt dies. Das wäre vielleicht etwas, wo man halt eine Ursache zumindest auch schon im Prozess und nicht nur retrospektiv ausmachen könnte. Dann gibt es bei Kuhn noch zwei weitere Konzepte. Das wäre jetzt eine Frage, die zwar außerhalb ist, die aber schon wahrnehmbar ist. Dann gibt es noch eine Möglichkeit der weiteren Fassung. Was macht jetzt eine Veränderung zu einem potenziellen Kandidaten für einen Begriff der theoretischen Revolution? Und zwar, indem man gar nicht so sehr auf das Ereignis oder den Auslöser guckt, sondern halt eben auf die Differenz oder die Differenz oder die Ähnlichkeit von Zuständen innerhalb einer Entwicklung hier dargestellt dann durch das, dass man sagt, von ersten zum zweiten Zustand ist die Schnittmenge, sind die Vorbedingungen, das Paradigma in irgendeiner Weise gegeben. Dann gibt es zwischen zwei und vier einen Bruch, der es nicht mehr ermöglicht, diese Konzepte in eins zu legen, ob man das jetzt in Übersetzung fasst oder mit sonstiger Art von Inkommensurabilität belegt. Das ist allerdings, führt das direkt zu einem gewissen oder zu dem Punkt, der im Grunde genommen in Bezug auf das Revolutionsmodell in der Theorie in Bezug auf Kuhn am meisten diskutiert worden ist, denn gerade die Begriffe Inkommensurabilität und Paradigma, also das gleiche Vorzeichen und die völlige Unmöglichkeit, die Theorien ineinander abzubilden, sind sowohl bei Kuhn zugestandenermaßen durch ihn selbst als auch immer noch in der Diskussion schwer zu greifen. Und das ist etwas, was mit dieser Art von Abbildung des Wandels schon ein wesentliches Problem abbildet. Man kann diese selben Kreise jetzt sehr viel unübersichtlicher und das ist auch wiederum das Problem, auch so sehen, dass man man kann natürlich hier den Bruch sehen, man könnte ihn aber auch an einer anderen Stelle sehen in der Zeitleiste. Man könnte das alte Fragezeichen als Auslöser nehmen oder ein anderes. Man könnte sagen, hier ist der Unterschied oder da ist, ich bin in der Stadt. Das heißt also, die Begriffe bei Kuhn sind sehr trennscharf, sind sehr starke Instrumente, wogegen sich, vor allem im zeitgenössischen Bild der Wissenschaftsphilosophie tendenziell eher ein so etwas unübersichtlicheres Bild zeigt. Was meines Erachtens auch plausibel ist, wir können das diskutieren, welche Vorteile und Nachteile damit einhergehen, denn Wissenschaft ist ja zumindest, gehe ich jetzt hier mal von der Hypothese aus und auch das kann man natürlich diskutieren, ein Unterfangen, was generell mit Fragen konfrontiert ist und mit Fragen arbeitet, die eben noch nicht vollständig erklärbar sind. Wissenschaft beschäftigt sich immer in irgendeiner Weise mit dem, was noch nicht gewusst wird, sonst das, sich anders zu denken, dass einmal in der Geschichte einer Disziplin ein wesentliches Problem auftaucht, damit ist das, ist die Möglichkeit, ein konventionelles, normales Rätsellösen, Rätsellösen, wie Kuhn es nennt, dann eine Umbruchphase. Es ist die Frage, wenn Wissenschaft nur Rätsellösen ist, die Anwendbarkeit ist meines Erachtens nicht sehr groß. Man könnte halt eben auch sagen, Wissenschaft ist ein Prozess, der sich dann in schleichender Manier eher permanent selbst der Veränderungen und Diskontinuitäten unterworfen sieht. und der Preis, um diese Begriffe, Revolutionsbegriff anwenden zu können, wäre, dass man halt absolute Heterogenität, absolute Homogenität definieren müsste und festlegen und halt eben auch festlegen, welcher Grad von Abweichung, welcher Grad von Differenz ist. Genau derjenige, der nicht nur für eine Disziplin, sondern eben auch, wenn es eine gewisse Erklärungskraft haben soll, möglichst für viele Disziplinen, ein interessantes Instrumentarium ist, um nicht nur die Geschichte zu beschreiben, wie man sie jetzt sieht, sondern auch natürlich damit zu sagen, was ist der Charakter, die Natur von Wissenschaft oder von Wissensakquise generell. Ich komme zu einem im fließenden Übergang zu der zweiten Frage. In dieser Hinsicht, in dem es die Begriffe vielleicht etwas zu scharf formuliert sind, zu radikal sind, um der etwas kontinuenteren, komplexeren Entstehung wissenschaftlichen Wissens gerecht zu werden, gibt es einen anderen Aspekt, in dem die ganze Theorie, die erkenntnistheoretische Haltung, dass es wissenschaftliche Revolutionen gibt, wiederum sehr wenig radikal ist. Man kann also die Position natürlich einnehmen und sagen, es ist möglich, das zu definieren und man rettet damit etwas Wesentliches, indem man zwischen 1 und 2 hier und 4 und 5 von Phasen ausgeht, die kontinuierlich sind, in denen eine lineare Entwicklung, rein akkumulatives Vorgehen möglich ist, sind diese Phasen gewisserweise auch etwas, was der Wissenschaft einen rationalen, verstehbaren Charakter gibt. Während wenn und indem man in gewisser Weise mit der Revolution etwas aus dieser Rationalität heraustrennt, kann man klar umreißen, das hier ist ein irrationaler Vorgang oder halt eben ein regelloser, unverhersehbarer, während die Grundzüge dessen, wie wir versuchen, die Welt zu verstehen, dennoch regelhaft beschrieben werden können. Da stellt sich die Frage, kann man das wirklich miteinander, kann man seine Position vertreten? Und das ist ein anderer Teil der Frage, die ich an die Theorie der Revolution, der Theorie habe. Denn man muss einen Preis dafür zahlen und der ist meines Erachtens, man muss den eigenen Standpunkt hier durch diesen urbigen Wissenschaft, was jetzt hier eine andere Disziplin ist, die auf etwas anderes guckt, gewissermaßen davon ausnehmen, dass sie auch selbst radikalen Wandlungsprozessen unterworfen ist. Man könnte, und das ist natürlich etwas überspitzt formuliert, sagen, man muss selbst eine revolutionsresistente Position einnehmen, um anderen Disziplinen Revolutionsanfälligkeit diagnostizieren zu können. Das ist halt die Frage, ist das plausibel? Kann man radikalen Wandel in der Geschichte des Wissens beschreiben mit Begriffen, die diesem Wandel nicht unterlegen sind? Wenn man sich der Allgemeinverbindlichkeit der Inhalte des Gegenstands der Erkenntnis theoretischer Betrachtung in Diakoner Perspektive nicht sicher sein kann, kann man sich dann der Allgemeinverbindlichkeit der beschreibenden Konzepte sicher sein. Das ist hier besonders deutlich, weil wenn man ins theoretische Feld guckt, dann steht halt eben eine theoretische Disziplin, einer anderen theoretischen Disziplin als Betrachtende gegenüber, während wenn man auf das praktische Feld guckt, hat man diesen scharfen Kontrast nicht. es würde halt bedeuten, dass man ein verbindliches Set an Prämissen, Voraussetzungen, Begriffen, wie die vorhin genannten, braucht, die revolutionsübergreifend als stabil erachtet werden und auf die Kontinuität dieser Kriterien und Werte setzt. Damit sind zumindest meines Erachtens die Begriffe wie halt eben Paradigma in Kommensurabilität nicht nur in Bezug auf ihre Klausibilität und in Bezug auf ihre, die Schwierigkeit ihres konkreten Zuschnitts problematisch, sondern auch hinsichtlich ihres Status. Zudem ist das, zumindest meinem Wissen nach nicht das, was Kuhn im Sinn hat. Kuhn nimmt eine klare Trennung der Disziplinen vor. Seine Konzeptionalisierung der Revolution ist eine, die sich hauptsächlich auf die Science bezieht. die Trennung, die er vornimmt, sieht aber wiederum so aus, dass die Geisteswissenschaften zum Beispiel, der jetzt die Wissenschaftshistemiographie meines Erachtens zumindest zugerechnet werden müsste, selbst wenn man als Physiker eine solche theoretische Anstrengung unternimmt, sind deshalb nicht revolutionsanfällig, weil sie diese Normalphasen nicht aufweisen, weil sie schon vorher heterogener sind, weil es diese Art von Einigkeit, die es in den Sciences laut Kuhn gibt, phasenweise, in der Geisteswissenschaft gar nicht geben kann. Das heißt, eigentlich ist die betrachtende Perspektive schon per se instabiler. Das kommt mir zumindest so vor, daraus ergibt sich halt eine Spannung. Natürlich, wenn man nun das aufgibt, dann hat man eine Situation, die nicht nur wieder vollgepflastert ist mit die Fragezeichen weitaus schwieriger, sondern wenn man einen zusätzlichen Beobachter, wenn man annimmt, dass der eigene Standpunkt als Erkenntnistheoretiker, als Beschreiber in der Wissenschaft ebenfalls Behandlungsprozessen unterliegt, ebenfalls nicht alternativlos ist, vielleicht hat man eine dezidiert schwache Position. Man weiß, dass ob man nun Phasen der Kontinuität oder gar keine Phasen permanenten Wandel annimmt, dass diese Beschreibung eben auch eine SDA abgelöst, ersetzt, kritisiert, beanstandet werden kann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht die einzige Position ist, die bleibt, wenn man tatsächlich das Konzept ernst nimmt, dass Wissenschaftsentwicklung, dass Wissensakquise generell kein rein akkumulativer Fortschrittsprozess ist. in dieser Hinsicht wäre der Revolutionsbegriff also in einigen Teilen zu radikal, um Theorie zu beschreiben, nämlich in der Hinsicht, dass die Begriffe eine Schärfe erfordern, die schwer abbildbar ist, zu wenig radikal, indem sie im Grunde genommen die eigene Grundvoraussetzung, das Wissen disruptiven auch aus disruptiven Prozessen hervorgebracht wird, indem sie diese Position auf sich selbst nicht anwandelt. Trotzdem das wäre im Grunde die Frage, die ich habe, ist diese Frage plausibel, gibt es welche Auswege sehen Sie vielleicht da drin? Ich möchte vielleicht nur noch als Schluss hinzufügen, dass ich bei meiner Kritik an Kuhn sehr dankbar dafür bin, dass es diesen Import oder Reimport des Begriffes in das theoretische Feld gegeben hat, denn der Zauber und die mystische Aura, die den Begriff immer noch anhaftet, ist etwas, was die Idee, dass Wissenschaft überhaupt in keiner voraussehbaren, sondern vielleicht höchstens, wenn in einer Linie dann mit Fleck gesagt, in einer Zickzack-Linie sich entwickelt, diese Idee als mit dem Revolutionsbegriff weit über die Grenzen, der manchmal sehr fachspezifischen Diskussionskreise in der Wissenschaftsphilosophie hinaus verbreitet worden. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr schön, wir haben noch einige Minuten, um jetzt darüber zu kommen. Ich bin ja, ich triebe von an. Es gibt sehr viele Leute, die zu Luman forschen richtig in Bielefeld. ... ... ... ... ... ... Wenn ich es richtig verstanden habe, wäre das sehr anschlussfähig, zumindest insofern, als dies auf der oberen Ebene. Weitere Möglichkeiten wären, ähnliche Abschnitte, andere Ausschnitte zu betrachten und diese mit anderen Begrifflichkeiten zu erklären, eben unter der Annahme der Diskontinuität, der Wissensentwicklung. Ja, das ist richtig, klar. Wenn man dazu bereit ist, überhaupt das anzuerkennen, dann gibt es verschiedene Modelle oder verschiedene interessante jetzt. Und dann die vorstelle, die die das ist nicht zu standen. Hier ist eine Alfven-Pranche und die 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 vorstelle, wo das ist, Vorstelle, und das vorstelle, ist, und dann nicht mehr sein, die die vorstelle, anzuerkennen, Richtig, das ist genauso wie die Begriffe, die ich jetzt rausgenommen habe, ob das jetzt Paradigma war oder Inkommensurabilität, dasselbe bildet sich natürlich auf alle Begriffe ab, die in gewisser Weise postulieren, dass es Konstanten gibt, mit denen Entwicklung beschrieben werden kann oder Konstanten gibt, auch in denen diese Entwicklung bewertet werden kann. Natürlich, man stellt sich, wenn man sagt, von 1 zu 5, das ist ein gewisser Fortschritt, dann ist das erstmal eine Setzung, dann muss man sich dessen sicher sein, dass die Kriterien, die man dafür anwendet, getragen werden, entweder vom kompletten eigenen Diskurs oder von einer kritischen Menge an Menschen, die das auch so sehen, oder von denen, die direkt in dem Feld arbeiten, die halt eben in der unteren Disziplin sind. Man kann auch darauf referieren und sagen, wenn das von den Experten als ein Qualitätskriterium gesehen wird, dann ist es eine Art von Fortschritt. Aber es ist schwer möglich und meines Erachtens ist auch innerhalb der Konzeption von Kuhn schwer möglich, konsistent zu sagen, das ist verbindlich, als eine positive Entwicklung zu bezeichnen. Ja, ich hätte zwei Fragen und ich stelle erstmal die eine. Das hört sich bedrohlich an. Das hört sich an. die Bestimmungen des einen und des anderen an, dann hat er das Problem ja nicht, oder? Das ist die Frage, ob er das Problem hat. Es ist eine Immunisierungsstrategie auf eine Weise ja auch, so vorzugehen. Und natürlich kann man sagen, ich möchte das nicht auf mich anwenden, ich möchte den anderen Diskontinuität attestieren und möchte selbst aber als Metatheorie davon ausgenommen sein. Das kann man natürlich machen. Aber wenn man selbst dann ein Bild von Metatheorien entwirft, und das tut Kunja, dass halt eben Positionen, die nicht aus den Sciences entstammen, erstmal geringeren Anspruch auf Validität haben, wenn man das proklamiert, ist es mal ein bisschen spannungsreich, zu sagen, die Metatheorie ist von dem ausgenommen. Weil eben die Metatheorien schon dadurch disqualifiziert sind, dass sie von Anfang an eine gewisse Eindeutigkeit und Homogenität vermissen lassen. Also das wäre jetzt... Aber was ist Ihre Strategie? Ich würde sagen, Ihre Strategie zu sagen, die Trennung zwischen Metatheorien oder Werttheorien ist jetzt hier generell nicht sinnvoll, weil wir sozusagen alle im sozusagen innerhalb des gleichen Boots, ja. Also das wäre ja eine Strategie, die nicht mehr, wenn es für uns passiert wäre, von dem ist ein bisschen das sind unsere Partei. Man kann ja auch sagen, was soll, also die sind einfach eine Stipulation, eine mathematische Logik nach Wassel und dann kann man das jetzt weiter machen. Das wäre ja einfach zu sagen. Oder ist Ihre Option zu sagen, nee, im Prinzip steht das schon in diesem speziellen Fall, was Kuhn faktisch macht. Im Grunde genommen würde ich beide Richtungen vertreten. In diesem speziellen Fall halte ich es für problematisch, weil ich es innerhalb der, wenn ich von innen versuche zu gucken, aus der Kuhnischen Theorie, dann halte ich Kuhns Standpunkt selbst nach seinen eigenen Kriterien bemessen, nicht für stringent, was das anbelangt, was Metatheorien anbelangt. Was ich selbst sagen würde, wäre, ich muss das auf die Position insgesamt genauso anwenden. Ich kann, wenn ich postuliere, das ist spannungsreich, ich kenne keine gute Alternative, die mir das ohne diese kuhnische Spannung erklärt, dann ist natürlich meine Position eine genuin schwache. Dann kaufe ich mir damit ein, dafür, dass Sie mir sagen können, nein, und ich nichts darauf zu erwidern habe, das wäre der Deal. Also ich hätte noch eine zweite Frage, wenn man es sagt, es gibt so eine Deutung von von dem Michael Friedman und der führt den Kuhnian mit dem Kahn abzusammeln, mit dem späteren Kahn. Und sagt dann, was der Kuhn eigentlich macht, ist gar nicht so sehr wie wir, also fein die Leute im amerikanischen Bereich, die mal gerne lesen, das ist eigentlich gar nicht so sehr möglich in der Geschichtswissenschaft, mit der das Konstrukt von dem Ganzen, sondern es ist eigentlich ein Programm, das ein internes Programm der rationalen Rekonstruktion à la Kama betrifft, nämlich Wissenschaft rational rekonstruiert, führt letztlich zu letzten Rahmen, die überhaupt erst ermöglichen, was innerhalb dieser Wissenschaft gefragt werden kann, mit Antworten werden kann, was sinnvoll ausgesagt werden kann. Und wenn man dieses Rekonstruktionsprogramm macht und kommt in den letzten nicht mehr herleitbaren Rahmen, kann man das dann die zionistische Struktur betreiben, dann ist natürlich das Verhältnis des einen Rahmens zu dem anderen gar nicht anders denkbar, als das eines disruptiven, revolutionären Sprungs. Sie können das ja dann nicht machen. Als eine... Nein, ja. Also meine Frage jetzt an Sie, als die Wissenschaftstheoretikerin, ich gucke da ja nur so vom Rahmen drauf, wäre jetzt die Frage, erstens finden Sie das eine plausible Interpretation zwischen Programmen, ich könnte mir irgendwie schlagen, und zweitens, wenn wir das machen, oder wenn wir an dem politischen Paradigmal hängen, sind wir dann eigentlich nicht auf einem... Also kaufen wir dann nicht dieses spätpositivistische Wissenschaftsmodell ein, auch wenn das in dem historischen Gewand kommt. Und das könnte ja wieder ein Problem sein. Ich will erst mal beiden zustimmen. Irgendwie wird das ein Problem sein kann, natürlich, es sind viele in der Hinsicht ein Problem. Ich würde das in der Form nicht einkaufen, und das ist wahrscheinlich das Problem, dass man es halt trotzdem nicht notwendigerweise einkaufen muss. Ein Punkt, das ist halt eine... Es bleibt dann halt, wenn es diese Meta-Rahmen gibt, die halt eben die notwendigen Bedingungen für die Produktion von Wissen liefern, dann ist es damit ja schon genau gesagt, das sind damit Setzungen. Das sind damit Rahmen, von denen es ein paar ihres Charakters als Setzung mehrere geben kann, oder Alternative geben kann. Was ich nicht sagen würde, dass man darauf einen Revolutionsbegriff notwendigerweise ansetzen muss, natürlich hat der, vielleicht ist er etwas zu kurz gekommen, auch bestimmte Vorteile. Man muss auf jeden Fall ansetzen, dass man mit dem Begriff der Inkommensurabilität kann man an dieser Stelle sicher gut arbeiten. Okay, dann würde ich sagen, der Unterschied ist, also man könnte jetzt auch einfach klar nachsteigen, ist das einfach eine Diskussion, oder wir können versuchen, mit einer Art Verbindung zwischen diesen Rahmen und den Inkommensuraren und den Rahmen herzustellen, dann diese Verbindung kann dann aber noch in der Situation gedenkend sein. Ja, ja, klar. Der Sichtweise, das ist sicherlich jetzt auch durch diese Schematik ein bisschen nahegelegt, stimme ich generell zu, dass es so an einer Weise interessanter interpretierbar ist, also weniger als in der Plausibilitätsprüfung auf den Neib der wissenschaftstheoretischen Anwendung, sondern als Modell. Ob das deshalb dezisionistisch ist, das ist eine andere Frage, das ist halt die Frage, auf welcher Grundlage kann man dann wiederum diese Entscheidung treffen, ist die frei, kann man das unvoreingenommen tun? Genau, aber das ist jetzt vielleicht so weiter. Ich habe selber auch zwei Fragen, du hast ja ein paar Vorentscheidungen schon gemacht. Richtig. Ich habe am Anfang gewahrt. Der Kuhn, der klassisch gelesen wird, ist der der Revolution, das heißt der Disruption der Staaten-Diskontinuität. Und es gibt natürlich auch diese andere Leser, wir haben ja über die Rede mit Masterman, dass selbst bei Kuhn es gar nicht so bis so viel durchgeht, sondern er hat eigentlich eine Phänologie von langen und langzeitigen und verwirrenden und komplexen Formen der wissenschaftlichen Veränderungen in eine vollkommen andere Richtung geht als wie die Autority oder so Kuhn immer gelesen haben und diese Leser zu sagen, ist jetzt zum Standard geworden. Aber nehmen wir mal die tatsächlich zum Standard. Worin besteht jetzt, wenn man jetzt auf dieses Bild guckt, man könnte ja sagen, okay, das nehmen wir jetzt mal für wahre Münze und würde es mir zustimmen, ist meine erste Frage, dass hier verschiedene Revolutionstypen drinstecken. Das eine ist ja, dass hier neue Fakten entdeckt werden, wenn die Revolution neue Fakten, das wäre aber eine relativ einfache Leserei, weil die anderen Fakten stabil bleiben und der Vor- und der Nachkunft in dem Zustand ist ja häufig so, dass gar nicht klar ist, was die Fakten sind. Deshalb, glaube ich, ich versuche, die da anders zu positionieren. Das besteht nicht in den Fakten, sondern in Relationen von den Beobachtungen oder so. Dann könnte man das hier noch ein bisschen weiter schreiben. Das Zweite ist einfach, du hast dich sehr darauf konzentriert, dass eine andere Disziplin wiederum eine andere beobachtet und dann sagt, hier gibt es jetzt eine Form von Änderung, die wir mal die Revolution nennen können. Und um das sagen zu können, gibt es bestimmte transzendentale Voraussetzungen, nämlich selber revolutionsabwehrt zu sein oder resistent, wie du das genannt hast. Aber Revolutionen sind ja häufig, und so habe ich auch Kuhn verstanden, der nur aus der Physik kommt, selbst beschreibt. Also könnte es ja auch sein, mindestens. Richtig. Dann hat man das oder gar nicht. Oder dann gehört das mit in die Geschichte. Dann hätte man aber dann, wenn man das, auch das für Barer Münzen nimmt, was du gesagt hast, müsste man halt immer den Widerspruch zwischen einer revolutionären Situation und einer revolutionsresistenten Position. Das kann ja beides, du kommst auf den Bode, wo es ist. Also das wäre meine Meinung. Okay. Erstmal zur zweiten. Das wäre natürlich, das ist natürlich eine elegante Position. Wenn man behaupten kann, es handelt sich hier eben nicht um zwei Disziplinen und das ist ja eben auch was, was Kuhn auch nahelegt, was auch Fleck nahelegt, Feierabend sogar auch, würde ich fast sagen, gewissermaßen in einem geringeren Ausmaß, weil er sich später wenig mit der eigentlichen, eigentlichen, Feld seiner Expertise beschäftigt. Damit hat man natürlich gewonnen, dass man eben diese Außenposition losführt. Und halt trotzdem, die Frage kann man natürlich trotzdem stellen, wenn es innerhalb einer Disziplin eine gewissermaßen Basisarbeit gibt und eine reflektierende Abteilung, gibt es da nicht auch schon dann ein Spannungsverhältnis, wenn die unterschiedlichen Regeln unterworfen sind. Wann würde das, ich weiß nicht, ob es in zwei oder in zwei genau sind? Genau, und zu der der erste Teil, das ist Ich würde sagen, es gibt verschiedene Typen von Veränderungen und das ist halt eben die Frage, ob man den Revolutionsbegriff dafür unbedingt braucht, weil er halt eben in bestimmten Teilen einfach ganz banal auch schon mal in Spannung zu dem Feld steht, wo er am häufigsten verwendet wird, das ist, was man eben Intentionalität nicht benennen kann, dass diese Abtrennung schwierig ist, während man es sich, glaube ich, in der Beschreibung von theoretischen Prozessen einfacher macht, wenn man in einem gewissen davon ausgeht, dass es eine kontinuierliche, permanente, sukzessive Veränderung gibt, die halt eher dann vielleicht ja, wie in 4, 5 jetzt permanent eine leichte Verschiebung dessen, was als wesentliche Fixpunkte angesehen wird und damit natürlich auch eine Verschiebung der Relationen und der Theorien, mit denen das erklärt wird. Wunderbar, wir sind am Ende der Zeit, ganz herzlichen Dank. Danke euch, danke Ihnen für das Wort. Vielen herzlichen Dank, geht es so? Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer besonders, nach Zürich zu kommen, weil es irgendwie doch nicht so oft Anlässe gibt und ich aber eben so lange hier war und deswegen viel mit der Stadt verbinde. Doppelte Entschuldigungen vorweg, ich habe jetzt die erste Hälfte der Tagung nicht mitbekommen, weil ich mit dem Zug angereist bin von Bayern über Österreich und sich zahlreiche Katastrophen ereignet haben auf der Zugreise, also schon der kleine Regionalexpress von Murnau nach Innsbruck musste wegen Waldbrand stoppen und dann gab es Schienenersatzverkehr und auch fast alle Anschlusszüge waren spät und es ist interessant, das ist mir noch nie so aufgefallen, wie die österreichische, die schweizerische und die deutsche Bahn in diesem Dreiländereck, also wenn man sich zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz bewegt, wie die mit Vorliebe die Probleme der Verspätung immer auf das jeweilige Nachbarland schieben. Also ich habe dreimal heute die Ansage gehört wegen Bauarbeiten in einem Nachbarland, das wird dann auch gar nicht weiter spezifiziert, aber man weiß natürlich worum es geht, sind wir verspätet. Also insofern bin ich leider erst jetzt da, aber freue mich, dass ich noch einsteigen kann und zumindest jetzt noch ein bisschen auch mitbekommen habe. Zweite Entschuldigung, es sollte eigentlich um Nietzsche gehen, das war so aus der Verlegenheit heraus angeboten, weil ich mich gerade in einem anderen Kontext mit Nietzsche beschäftige, ich glaube zu Nietzsche und der Revolution ist aber eigentlich auch alles schon gesagt und geschrieben worden und insofern ist mir zum Glück letzte Woche noch eingefallen, weil ich mit diesem Thema irgendwie nicht so zufrieden war, dass ich noch einen Briefwechsel übrig hatte aus der Zeit, in der ich selbst über die Theorieobsession vor allem der westdeutschen 68er geschrieben habe, Hartmut hat es eben erwähnt, um dieses Buch zu schreiben über den langen Sommer der Theorie, da habe ich mir auch unverlangte Briefeinsendungen an Theodor V. Adorno angeguckt, die liegen in Berlin im Archiv und das ist ein ziemlich toller Bestand und einer dieser Briefwechsel, den habe ich damals in meinem Buch irgendwie nicht bearbeiten können, der fiel mir in die Hände, ich habe ihn mir im letzten Jahr noch mal ein bisschen angeschaut und ich dachte, es wäre jetzt eine gute Gelegenheit, um über diesen kleinen, schmalen, apokryphen Briefwechsel zu sprechen im Zusammenhang unseres Themas, ein Briefwechsel zwischen Theodor V. Adorno, den Sie alle kennen und Günter Maschke, ich weiß nicht, ob Sie Günter Maschke kennen, einige von Ihnen vielleicht schon, ein 68er, ein linker Aktivist, der wirklich ins Zentrum der Bewegung in der Bundesrepublik gehört und später dann zu den Renegaten, relativ prominenter Renegat sogar von 68 gehört, die ins rechte Lager gewandert sind, nicht ganz so krass wie Horst Mahler, der RAF-Anwalt, der dann später zum Auschwitz-Leugner wurde, das ist Maschke nicht, er ist aber ein beinharter Rechter und zwar schon seit den 80er Jahren, inzwischen ist er alt, es geht ihm auch nicht mehr so gut. Ich habe ihn sogar mal besucht, auch weil ich journalistisch über ihn geschrieben habe und er publiziert heute in dem, im Spektrum kleiner rechter Verlage wie Antajos, vielleicht kennen Sie den, Kubitschek, der Name hat es wahrscheinlich auch in die Schweiz geschafft inzwischen. Es gibt also einen kleinen Briefwechsel zwischen diesen beiden und der lässt sich mal lesen und das möchte ich jetzt probieren im Hinblick auf drei Begriffe, die so ein Dreieck vielleicht bilden, Revolution, Heldentum und Tourismus und das Ganze ist als Vortrag anzusehen, der nochmal diesen Bezug, den ja auch die Tagung hergestellt hat zu 68 und zur Erinnerung an 68, die wir im letzten Jahr begangen haben, herstellen möchte. Soweit zur Einführung. Man könnte viel über das intellektuelle Klima, und Sie müssen mir jetzt nachsehen, wenn ich bestimmte Sachen wiederhole, die Sie heute schon diskutiert haben. Man könnte viel über das intellektuelle Klima des 20. Jahrhunderts herausfinden, wenn man einer Debatte in all ihren Verästelungen nachgehen würde, der Debatte nämlich, ob Revolutionen überhaupt noch möglich sind. Seit dem späten 19. Jahrhundert mehren sich die Diagnosen, dass die Art von Geschichte, in der sich Revolutionen ereignen konnten, an ihr Ende gelangt sei. Es gibt viele Topoi innerhalb dieser Debatte, denken Sie an die letzten Menschen von Nietzsche, denken Sie an die bürokratische Herrschaft bei Max Weber, in der nach Webers Argumentation auch keine Revolutionen mehr möglich sind, denken Sie an die verwaltete Welt der kritischen Theorie, denken Sie last but not least an den Begriff des Posthistoire, der von ganz vielen politischen Diagnostikern und Analytikern vor allem dann nach 1945 in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verwendet worden ist, von Alexandre Kojew über Arnold Gehlen bis Gottfried Benn, all diesen Diagnosen ist gemeinsam, dass Sie sich von der Vorstellung eines souveränen, spontanen, handlungsfähigen, heroischen, würde ich sagen, Subjektes verabschieden, das zu revolutionärem Handel überhaupt in der Lage sei. Unter diesen Bedingungen, und das haben Sie sicherlich im Verlauf der Tagung auch schon mehrfach beobachtet, wird Revolution dann entweder zur Metapher oder sie wird in eine ästhetische oder theologische Sphäre verschoben, die Philosophien des Ereignisses, wie sie etwa von Heidegger und dann auch den französischen Poststrukturalisten entwickelt werden, könnte man als eine solche Verschiebung des Topos der Revolution ansehen, denke ich, oder, und das interessiert mich heute auch, besonders die Revolution wird in exotische Gegenden ausgelagert, was den Revolutionstourismus zu einem Phänomen der postheroischen Epoche macht. Diesem Verhältnis von Revolution, Heldentum und Tourismus möchte ich eben jetzt anhand des bereits bezeichneten Briefwechsels nachgehen. Der Briefwechsel, der nur ganz wenige Briefe tatsächlich umfasst, spielt sich zwischen 1965 und 1969 ab, zwischen Adorno und Günther Maschke, dem späteren Renegaten von 68. So, hier sehen Sie schon den ersten Brief vom März 65, Maschke, damals Redakteur der Tübinger Studentenzeitung Notizen, Mitbegründer auch der Subversiven Aktion, einer, viele von Ihnen werden die kennen, das ist so der Flügel der Situationistischen Internationale in Deutschland, ganz wichtig für 68, es gibt Verbindungen zur Kommune 1 später, Maschke gehört eben auch da zu den Gründungsmitgliedern, Ehemann von Gudrun Ensslins, kleiner Schwester Johanna, das sage ich nur, damit Sie erkennen, dass der Mann wirklich so im Inner Circle der Revolte sich bewegt, schreibt also an Adorno 65 und zwar im Rahmen einer Umfrage, jetzt muss ich immer mal auch selber auf die Projektion gucken, einer Umfrage über das Thema das Problem der revolutionären Praxis heute, ich hoffe, Sie können das lesen, die Frage, es werden also verschiedene Intellektuelle in Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern angeschrieben, die Frage, die konkret an Adorno hier ergeht, steht ganz unten auf dem Blatt, wie weit ist überhaupt noch heute revolutionäre Praxis möglich? Ein Ja oder Nein auf diese Frage zu fordern, hieße das Messer auf die Brust setzen, heißt es hier reichlich martialisch, wir sind jedoch der Meinung, dass die Diskussion über diese Frage eingeleitet werden soll. Adorno, der solche Zuschriften, von denen er ganz viele bekommen hat, seit den mittleren 60er Jahren, würde ich spätestens sagen, mit wachsender Prominenz und der solche Zuschriften fast immer pflichtbewusst beantwortet hat, das kann man eben aus diesem schönen Archiv ersehen, was in Berlin einzusehen ist, antwortet Maschke auch, schon relativ postwendend und redet sich für diesmal mit seiner großen Arbeitsbelastung heraus. Ich stehe unter unvorstellbarem Druck, muss alle meine Kraft daran setzen, endlich mein großes Dialektikbuch abzuschließen und kann eine so weitschichtige Aufgabe nicht in Angriff nehmen, wie es ohne alle Frage die Beantwortung ihrer Umfrage involvierte. Worauf die Redakteure selbstredend in ihrem Antwortschreiben Verständnis signalisieren. Der zweite Brief von Maschke vom November 68, also gut drei Jahre später, ist diesmal in Havanna abgeschickt, Kuba. In der Zwischenzeit, also zwischen 65 und 68, haben sich Maschke und Adorno in Wien kennengelernt, wo sich Maschke bis Anfang 68 als politischer Flüchtling aufhält. Maschke im Kontext seiner Politisierung hat den Wehrdienst verweigert, total verweigert und sich dem Einberufungsbefehl durch die Flucht nach Österreich entzogen, ist deswegen als politischer Asylant. In Wien hat hier gute Chancen so eine Art österreichischer Rudi Dutschke zu werden, weil er eben wirklich schon routinier eigentlich der Revolte ist, kann man sagen. Anlässlich eines Vortrages von Adorno zum Thema Anmerkungen zum philosophischen Denken Ende 1967 begegnen sich die beiden, die ja bislang nur postalisch in Kontakt miteinander gestanden haben. Adorno soll beeindruckt gewesen sein von der theoretischen Beschlagenheit von Maschke. Er hat ihn als genialen Jungen bezeichnet und ist dann wieder zurück nach Frankfurt gefahren. Bald darauf muss allerdings auch Maschke Österreich verlassen. Die österreichischen Behörden drohen ihm mit Auslieferungen an die BRD, worauf er um politisches Asyl in der kubanischen Botschaft bittet und dieses auch bekommt. Und deswegen geht er Anfang 68 nach Havanna als politischer Asylant nach Kuba, wo seit 1959 die Revolution in Person Fidel Castros regiert. Aus Havanna schreibt Maschke also an Adorno und zwar geht es ihm um Zweierlei. Ich weiß nicht, können Sie das lesen? Lässt sich das auch von hinten lesen? Super, okay. Also zunächst einmal berichtet er davon, dass nicht nur die Frankfurter Linksintelligenz an Kuba, sondern offenbar auch die kubanischen Intellektuellen an der Frankfurter Schule interessiert sind. Wie Sie vielleicht noch gar nicht wissen, sollen einige ihrer Schriften jetzt hier in Kuba verlegt werden, und zwar die Minima Moralia und so weiter. Maschke schreibt etwas weiter unten, das Interesse an diesen Dingen ist sehr, sehr rege in Kuba und er plant also eine Übersetzung der Minima Moralia und bittet Adorno erstens um einige Informationen biografischer Art, die er für seine Einleitung benötigt. Zweitens etwas weiter unten im Brief lädt er Adorno ein, ihn doch selbst auch einmal in Kuba zu besuchen. Überhaupt warum versuchen sie nicht einmal hierher zu kommen? Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. In seiner Antwort reagiert Adorno auf Maschkes vertraulichen Ton zunächst mit höflicher Distanz. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, schreibt er so kennen wir uns aus Wien. Der biografischen Anfrage leistet er gerne Folge, er nennt ihm noch ein paar Titel, die in der Zwischenzeit erschienen sind. Das bietet natürlich auch Stoff, um sich über Adornos sprichwörtliche Eitelkeit zu mokieren. Maschke hat auch von einem anderen Theoretiker gesprochen, Fritz Kofler, der eben auch in Spanisch übersetzt werden soll in Kuba und Adorno schreibt ganz unten, übrigens, wenn ich eines sagen darf, mit Kofler möchte ich nun wirklich nicht in einen Topf geworfen werden, das Niveau ist doch arg, arg niedrig. Also das gehört sozusagen in die Adorno- Folklore hinein, für die man natürlich auch unglaublich fündig wird in diesen Briefwechseln, können Sie sich vorstellen. Und auch mit der Einladung nach Havanna scheint Maschke Adornos Interesse geweckt zu haben. Zunächst einmal schreibt er, dass er selbst 39 seine Eltern dort besucht hat, einige seiner jungen Mitarbeiterinnen im Institut für Sozialforschung, gibt es ja wahrscheinlich auch einen Pointer, oder? Ja, einige unserer jungen Mitarbeiterinnen sind, wie Sie vielleicht wissen, in Kuba gewesen und so weiter und so fort. Und dann kommen Zeilen, die Maschke wahrscheinlich bekannt in den Ohren geklungen haben müssen, aber im Augenblick ist es mir ganz unmöglich wegen des Abschlusses meines großen Ästhetik-Buchs, den ich nun unter keinen Umständen mehr hinauszugern möchte. Okay, damit redet sich Adorno immer heraus, es geht aber weiter. Außerdem habe ich ehrlich gesagt ein wenig Angst wegen der sanitären Verhältnisse, vor allem wegen des Wassers. Die Damen, von denen ich ihnen sprach, kamen mit gewissen Schäden, eine mit Gelbsucht zurück und da ich weder der Jüngste noch der Gesündeste bin und ganz gern noch ein bisschen am Leben bleiben möchte, schreibt Adorno, ich glaube acht Monate vor seinem Tod, Anfang 69, so möchte ich mich solchen Dingen nicht gerne aussetzen, doch mag diese Situation sich ändern und so weiter. Er hat also offenbar ein gewisses Interesse gehabt, das liegt vielleicht auch daran, dass, wie er schreibt, Enzensberger ja wohl auch gerade drüben sei, der ist also auch, Hans-Magnus Enzensberger ist im Januar 68 auch nach Kuba gereist, anlässlich eines großen internationalen Kulturkongresses. Wie man Enzensbergers kürzlich erschienenen Memoiren Tumult entnehmen kann, vielleicht haben einige von Ihnen die auch gelesen, da geht es ja lang und breit um seinen Kuba-Aufenthalt, der sich dann sehr in die Länge gezogen hat, wie man diesen Memoiren entnehmen kann, waren die sanitären Verhältnisse in Kuba tatsächlich schlecht. Er schreibt also auch über die Probleme mit dem fließenden Wasser in diesem Buch und als prominenter Revolutionstourist logierte Enzensberger immerhin im Grand Hotel. Kurze Klammer, ich hoffe, ich bin jetzt noch nicht so ganz schlecht im Zeitraum, gut, kurze Klammer, im Januar 68, also genau zu dem Zeitpunkt, als Enzensberger nach Kuba geht und auch länger dort bleibt, erscheint in Frankfurt das Kursbuch Nummer 11, diese bekannte Zeitschrift, die Enzensberger herausgibt, Thema Revolution in Lateinamerika und zu diesem Heft hat Enzensberger einen Text beigesteuert, Berliner Gemeinplätze heißt der, auch so ein ganz wichtiger stilbildender Text des Westdeutschen 68, und dieser Text läuft wie so viele andere in dieser Zeit, auch am Ende vieler dialektischer Meander auf die These hinaus, dass Revolutionen in den technisch hochentwickelten Industriegesellschaften nicht mehr möglich seien, das schreibt er also zum Zeitpunkt, in dem er, Enzensberger selbst nach Kuba geht und dort im Grand Hotel in Havanna als Tourist der Revolution logiert, es wäre interessant, das will ich aber an dieser Stelle nicht machen, die Theorie des Tourismus, Theoretiker Enzensberger, der hat nämlich 1959 einen weithin rezipierten Essay im Merkur publiziert, das heißt die vergebliche Brandung der Ferne, wo er eine Theorie, wirklich bis heute lesenswerte Theorie des Tourismus entwickelt, es wäre interessant, diese Theorie des Tourismus von Enzensberger auf seine eigene Kuba-Reise anzuwenden. Nach Enzensberger ist der Tourismus ein Abkömmling der Romantik, die wiederum den Versuch darstellt, das Freiheitsversprechen der französischen Revolution auf symbolische Weise einzulösen, also letztendlich zu verraten und er schreibt hier etwa einen Satz wie in diesem Tourismustext, der Tourismus ist nichts anderes als der Versuch den in die Ferne projizierten Wunschtraum der Romantik leibhaftig zu verwirklichen. Also diesen Text müsste man mal auf seine eigenen Reisen um 68 anwenden. Aber zurück zur Korrespondenz von Maschke und Adorno. Wenn es in dieser Korrespondenz einen Moment der Wahrheit gibt, dann blitzt dieser Moment der Wahrheit genau an dieser Stelle, nämlich zwischen Maschkes Einladung und Adornos Ablehnung nach Kuba zu kommen auf. Und ich würde sagen, das hat mit dem eingangs erwähnten Verhältnis von Revolution und Heldentum zu tun. Mit Blick auf die Sowjetunion schrieb der Ökonom Keynes in den 30er Jahren, ich zitiere, die subtile, beinahe unwiderstehliche Verlockung des Kommunismus bestehe darin, dass er verspreche, die Dinge schlimmer zu machen. Es handele sich, so Keynes, um einen Protest gegen die Hohlheit ökonomischen Wohlergehens, mit anderen Worten, um einen Appell an den Asketen in uns. Es wäre aufschlussreich, so denke ich, die Intellektuellen des 20. und auch jungen 21. Jahrhunderts danach einzuteilen, ob sie für diese Verlockung empfänglich waren oder nicht. Eine solche Einteilung würde sich nicht mit der Unterscheidung in linke und rechte decken, in vielen Fällen verliefe sie sogar quer dazu. Schließlich ging und geht das Versprechen, die Dinge im Sinne von Keynes zu verschlimmern, nicht nur vom Kommunismus, sondern auch von anderen Revolutionen aus. Adornos Absage ist trotz ihrer höflichen Verklausulierung relativ unmissverständlich, nicht einmal um eine Revolution, die kubanische, in diesem Fall aus der Nähe zu erleben, möchte er sich dem Risiko einer Infektion aussetzen. Solche Bemerkungen befeuern, wie ich eben schon sagte, bis heute das Genre der Adorno-Satire, die das von Georg Lukacs geprägte Motiv des Grand Hotel Abgrund variiert und ihre Komik aus der Diskrepanz zwischen der radikalen Geste von Adornos Theorie und seinem Hang zu Bourgeoiser Gemütlichkeit gewinnt. Keine Frage, genau wie in Kalifornien, wo Adorno die Minima Moralia ja bekanntlich zu großen Teilen geschrieben hatte, diagnostizierte er später, auch später in der Bundesrepublik das falsche Leben, weil die Bundesrepublik aber genau das garantierte, was er Adorno als einzigen Ausweg ansah, nahm er sie dennoch als historische Chance wahr. Ich zitiere aus seiner Vorlesung im Wintersemester 65, 66, also etwas vor diesem Briefwechsel, den wir gerade betrachten, da sagt Adorno in seiner Vorlesung, wir befinden uns in einer Art geschichtlicher Atempause, wir sind in einer Lage, in der im Ernst nachzudenken uns den materiellen Voraussetzungen und auch einer gewissen Friedlichkeit der Zustände nach, jedenfalls soweit es sich um die Bundesrepublik handelt, wieder möglich ist. Also die Bundesrepublik quasi als Möglichkeitsbedingung von Theorie und zwar gerade eben, weil sie die materiellen Voraussetzungen und eine gewisse Friedlichkeit der Zustände auch dazu bietet. Für Maschke waren Adornos Bedenken dagegen ein Beweis für dessen vollendete Resignation, wie er damals geschrieben hat, die Bundesrepublik ist für ihn natürlich kein Land der Hoffnung, im Gegenteil, gerade aufgrund ihrer materiellen Voraussetzungen, also der Konsumgesellschaft, der von Marcuse und anderen analysierten Konsumgesellschaft stellt sie das Ende aller politischen und namentlich revolutionären Erwartungen dar. Auf der Suche nach der Antwort auf seine Frage von 1965, ob revolutionäre Praxis überhaupt noch möglich sei, ist Maschke daher nicht nur 1968 auf Kuba, sondern auch später der Revolution in die sogenannte dritte Welt, genauer nach Lateinamerika nachgereist, das so wie Indien zum Reiseziel für Bewusstseinserweiterung und spirituelle Wiedergeburt geworden ist, als Sehnsuchtsland der Revolution Lateinamerika unangefochten war. In den frühen 90er Jahren, also inzwischen schon ein strammer Rechter, erlebte Maschke seinen zweiten politischen Frühling, als er mitten im Bürgerkrieg zwischen Regierungstruppen und dem leuchtenden Pfad als Dozent an die Marineakademie in Lima ging. Genau wie in Havanna kam auch in Lima im Bürgerkrieg nur für wenige Stunden braunes Wasser aus dem Hahn. Allerdings trug genau das für Maschke zum Reiz des politischen Ausnahmezustands bei. Während Adorno sich mit wie viel Unbehagen auch immer im Posthistoire der Überflussgesellschaft eingerichtet hatte, war für Maschke das politische untrennbar mit einer Aura von Gefahr und Entbehrung verbunden. Das zeichnet ihn als Enkel der sogenannten heroischen Moderne aus. Ein paar Worte zu diesem Begriff. Er kommt von dem Historiker und Geschichtstheoretiker Heinz-Dieter Kittsteiner und Kittsteiner hat diesen Begriff der heroischen Moderne geprägt, der glaube ich auch eng mit unserer Vorstellung bis heute von Revolution verbunden ist, um die geistesgeschichtliche Zäsur zwischen Hegel und Nietzsche zu markieren. Waren die Intellektuellen von Hegel bis Marx noch mit großem Optimismus davon ausgegangen, sich im Bund mit dem Weltgeist zu befinden, fanden spätere Generationen ihr Selbstverständnis gerade darin als unzeitgemäße, wie das bei Nietzsche hieß, gegen den Lauf der Dinge zu agieren. Weil nicht länger mit der Überwindung der die Geschichte vorantreibenden Widersprüche gerechnet werden konnte, galt es, den Habitus des Einzelkämpfers auf verlorenen Posten auf Dauer auszubilden. Ich war eigentlich von Jugend an immer dagegen, hat Günther Maschke im Interview gesagt. Nicht um das Marx'sche Reich der Freiheit zu verwirklichen, sei er in den späten 50er-Jahren Kommunist geworden. Stattdessen habe er es auf Rache an den in der jungen Bundesrepublik allgegenwärtigen alten Nazis angelegt. Zitat Maschke. Es gibt so eine Spießer- Attitüde, die sagt, der Kommunismus ist sehr schön, aber die Wirklichkeit des Kommunismus war so schlimm. Darauf würde ich antworten, wenn der Kommunismus wahr würde, wäre das wahrscheinlich schlimmer als Stalin und Pol zusammen. Zusammen und das interessiert mich in diesem Zusammenhang die Revolution, also nicht im Dienste der Verbesserung, sondern der Verschlimmerung der Zustände und zwar von einem politischen Habitus, wie Maschke ihn hier verkörpert, eben auch ganz bewusst als solche bezeichnet und erwünscht. Wie schlimm der Kommunismus wirklich war, erfuhr Maschke aber erst in Havanna. Jetzt komme ich noch mal kurz auf seinen Brief zurück. Sie würden feststellen, warum versuchen sie nicht einmal selbst hierher zu kommen, sie würden feststellen, dass der alte Säume zumindest in Bezug auf Kuba Recht hatte. Hier ist Johann Gottfried Säume gemeint, der Aufklärer und Republikaner, der als Söldner im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg dabei war und später von Deutschland nach Sizilien wanderte und dieses berühmte Buch über die Fußreise nach Syrakus geschrieben hat. Eine Äußerung über Kuba ist von Säume nicht belegt, daher spricht viel dafür, dass Maschke sich hier auf eine Stelle aus Säumes Apokryphen bezieht, einem kleinen Band von kurzen Eintragungen, die Adornos Assistent Hermann Schweppenhäuser 1966, also zwei Jahre vorher im Inselverlag herausgegeben hatte, die Adorno wahrscheinlich bekannt gewesen sind. In vielen dieser zwischen 1806 und 1807 verfassten Aphorismen artikuliert Säume, ein weiterer Revolutionstourist, seine Ernüchterung angesichts des politischen Zeitgeschehens. Zitat aus diesen Apokryphen, der Anfang der französischen Revolution rechte das Volk an der Regierung und das Ende die Regierung an dem Volke und beide scheinen weder besser noch klüger geworden zu sein. Zitat Ende. Sätze wie diese dürften für Maschke den politischen Asylanten in Havanna im November 1968 von hoher Aktualität gewesen sein. Jetzt komme ich auch schon zum Ende. Günther Maschke hat seine ideologische Konversion später auf die Erfahrung des kubanischen Sozialismus zurückgeführt, in dessen Geschichte das Jahr 68 in der Tat eine Wende markiert. Noch im Januar war Fidel Castro persönlich auf dem Kulturkongress in Havanna erschienen, wo auch Enzensberger aufgetreten war, um, wie es in seiner Rede hieß, die pseudo-revolutionäre Kirche in Moskau zu attackieren. Doch die Verschärfung der ökonomischen Krise im Verlauf des Jahres 68 führte in den folgenden Monaten zu einer Kurskorrektur im selben Maß, wie sich das Regime genötigt sah, die Lebensmittel Zuteilung zu reduzieren, nahmen ab Frühjahr 68 die Repressalien gegen vermeintliche Kritiker zu dazu, darunter zum Entsetzen einer internationalen literarischen Öffentlichkeit auch gegen den kubanischen Lyriker Iberto Padilla, mit dem sich Günter Maschke wiederum in Kuba angefreundet hatte und dessen Gedicht über die Rückkehr Adornos vom Tode, von den Toten eher Maschke später, das Gedicht ist logischerweise geschrieben, ich glaube Anfang 1970, als Adorno eben gestorben war, hat Günter Maschke dieses Gedicht ins Deutsche übersetzt und das ist auch als Teil einer Gedicht Anthologie von Padilla dann in den 70er Jahren bei Surkamp erschienen. Adorno kehrt hier also als dekadenter Bourgeois auf die Erde zurück, er klimpert am Klavier, er trinkt Tee mit alten Gräfinnen, die ihm Klatsch über Horkheimer zuzischeln, bevor sein Blick an den nackten Brüsten einer Studentin hängen bleibt. Die Szene spielt in Wien, wo Adorno und Maschke sich 1967 zufällig kennengelernt hatten. Im Zuge der politischen Trendwende fiel auch Maschke aus der Gunst seiner Gastgeber. 1969 wurde er ausgewiesen, kehrte nach Deutschland zurück und saß wegen Fahnenflucht 13 Monate in der Festung Landsberg ein. Nach seiner Freilassung holte er sein Abitur nach, übersetzte Padilla und begann nun bereits offiziell Renegat als freier Autor für die FAZ zu schreiben. Im Zuge seiner politischen Suchbewegungen wurde er sogar für kurze Zeit SPD-Mitglied. Wie andere enttäuschte Revolutionäre vor ihm hätte Maschke sich in dieser Phase auch in einen militanten Liberalen verwandeln können. Doch stattdessen entdeckte er Karl Schmitt und die katholischen Reaktionäre des 19. Jahrhunderts und schrieb sich langsam aber sicher an den rechten Rand. Politik war für ihn nach wie vor mit dem revolutionären Versprechen verbunden, die Dinge schlimmer zu machen. Sich auf welche Weise auch immer mit der postheroischen Bundesrepublik zu arrangieren, ließen Maschkes heroische Reflexe nicht zu. Gerade unter Intellektuellen sind solche Reflexe gegenwärtig, so scheint mir wieder an der Tagesordnung. Es ist möglich, dass manche akademischen Sympathisanten der AfD in Deutschland, sie kennen alle die Partei, oder Unterzeichnung der Dresdner Erklärung 2018 oder Diagnostiker der Überfremdung auf die diffusen Ängste in der Abstiegsgesellschaft reagieren. Doch viele ihrer Wortmeldungen, so würde ich behaupten, haben einen anderen Hintergrund. Zum Habitus des heroischen Intellektuellen gehört es nicht nur, sich gegen den vermeintlichen Mainstream aufzulehnen, sondern ebenso sich gegen die Not der Notlosigkeit, wie Heidegger das bezeichnet hat, zu wenden. Doch der Kredit des Kommunismus ist in dieser Hinsicht lange ausgeschöpft. Für alle, die mit Fantasien der Verschlimmerung liebäugeln, bietet sich unter Rechten neuerdings aber ein aussichtsreiches Betätigungsfeld. Vielen herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht kann einer das Licht wieder anmachen. Wir haben ja jetzt ja, wir haben einige gut, wir kommen jetzt mit der Lesung weiter zum letzten Vortrag. Ich freue mich, dass Prof. Wilja Lasse von der Universität Zürich bei uns ist. Nach Station in Konstanz an der FU Berlin, um nur zwei zu nennen, war sie für kurze Zeit Professorin für ostradistische Literatur und Kulturen an der Hohen und Berlin und ist dann bei 2009 in der Ostradistische Literatur und hier an der Universität Zürich geworden. Der verschiedene Schwerpunkt wie wir zwei nennen, ist Teilung eines ERC-Projektes Performance Art in Eastern Europe History and Theory und sie ist seit 2015 mit Kompetenzzentrums Zentrum Künste und Kultur Theorie gemeinsam mit Wieselweil Brunten. Und nun hören wir oder sehen wir diesen Vortrag Revolution sehen. Du hast das Wort Minister Lade. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier sprechen zu können. Ich habe gerade gehört, dass Sie es bevorzugen würden, vielleicht, wenn ich hier oben mich hinstelle, weil man dann besser hinten hören kann. Ich glaube, ich stelle mich, man kann es ja mal anders machen als die anderen hier oben hin. Es geht auch nicht um die Frage, das muss ich gleich sagen, was eine Revolution ist. Mir geht es ein bisschen um die Frage, wie sich eine Revolution zeigt und wie dieses Zeigen im Grunde verändert, manipuliert und auch reguliert wird. Ich beginne auch mit einem Dichter, nicht mit Brecht, nicht mit Schiller, sondern mit einem russischen Dichter, Alexander Block, der, wenn Sie ihn einordnen würden, ein symbolistischer Dichter war, der schon um 1900 geschrieben hat, 1921, also kurz nach der russischen Revolution, dann auch stirbt. Er war mitnichten ein Revolutionär, aber er war ein Zeitzeuge, er wohnte ganz nah dort, wo man davon ausging, dass die Revolution stattgefunden hat. Also, als Dichter Alexander Block im Januar 1918, also im Oktober 1917 haben wir es mit der Revolution zu tun, im Januar 1918 an seinem Poem mit dem Titel Die Zwölf arbeitet, hörte er draußen vor dem Fenster die Revolution. Ich zitiere, so vernahm ich mehrere Tage lang körperlich mit dem Gehör ein großes Krachen um mich herum, ein anhaltendes Krachen, wahrscheinlich das Krachen vom Zusammenbruch der alten Welt. Die Revolution hatte sich gut zwei Monate zuvor ereignet und niemand wusste zu diesem Zeitpunkt ob sie schon abgeschlossen war und ob und wie lange sie noch andauerte. Ihr Ende und auch ihr möglicher Erfolg waren unvorhersehbar. Block hörte von all dem nur das Krachen, das auf die Vergangenheit gerichtet war. Nicht viel anders geht es seinen Revolutionären in in dem schon besagten Poem die Zwölf. Block lässt diese revolutionäre Soldatenlieder grölen, den Takt von Marsch Musik imitieren, lässt Gesprächsfetzen, Ausrufe und Gebete durch die Straßen wirbeln und Schüsse knallen. Die Revolutionäre hören den Krach und sie sind selbst laut, sehen können sie nicht. Ein Schneesturm macht die Revolution zu einem White Out. Und wenn Sie sich vielleicht wundern und sehr viele russische Texte über die Revolution lesen, dann werden Sie merken, dass dieser Schneesturm permanent wiederkehrt, also dass die russische Revolution vor allen Dingen ab dann als Schneesturm erzählt wird. Die Revolution als White Out, also als dieser Moment, in dem man seine Wahrnehmung nicht mehr steuern kann und nichts mehr sieht, ist vielleicht der treffendste Ikonoklasmus, mit dem nach 1917 von Künstlerinnen versucht worden ist, die Revolution darzustellen. Und zwar als Verlust des Sehsins, als ein Moment, in der in der Realität nichts gesehen werden kann, in der nichts vorausgesehen werden kann, sondern in der die in der Einbildungskraft produzierten Bilder, das politisch imaginäre und das politisch symbolische den Sehsinn ersetzen. Blocks Gedicht ist aber noch aus einem anderen Grund geradezu hellseherisch, denn in Blocks Gedicht rennen die zwölf Protagonisten des Gedichts, es sind marodierende und mordende Revolutionssoldaten, in den zwölf Strophen zwar irgendwie vorwärts, sie sehen aber nicht, was da vorne, wohin sie rennen, eigentlich passiert. Zukunft ist unsicher und unsichtbar und selbst die Vergangenheit wird vom Schneewirbel verstuckt. Revolution ist in Blocks Poem zunächst nur Gegenwart, allerdings ist Block weit davon entfernt, von einer Gegenwart und Ereignis Romantik zu sprechen in Bezug auf Revolution, das ist etwas, was wir auch kennen, du hast es vorhin schon kurz angetönt. Er liest nicht einfach, wie noch der russische Kulturtheoretiker Juri Lortmann viele Jahre später bei der erneuten Revolution von 1989 und ich nenne sie Revolution, die Revolution als eine semantische Explosion, als den Beginn einer anderen Phase, in der die Optionen für die Zukunft noch nicht feststehen und eine ganze Brandbreite gleich wahrscheinlicher Konsequenzen möglich sind, in Blocks poetischen Raum, den wahrscheinlich Deleuze als glatten Raum beschrieben hätte, also als einen Raum, in dem man aus seiner Haptik zurückgeworfen ist und den Sehsind nicht mehr zur Verfügung hat, ist die unsichtbare Zukunft nicht nur pure Möglichkeit, sondern das verdeckte Problem. Der Schneesturm sorgt zwar für die totale Verwirbelung der Klassenverhältnisse, im Schneesturm formiert sich aber schon wieder eine neue Ordnung, die bloß noch niemand sehen kann. Am Ende des Poems stellt sich das Offene der Zukunft dann als eine seltsame Wiederholung der Vergangenheit heraus. Nur langsam erkennen die zwölf Revolutionäre, die im Schneesturm vorwärts stolpern, dass sie von einer Jesusfigur geführt werden. Vorne ein Messias und die Revolutionäre als Kollektiv der zwölf Apostel laufen blind hinterher. Das Unvorhersehbare im Schneesturm entpuppt sich nicht als Möglichkeit, sondern schlicht als das Unsichtbare der Macht. Das war 1918, wie Sie sich vorstellen können, auch wenn Blocks sein Poem nicht unbedingt politisch verstanden haben wollte, ein großer Affront. Es war ein Gedicht, das sofort diskutiert worden ist und auch dann zunächst nicht erscheinen sollte. Es war aber auch eine tiefe philosophische Erkenntnis über das Wesen von Revolutionen, nicht nur für die Situation mithilfe des Schneesturms zu zeigen, sondern sie als vermeintliche Kontingenz zu lesen, als ein Ereignis, das von Beginn an etwas verdeckt. Während im wirklichen Leben vor lauter Utopie die Gegenwart nicht gesehen werden wollte und im Laufe der 1920er Jahre ganz aus der symbolischen Repräsentation verschwand, geht es ihm um das Sehen genau dieser Gegenwart, um die Unsichtbarkeit. Das war der Vorlauf, eine Einstimmung mit dieser Idee des Nichtsehens und jetzt werde ich mit Ihnen ein paar Bilder anschauen, die wir kennen als Bilder der Revolution. Auch wenn man Revolutionen nicht sehen kann, so produziert durch jede Revolution Bilder, die Teil ihres politisch imaginären sind. Sie erzählen von der Legitimation des Umsturzes, von den Akteuren und von deren Utopien. In diesem Sinn las auch der Philosoph Paris Buden die vielen Fotos, die 1989 vom Sturz der Mauer in Berlin gemacht worden sind. Man sehe darin, so Buden, nicht nur euphorische Massen, die auf der Mauer sitzen oder durch Maueröffnungen hindurchlaufen, sondern man sehe auf diesen Fotos bereits, ich zitiere, die ganze Wahrheit des Postkommunismus. Das ist seine Formulierung. Ich habe Budens Text über den Blick auf die Revolution von 1989 erst 2017 gelesen, und zwar als ich mich mit dem Foto vom Sturm auf den Winterpalast beschäftigt habe. Das ist dieses Foto, was ich eingangs schon gezeigt habe. Das Foto, ich zeige Ihnen noch andere Varianten, wurde immer wieder als Foto, ja als Dokument der russischen Revolution ausgegeben, obwohl es nicht von der Revolution selbst stammt, sondern von einer Theaterinszenierung, die drei Jahre später 1920 zu Ehren der Revolution am Ort des Geschehens aufgeführt worden ist. Das Foto wurde dann nochmal zwei Jahre später 1922 erstmals überhaupt in einem Buch über die Sowjetmacht als Foto der Revolution ausgegeben. Man sieht darauf Matrosen und Soldaten, die hinter einem Panzerwagen mit Gewehren in der Hand auf den Winterpalast zustürmen. Das Foto zeigt den Moment kurz vor der Erstürmung des Palastes. Die Revolution ist noch nicht passiert. Der Strom der Soldaten ist nach vorne hin verjüngt, sodass dort, wo auch der Betrachter des Fotos steht, also wir hinter, als Volk gewissermaßen dem Volk hinterher rennen kann, auch wenn man nur die Vorhut auf dem Foto selbst sieht. Könnte man auch zu diesem Foto sagen, wie das Buden gemacht hat bei den Mauerfotos, dass ich in ihm die ganze Wahrheit des Kommunismus bereits zeige? Doch was ist nach Budens Beobachtung über die Revolution von 1989 die ganze Wahrheit? Wir sehen so Buden nicht den Blick der Menschen, die gerade in die Mauer gestürzt haben, sondern nur den Blick derjenigen, die an diesem Ereignis nicht aktiv beteiligt waren. Wir sehen also den Blick der Zuschauer. Buden sagt, so ist unser Bild vom Untergang des Kommunismus gespalten in ein blindes Geschehen und dessen symbolische Repräsentation. Eine symbolische Repräsentation, die außerhalb dieses Geschehens vorgenommen wurde. Zitat Ende. Die Zuschauer sind bei Buden nicht die passiven Mitrevolutionäre des Ostens, sondern die Zuschauer im Westen, die auf der anderen Seite der Mauer stehen und enthusiastisch Fotos machen. Kant, so Buden, habe schon ein ähnliches Phänomen bei der französischen Revolution beobachtet. Kant resümierte, die wahre historische Bedeutung der Revolution sei erst im Blick der Außenstehenden entstanden, die sich am Geschehen nicht beteiligt hatten. Buden schlussfolgert, dass der Grund, warum ein Geschehen zum historischen Ereignis werde, nicht so sehr im Handeln der Akteure liege, sondern in einer Identifikation der passiven Beobachter mit diesem Handeln. Oder um Kant noch einmal zu zitieren, es ist bloß die Denkungsart der Zuschauer, welche sich bei diesem Spiele großer Umwandlungen öffentlich verrät. Zitat Ende. Was Buden dann aus beiden Beobachtungen entwickelt, die ganze Wahrheit des Postkommunismus liegt in der identifikatorischen Zuschauerperspektive begründet. Sie sahen, also die Leute auf der anderen Seite der Mauer, so zitiert Buden den slowenischen Philosophen Paul Riha, sie sahen eine vorbehaltlose Faszination der osteuropäischen Akteure von der westlichen Demokratie ihr naiver sozusagen blinder Glaube an sie. Zitat Ende. Es seien so das Resümee die passiven Zuschauer, die die symbolische Deutungsmacht über das Geschehen haben, während sich die Akteure des historischen Handelns darüber nicht bewusst seien. Was aber wäre denn eben beziehungsweise der Fokus derer gewesen, die auf der Mauer saßen? Sie machten im Übrigen auch haufenweise Fotos, auf denen sie sich als Jubelnde feiern. Es ist nicht so, dass es diese Perspektive nicht gibt. Und waren sie überhaupt die Revolutionäre, die da saßen? Waren diejenigen, die 1989 auf der Mauer saßen, die Montag für Montag erst in Leipzig und dann in anderen Städten auf die Straße gingen, um die Revolution überhaupt herbeizuführen? Waren die auf der Mauer nicht auch sehr lange nur Zuschauer? Im falschen, im inszenierten Revolutionsfoto von 1917 ist die Perspektive eine andere. Dieses Foto ist aus der Perspektive der Stürmenden aufgenommen. Es soll genau nicht den Blick der Zuschauer auf das Ereignis zeigen, sondern den der potenziell Beteiligten, zu denen auch der Betrachter des Fotos gehören kann oder noch werden kann, wenn er mitstürmt. Ist das die Perspektive der Akteure des historischen Handelns? Beziehungsweise soll uns hier die Perspektive der Akteure des historischen Handelns repräsentiert werden? Aber das Foto zeigt noch etwas anderes. Es zeigt das, was aus dem Bild, um diese Teilnehmerperspektive zu suggerieren, entfernt worden war. Nämlich gerade die Zuschauer. Sie standen und wir rufen uns nochmal die Situation in Erinnerung, es handelt sich um die Generalprobe zu einem Massenschauspiel, nicht um ein Revolutionsfoto. die Zuschauer standen bei dieser Generalprobe ganz rechts dort, wo diese geisterhaften weißen Flecke sind, wenn Sie das sehen, auf der rechten Seite. Da standen eigentlich die Zuschauer. Es ist schön, dass das so schlecht retuschiert ist, dass man das als Geist noch sieht. Das ist auch eine Frage, über die man lange nachdenken kann, warum die retuschen so schlecht sind. Man sieht diese Auslöschung als grau-weiß verwischte Punkte. Die Zuschauer sind gewissermaßen vorhanden. Es wurden aber nicht nur die Zuschauer entfernt. Auch in der Mitte des Fotos sieht man Verwischungen. Jetzt bin ich mir unsicher, ob Sie das sehen. Hier kann man jetzt habe ich das schon vorweggenommen. Ich nehme das mal mit. Wenn Sie hier hochschauen, da wo die Laterne ist, mit diesen 1, 2, 3 Leuchtern und oben nochmal wenn Sie hier hinschauen, da sieht man, dass das nicht das Original ist, dass da jemand auch schlecht mit Hand etwas nachgemalt hat. Und da stand vorher das, der Regieturm. Da saßen die acht Regisseure, die mit großen Zahlen und mit neuster entwickelter Telegrafentechnik die anderen Regisseure, die während des Geschehens herumgerannt sind, im Grunde angeleitet haben. Also diese beiden Elemente, die für die politische Theorie nicht unwichtig sind, der Zuschauer und der Regisseur sind gewissermaßen herausgestrichen. und ich zeige Ihnen noch das Element, an dem sich das oder durch das Foto sich immer selbst verrät. Man kennt dieses Foto schon lange als Fälschung und es gibt ein wahnsinnig tolles Detail. Das ist hier. Sehen Sie, da ist ein Stern, ein Sowjetstern. Also man stürmt auf einem Palast zu, der einem schon gehört. Insofern drei Jahre später. Offensichtlich wurde an beiden Stellen etwas entfernt, ein Blick auf das in der Sowjetunion nie im Original publizierte, aber im Petersburger Archive Foto und Fonodokumente aufbewahrte Original verrät, was dort verdeckt werden sollte. Der Holzdurm in der Mitte des Palastes gleich neben der Alexander Säule. Zuschauer bei der Revolution, Regisseure bei der Revolution, damit genau diese Fragen nicht gestellt werden, wurden die Zuschauer 1922 bei der ersten Veröffentlichung des Fotos als historisches Dokument herausgestrichen. Bei der zweiten Veröffentlichung fehlte dann auch der Turm für die Regisseure, die man bei der ersten Retouche noch vergessen hatte. Es waren die Regisseure, die, und man muss sich das nochmal überlegen, das war ein Massenschauspiel 1920, wir sind mitten im Bürgerkrieg, es ist eigentlich nicht viel Geld da für solch riesiges Theater, es wurde sehr viel Geld abgezogen für dieses Massenschauspiel, daran waren 10.000 Akteure beteiligt und man spricht von 50.000 bis 100.000 Zuschauern, die zum Teil auch mit einbezogen waren in diese Handlung. Der Regisseur des Westtheatralen 1920 stattgefunden haben, den Sturms auf dem Winterpalast, von dem das Foto stammt, war Nikolai Yevrenov, dessen Theatertheorien im vorrevolutionären Russland für Furore sorgten. Er nannte den Menschen insgesamt in Anlehnung an Nietzsche ein Theatertier, das immerwährend Spiele. Deshalb wollte er wie auch Meierhold, Rampe im Theater für obsolet erklären und alle zu Akteuren machen. Die Entdeckung des Zuschauers als Akteur im Theater passte plötzlich wunderbar zur politischen Forderung nach Mobilisierung der Massen in der künftigen Sowjetunion. In diesem Sinn hat Yevrenov bei der Generalprobe zum Sturm auf den Winterpalast den 10.000 Statisten auch folgenden Satz zugerufen. Er sagte, die Zeit der Statisten ist vorbei. Denkt daran Genossen, ihr seid keineswegs Statisten, ihr seid Künstler. Im Theater war dieser Aufruf, politisches und ästhetisches Konzept, Zuschauer zu sein oder Statist, galt als vorrevolutionär. In den meisten Fällen wurde der Akteur im Theater jedoch nur scheinbar aktiviert. Das wissen wir alle, wenn wir die Theatergeschichte des 20. Jahrhunderts uns anschauen. Die Aktivierung war und blieb vielmehr Teil eines Regiekonzeptes, eine Art Als-ob-Aktivierung. In der Politik verkam die Mobilisierung der Massen ihre theoretisch geforderte Selbsttätigkeit ebenfalls zu einem Regieeinfall. Denn die politische Repräsentation als Form des Regierens wurde nicht etwa abgelöst von einer von allen geleisteten politischen Partizipation, ganz im Gegenteil, die politische Partizipation wurde ja nie realisiert. Sie wurde im Grunde von Anfang an vor allem repräsentiert, inszeniert, als ob dokumentiert und erzählt. Also sie findet im Grunde nur in der Repräsentation statt. Allerdings zeigt aus heutiger Perspektive dieses gefakte Revolutionsfoto ungewollt genau dieses Scheitern von Beginn an an. Das, so könnte man mit Buden sagen, ist die ganze Wahrheit des Kommunismus sowjetischer Prägung, die Ersetzung der Aktion durch ihre falsche Repräsentation. Die Verwandlung der Zuschauer in Akteure ist wohl einer der wirkmächtigsten Mythen des 20. Jahrhunderts, sowohl in der Politik als auch in den Künsten. Das betrifft auch das Sehen der Akteure, ihr Blick auf die Revolution. Buden hat diesen Blick 1989 als fehlenden beklagt. Evrenov hatte 1920, also der Regisseur, der Hauptregisseur dieses Stückes, den Auftrag, diesen Blick im Grunde zu inszenieren. So ist es nur, ich gucke mal, ob ich hier noch die Gegenüberstellung habe. Da sehen Sie nochmal die beiden Fotos. Es existieren unzählig viele von diesen Retuschen. Rechts das Original, links die Retusche. Und hier sieht man auch noch, das sind Fotos, die wir aus dem Petersburger Fotoarchiv bekommen haben, Fotos, die eigentlich nicht gezeigt worden sind, also die Perspektive der dargestellten Revolution als Theater sichtbar machen. Also wo Sie dann eben sehen, auf der linken Seite zum Beispiel die Zuschauer, oder wo Sie auch sehen, dass da Fotografen dabei stehen und so weiter. Aber in der Revolution selber gibt es kein Foto. Also, das muss ich auch nochmal sagen, vielleicht, weil das nicht selbstverständlich ist. Und hier ist das die erste Veröffentlichung, wo noch der Regieturm da ist, aber eben nicht mehr die Zuschauer auf der rechten Seite. Und hier die Skizze des Künstlers Juri Anienkow, der genau diesen Sturm in dem Moment versucht zu zeichnen, also diese Szene auch als etwas Zentrales sieht. Wenn man sich fragt, warum man das drei Jahre später gemacht hat, warum man nicht gleich versucht hat, so ein Bild zu schaffen, es hat damit zu tun, dass die Bolschewiki immer gestichelt worden sind von den Weißen gewissermaßen, also von den Mentschewiki, dass das ja überhaupt keine richtige Revolution war. Und deswegen hat man sich irgendwann versucht, diesen Sturm auf dem Winterpalast, man kann sich ja auch mal fragen, warum wird immer ein Sturm gezeigt in der Revolution, der Sturm auf die Bastille, diesen Sturm auf den Winterpalast gewissermaßen in Anlehnung an den Sturm auf die Bastille nochmal zu inszenieren, weil es fand überhaupt in der Geschichte im Grunde nicht einer derartigen Sturm statt. Es waren einige wenige Revolutionäre, die die Regierung, die sich im Winterpalast befand von Kerensky und bereits aufgegeben hatte, Kerensky war schon weg, im Grunde nur übernommen haben. Es war wie so eine Art Übernahme. Das ist der eigentliche Sturm, sagen diejenigen, die böse sind, fand dann statt, als das Volk die Weinkeller der Ermitage noch am selben Abend plünderte. Aber es war nicht das, als was es uns erzählt worden ist. Okay, wir springen nochmal kurz in die Gegenwart. So ist es nur konsequent, dass die beiden Dichter Dimitri Prigov und Roman Asminkin, zwei russische Dichter, Dimitri Prigov inzwischen gestorben, Roman Asminkin gerade sehr aktuell überall unterwegs, ihre Stücke 1990 und 2018, die sie beide Umsturz nannten, Pire Varot, nur als Hörstücke konzipiert haben. Also genau aus dieser Konsequenz heraus, dass eigentlich die einzige ästhetische Realisierung einer Revolution nicht in einer visuellen Repräsentation bestehen kann. Sie geben uns gar nichts erst zu sehen und verweisen uns auf unsere eigene Einbildungskraft. Auch findet in beiden Stücken, also in denen von Prigov und Asminkin, Revolution nicht mehr statt. Es wird nur noch darüber geredet. Beide Stücke sind für zwei Lautsprecher geschrieben, die mehr oder weniger entgegengesetzte Meinungen zur Revolution vertreten. Prigov nennt das Ganze Tragödie für zwei Lautsprecher, Asminkin nennt es Putsch nach Dimitri Prigov. In keinem der beiden Stücke steht Revolution für eine Utopie. Die Stimmen entfalten kein politisch imaginäres, ganz im Gegenteil. In beiden Performances geht es um eine Art semantisches Gezänk. Geht es um Revolution oder Putsch oder Umsturz, wie soll man das nennen, oder um diverse politische Richtungen. Der eine Lautsprecher ist eher links, der andere rechts. Der eine eher progressiv, der andere konservativ. Bei Prigov ruft der eine Sozialismusgenossen, der andere ruft Rechtgläubigkeitgenossen, der eine Kommunismusgenossen, der andere Volkstümlichkeitgenossen, der eine Internationalitätgenossen, der andere Freiheit. Ganz egal, was Sie in der Version von Prigov rufen, ob das eher links oder rechts ist, eher liberal oder eher nationalistisch, die Menge stimmt Ihnen zu. Bei Asminkin kommt die Menge nur noch als Dosengelächter oder als aufgezeichnetes Geräusch vor. Sie ist also weder Akteur noch Zuschauer, auch nicht mehr Empfänger. Sie ist simuliert. So wird auf den fragenden Ausruf des zweiten Lautsprechers, ich zitiere, Austrofaschismus, eine Studiopublikumsreaktion aus der Dose eingespielt. Oh nein! Während beim Ausruf des ersten Lautsprechers Antifaschismus ein wohlwollender Applaus aus der Dose kommt. Dann zweiter Lautsprecher Demokratie, erster Lautsprecher und so weiter. Beide Hörstöcke sind nicht nur an ein imaginäres Volk 1990 und 2018 adressiert, sondern selbst auch Varianten von Populismus. Bei Prigow wird 1990 ein Volk imaginiert, das unabhängig davon, was ihm angeboten wird, einfach alles bejubelt und wiederholt. Allerdings ist dieses Jahr des Volkes im Jahr 1990 alles andere als eindeutig. Ist das jetzt ein subversives Jahr oder ist es das Jahr des Esels? Ignoriert das Volk die Lautsprecher mit seinem Hurra oder befolgt es sie, befolgt es schon wieder, was sie sagen? Bei Asminkin 2018, also gerade im letzten Jahr aufgeführt, ist das Volk dem Anschein nach im Konsumentenstil konzipiert. Es scheint, als testen die Lautsprecher aus, was wie ankommt. Allerdings, dieses Volk von 2018 ist nicht echt. Ein simuliertes Volk gibt Rückmeldung an politische Akteure, auch wenn es sich in diesem Fall anders als in der Realität um ein eher linkes Dosenvolk handelt. Dies ist vielleicht die kleine Utopie des Hörstücks. Aber egal, ob dieses Volk links oder rechts ist, Asminkin konzipiert über dieses Dosenvolk Populismus, weder als Aktivierung des Volkes als Klasse, linker Populismus, noch als Versuch, dem Volk als Nation zu suggerieren, wer sein Feind und was sein Wunsch ist, rechter Populismus, sondern als eine Art Populismus 2.0. Dieser besteht darin, Rezipienten zu entwerfen, ein angebliches Volk, wie etwa das Volk der Kommentarspalten, das Volk der Trolle und Twitter-Accounts, eine Art als Obvolk, das versucht, eine Mehrheitsmeinung darzustellen, auch wenn es sich nur um wenige Akteure handelt. Man könnte dies einen umgekehrten Populismus nennen. Das Volk wird simuliert, Vorbilder hat dieses Volk 2.0, allerdings schon in der Sowjetunion. Es taucht dort zum Beispiel immer dann auf, wenn ein Schriftsteller oder ein Dissident denunziert werden sollte. Dann trafen in den Zeitungsredaktionen plötzlich Briefe aus dem Volk ein, Briefe, in denen behauptet wurde, man habe den Roman zwar nicht gelesen, sei aber davon überzeugt, dass er antisowjetisch sei. Auch im aktuellen Populismus 2.0 ist dieses simulierte Volk, das Stichworte und Meinungen einbringt und verbreitet. Was dann entsteht, hört sich wie eine neue Polyphonie im Sinne Michael Barthins an, ist aber genauer betrachtet eine monologische Vielstimmigkeit. Barthin hatte in seinen Studien das Vielstimmige stets mit dem Ambivalenten und dem Nichtabschließbaren, wir hatten das heute schon, und dem sich stets Verschiebenden verknüpft. Es war dieses Vokabular, das auch die poststrukturalistische beziehungsweise postmoderne Kritik inspiriert und das ihre eigenen Thesen von der polyphonen Bedeutung von Sprache entsprochen hatte. Bei Barthin war diese Idee der Vielstimmigkeit gegen die in der Sowjetunion vorherrschende Vereindeutigung von Begriffen, Ideen und Theorien gerichtet, auch gegen die Theorie der Revolution in diesem Sinn. Zumindest hatte man Barthin später so gelesen, eindeutig formuliert hat er das nie. Jetzt aber ist es nicht die eine Meinung, die von staatlichen und anderen Akteuren vorgegeben wird, sondern die angeblich andere Meinung des Volkes. So funktioniert Populismus und Propaganda nicht über die Festlegung der einen gültigen Meinung von oben, sondern darüber, dass angeblich viele verschiedene eine Alternative oder eine zweite Meinung haben, wie das RT und Sputnik, Breitbart und andere rechtspopulistische Medien zu inszenieren versuchen. Die Vielfalt der Stimmen bildet so nicht die Polyphonie des Volkes ab, dient so nicht mehr der Abbildung einer Kontroverse oder der komplexen Realität, die nur schwer einsehbar ist und von verschiedenen Perspektiven aus betrachtet werden kann und muss, sondern der Simulation eines bestimmten Volkes. Prigovs und Asminkins Hörstücke lassen uns also nicht nur jene Parolen hören, mit denen das Volk erreicht oder verführt werden sollte, sondern auch jene Antworten auf diese Parolen, die angeblich vom Volk selbst stammen. So viel Volksrealismus, so nennt es Prigov, beziehungsweise poetischer Populismus, tut Not bei der angeblichen Wiederentdeckung des Volkes als Akteur. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen 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 Dank. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man kann das in bestimmten Momenten auch gar nicht trennen sogar, weil zum Beispiel gerade bei dieser Inszenierung dort vorher eine Anzeige geschaltet worden ist, echte Revolutionäre mit auf die Bühne zu holen, um das Ganze authentischer zu machen. Und war das Problem, aber die gab es ja irgendwie gar nicht so richtig in dem Moment. Also die Stürmenden auf den Winterpalast. Dann hat man vor allen Dingen die Bediensteten auch aus dem Winterpalast mit auf die Bühne geholt. Also es war so etwas wie, soll ich sagen, Körpererinnerung oder Körperarchive hat man versucht, sich zu holen, um selbst das, was man als Theater begriffen hat, dann authentisch werden zu lassen oder real werden zu lassen. Das wäre jetzt eine Verschränkung. Aber du hast vollkommen recht. Also man muss sich beide Seiten letztlich anschauen. Mir geht es vor allen Dingen, also in einem anderen Projekt noch, um Zeitzeugenschaft. Dafür ist natürlich etwas, was für Block interessant ist. Also der das Krachen hörte 1918, weil Zeitzeugenschaft ist ja immer mit der Unvorhersehbarkeit der Zukunft verbunden. Und das hat mich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch interessiert. Also wie schreiben sie unmittelbar, also bestimmte Dichter, Autoren, nach der Revolution darüber und wie revidieren sie all das, worüber sie sich geirrt haben, was sie sich ganz anders vorgestellt haben im Laufe ihres Schreibens immer wieder, weil sie praktisch einfach falsch in die Zukunft geguckt haben. Und diese Momente finde ich interessant. Also diese Unmöglichkeit, die Zukunft letztlich vorauszusehen. Ich denke, Revolution ist etwas, das das geradezu erzwingt. Das ist eigentlich die Situation, in der wir uns dann befinden. Während all diese Versuche der Repräsentation genau diesen Moment der Unvorhersehbarkeit im Grunde einzufangen versuchen, zu zähmen versuchen, wie zu domestizieren versuchen im Grunde, indem sie uns diese Bilder schaffen oder Inszenierungen machen. Hier geht es zum Beispiel auch darum, der Jevrenov, der hat 1920 einen Text geschrieben, der heißt Theatertherapie. Das ist nicht zufällig, dass der den kurz vorher geschrieben hat, weil er absolut der Meinung war, dass es nicht wichtig ist, die Sachen in der Realität zu erleben. Es macht keinen Unterschied, ob man die im Theater erlebt oder im Theater, in der Realität oder im Theater. Das war für ihn ganz wesentlich. Deswegen war er sich ziemlich sicher, dass es völlig wurscht ist, ob das jetzt hier eine Inszenierung ist oder nicht. Weil diese Inszenierung schafft für diejenigen, die daran beteiligt sind und auch über die Bilder selbst eine neue Realität, an die sie sich erinnern. Also der hat die Unterscheidung überhaupt nicht gemacht eigentlich zwischen Inszenierung und körperlichem Erleben, weil dazu war das auch da, dass man dort sich nochmal gemeinsam versammelt und zu einem revolutionären Subjekt wird, indem man, wie Rousseau schon sagte, sich seiner seines Kollektivs oder seiner Verordnung im Kollektiv überhaupt angesichtigt wird. Also indem man sie erlebt. Ronald Scharski hatte zum Beispiel auch kurz vorher einen Text darüber geschrieben. Wir müssen die Leute, die überhaupt keine Revolution mitgemacht haben, in großen Massenveranstaltungen, in der Stadt gewissermaßen Revolution erleben lassen und nicht nur Revolution erleben lassen, sondern sie sich selbst als die agierenden Subjekte erleben lassen. Dass sie diejenigen sind, die diese Revolution machen. Ja, das ist ja, das haben wir, das ist ja Revolution im Ritual. Genau das ist ja in der Handel. Also das ist ja in der Handel. Also das ist ja Ritual, das ist ja in der Handel. Also Jeverenhoff würde sagen, das ist kein Ritual, das ist Theater. Der würde da einen Unterschied machen. Ja, aber ja, nicht unbedingt, weil Jeverenhoff sagt, wir können Revolutionen und wir haben ja, also wir sind noch in der Zeit, wo Trotskis permanente Revolution im Grunde noch nicht, wie dann ein paar Jahre später von Stalin ad acta gelebt wurde, im Grunde nicht in der Idee eines einmaligen Ereignisses, sondern in der Idee einer Praktikum. politisch-selbstkritischen Wiederholung dessen und so weiter und so fort. Also wir waren noch, es war noch die Idee der permanenten Revolution da, aber Jeverenhoff würde sagen, was nicht wiederholbar ist, ist dieses theatrale Ereignis. Das ist absolut singulär. Also er fand sogar seine Revolution, die er hier gemacht hat, viel wesentlicher, weil die eben nicht wiederholbar ist, im Unterschied zu der tatsächlich politischen Revolution, wo es ja nicht darum geht, ein Ereignis zu machen und sich dann zu fragen, okay, jetzt haben wir das gemacht, sondern wo es im Grunde darum geht, täglich, sich daran zu arbeiten, was überhaupt Revolution sein kann und permanent zu hinterfragen, ob die revolutionären Schritte tatsächlich eingetroffen sind. Also Jeverenhoff wäre da ganz mit Schiller. Ja. 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 eigentlich ein Ereignis, das dann zu zweitens konzentriert wird, auch im Krisenanschlag eigentlich kassiert wird. Und meine Frage ist, wie sieht das mit der Oktober-Revolution aus, wo ja auch mal ein Ereignis, also das ist ja auch genannt, mit dem Sturm, oder ob das Genre des Sturmes... Das ist ein tolles Genre, ja. Das ist ja ein eigener Top-Offs, wie hochwertig sein wird, wenn dann etwas anderes... Wie sieht es da aus, nach 100 Jahren des Rücktricks, als Zivilizierung, oder wie wird das... Naja, also in Russland wurde nicht groß gedacht an die Oktober-Revolution. Das war ein westliches Phänomen westlicher Historiker und Philosophen und Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler etc., die das gemacht haben. Putin hatte kein Interesse an der 100 Jahre Revolutionsgedenken. Das ist ganz interessant, dass man schon zu Beginn des Revolutionsjahres, also 2017, in dem Park, wie heißt er, Park der Patrioten heißt er, glaube ich, einen Sturm auf den Reichstag reinszeniert hat, in so einem kitschigen, pseudotheatralen, ich weiß nicht, touristischen Setting. Und interessanterweise, wir kennen ja alle die Ikonografie des Sturms auf den Reichstag. Da ist ja da der Soldat, der oben auf dem Reichstag ist und die Fahne hisst, oder? Auch ein Fake-Fotografie. Aber das Tolle ist, dass die im März schon... Hier, das ist der Sturm auf den Reichstag, den sie da in diesem Patriotenpark inszeniert haben, in der Ikonografie des Sturms auf den Winterpalast realisiert haben. Das ist das Foto, was dann rumging. Und das sieht eher aus wie der Winterpalaststurm von 1917 und nicht wie das Foto von 1945 mit der Einnahme in Berlin. Insofern gab es eine Verschiebung hin, Anfang des Jahres schon zum Gedenken an den großen Vaterländischen Krieg, das ist der Zweite Weltkrieg in der Sowjetunion, weg von der Oktoberrevolution, die man versucht hat, so ein bisschen zu übergehen. Es gab keine großen Anlässe. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, wir kommen jetzt zum letzten und etwas anders strukturierten, Akt. Ich freue mich sehr, dass Enes Marci bei uns ist. Sie ist Schriftstellerin und du wohnst in Mannheim und Leipzig und bist jetzt hier. Und sie hat vor nicht allzu langer Zeit ein Essayband 2018 bei Surkamp publiziert mit dem Titel Eiskaffee Europa. Und der nimmt einen bestimmten Topos, eben auch revolutionäre Topik, auf, nämlich von sozusagen der Frage, wie revolutionäres Handeln oder jedenfalls ein widerständiges Handeln eigentlich aussehen könnte und tut das unter anderem anhand von bestimmten Figuren aus der Literatur, eben John Dark beispielsweise, als ein Element über dieses Thema nachzudenken und nochmal auch die Gelegenheit zu haben, über das ganze Begriffsfeld, nicht unbedingt Revolution, sondern Revolution als einen Teil eines ganzen Begriffsfeldes nachzudenken. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. 1993 geboren, zahlreiche Stücke und auch eigener, zum Teil Umsetzung, hat sie durchgeführt, unter anderem am Max-Korgi-Theater in Berlin. Hat auch einige Preise gewonnen, zum Beispiel Nachwuchsautoren des Jahres, der Theaterkritiker-Umfrage der Zeitschrift Theater heute, gemeinsam mit Thomas Köck. Und eben von den Publikationen, die ein größeres Publikum gewinnen können, zählt eben der Essay-Band Eiskaffee Europa, der ins Herz unserer Thematik trifft, wie ich finde, mit der Frage, wie könnte Widerstand heute eigentlich aussehen, sodass wir also auch eine Gelegenheit haben, die Dinge etwas zu aktualisieren. Wir werden jetzt so vorgehen, dass Enis etwas zum Kontext des Buches sagt und wir haben uns darauf geeinigt, dass sie drei Teile aus dem Buch vorträgt, sodass es also eine kleine Lesung gibt. Und dann haben wir die Gelegenheit, darüber ins Gespräch zu kommen, hier, dort und irgendwann dann auch draußen, wenn es ein Apero gibt, wie man in der Schweiz sagt. Wir gehen also nicht ins Restaurant, sondern Sie sind alle ganz herzlich eingeladen. Und dann da einfach die revolutionäre Diskussion, die revolutionären Taten fortzusetzen. Jetzt aber erst mal, Enis, du hast das Wort und vor allen Dingen schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich, ist das an, ja, ne? Ja, ah ja, klar und deutlich. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und genau, der Verlag kündigt das Buch an mit Wie könnte Widerstand heute aussehen? Das hat mich dann natürlich in so manche bedrängliche Situation gebracht, den Wochen danach, genau, weil die Essays natürlich keine Antworten in dem Sinne liefern, sondern eher den Versuch darstellen, überhaupt herauszufüllen, was denn die richtigen Fragen sein könnten und auch richtig wofür eigentlich. Genau, und je mehr ich also gefragt wurde, wie denn jetzt Widerstand also aussehen kann, habe ich eigentlich umso deutlicher festgestellt, dass es in dem Buch vielleicht vor allen Dingen um die Herstellung von Wirklichkeiten geht, durchs Erzählen, also darum sozusagen Geschichte und Geschichten zu machen, auch in einem politischen Sinne natürlich. Insoweit ist das jetzt nur eine Verfeinerung sozusagen und nicht unbedingt ein Widerspruch zum Klappentext. Und es geht um verschiedene Dinge, es geht um Jeanne d'Arc, es geht um Sophie Scholl, es geht immer wieder um Albanien, es geht sehr viel um das Internet und ein paar andere Dinge. Und ich fange jetzt an in der Mitte mit einem Auszug aus dem Text über das Weichten. Und genau, ich habe mir heute auch schon ein paar Notizen gemacht und ich glaube, es gibt das ein oder andere Schlagwort aus den Gesprächen des Tages, das vielleicht hier und da dann wieder auftaucht. Das ist eigentlich ganz schön. Über das Beichten. Nach der Flucht meines Onkels aus der schleichend zusammenbrechenden Volksrepublik wurde meine Großvater bei der Sonderversammlung des volkseigenen Betriebs Bauen und Wohnen auf die Bühne gebeten, um Rechenschaft abzulegen. Dieses Spiel nannte man Autokritik und jeder, der es zu etwas bringen wollte, beherrschte die Regeln. Nachdem meine Großmutter erklärt hatte, ihr Sohn habe zwar listigerweise ihre reisebedingte Abwesenheit genutzt, um seinen Plan zu verwirklichen, sie übernehme aber trotzdem die volle Verantwortung dafür, dass es so weit habe kommen können, weil sie bei der Erziehung zumindest dieses einen Kindes als sozialistische Mutter voll und ganz gescheitert sei, weil sie fundamental versagt habe und ehrlich bereue. Nachdem sie das also gesagt hatte, nickten die Anwesenden betroffen, vor allem aber gelangweilt und gingen zurück an die Arbeit. Sechs Monate später wurde der Betrieb abgewickelt und mit ihm das ganze System. In der Maria-Hilfer-Kirche an der gleichnamigen Einkaufsstraße studierte ich einen Pappaufsteller, der mich darüber in Kenntnis setzte, 2016 sei von seiner Heiligkeit Papst Franziskus zum offiziellen Jahr der Barmherzigkeit erklärt worden. Was ist mit den Jahren davor? fragte ich mich. Es folgte ein langer Hirtenbrief, in dem verschiedene Manifestationen der Barmherzigkeit aufgezählt wurden. Besonders eines stimm ich an. Barmherzigkeit bedeute auch, die Lästigen zu ertragen. Ich passierte die Kirchenbänke, warf einen Blick auf das Bundglas und stellte fest, die Beichtstühle waren leer. Was hat ein Geheimnis an sich? Was haftet ihm an, dass man es nicht Geheimnis sein lässt, dass man es verrät? Hieß es nicht immer, ein Verräter zu sein, gelte es, um jeden Preis zu vermeiden? Ganz Amerika ist sich einig. Hillary Clinton hat sich korrekt verhalten. Denn Bill hat sich vielleicht den Schwanz lutschen lassen, aber es tat ihm leid. Und wer bereut, dem wird verziehen. Hinterbliebene von Mordopfern verzeihen den Tätern, bevor denen die Giftspritze in den Arm gerammt wird. Beyoncé's Album Lemonade handelt vom Schwert schwarzer Frauen und davon, wie die Sängerin ihrem Mann am Ende klar verzeiht. Ist Gott vielleicht doch Amerikaner? Die Frage, worin der Mehrwert des Erzählens liegt, wird offen bleiben. Darin liegt ihre Gefahr. Ein Priester nimmt, wie ich mittlerweile gelernt habe, ein anderer die Beichte ab. Jeder Beichtvater hat seinen Beichtvater. In einer immerwährenden Kette, einer Beichtparade, die selbst beim Heiligen Vater nicht abbricht. Ein pseudo-egalitäres Moment erster Güte. Von Anfang an ist mir klar gewesen, dass ich diese Überlegung nicht vervollständigen kann, ohne meinen Plan in die Tat umzusetzen. Jeder in Frage kommende Ort hat etwas, das für ihn spricht. Und doch bin ich noch immer nicht bei der Beichte gewesen. Nicht, der anlässlich des Kirchentags neu erbauten, mangelt sächsischer Katholiken stets leeren Kirche am Wilhelm-Leuschner-Platz. Nicht in Wien, wo das Verstörende des Beichtvorgangs, das Verstörende überhaupt eines ganz und gar katholischen Landes, eines schon durch die steinernen Kirchenportale anhaucht. Nicht der Gelsenkirchen, zu Hause, wo aus dem vertraut-unvertrauten Weihrauchgeschwader der Geist Heinrich Königs zu uns spricht. Märtyrer, Staatsfeind, totgespritzt. Platz der friedlichen Revolution schiebt die Tram-Ansage unermüdlich nach. Seit sechs Jahren hörte ich einmal am Tag »Friedliche Revolution«, ein Oxymoron, das genau genommen zu den tragischeren Lügen des deutschen Nation-Building gehört. Einmal fuhr ich in einer umgeleiteten Straßenbahn, weshalb der Fahrer die Haltestellen selbst durchsagte. Es war ein Sonntagmorgen gegen zehn. Mit rauer Stimme kündigte er dort, wo ich den Augustusplatz erwartete, den Karl-Marx-Platz an. Ein paar junge Leute in »The North Face« Jacken streckten auf wie Tauben. Der Rest der Reisenden wusste Bescheid. Im Zuge der Spendenaffäre gefragt, wie sie sich nun fühle, wo sie Kohle öffentlich den Rücken gekehrt habe, sagte Angela Merkel »Ich habe keine Angst, ich habe kein schlechtes Gewissen und Mitleid ist auch das falsche Wort.« Vielleicht erst mal soweit daraus. Das ist manchmal ein kleiner Sprung. Nicht, dass es nicht auch ein paar experimentelle Kürzungen im Text gegeben hätte, aber da bleibt es ja auch spannend. Jetzt lese ich ein paar Auszüge aus dem Text der Literatur »Ihr Terramin« und es fängt an mit einer kleinen Schilderung aus der Wikipedia, was das Terramin überhaupt ist. Das Terramin, auch Terramin-Vox, Terramino-Vox, Termin-Vox, ursprünglich ätherophon, ist ein 1920 erfundenes elektronisches Musikinstrument. Es ist das einzige verbreitete Musikinstrument, das berührungslos gespielt wird und dabei direkt Töne erzeugt. Beim Terramin beeinflusst die elektrische Kapazität des menschlichen Körpers ein elektromagnetisches Feld. Dabei steuert die Position der Hände gegenüber zwei Elektroden die Stärke der Veränderung. Das muss man sich so vorstellen. Es gibt so eine hohe Antenne und so eine tiefe Antenne, so eine horizontale. Und man bewegt quasi die Hände vor der Antenne. Also man fasst sie gar nicht an. Die sich ändernde Schwingung des Feldes wird verstärkt und als Ton über einen Lautsprecher ausgegeben. Obwohl das Terramin in vielerlei Hinsicht eine Pionierrolle im Instrumentenbau einnahm, blieb sein Gebrauch auf musikalische Nischen beschränkt. Dabei kam es in so verschiedenen Bereichen wie neuer Musik, Science-Fiction-Film und experimenteller Popmusik zum Einsatz. Erst seit den 1990er Jahren hat es sich etwas popularisiert. Eine besondere Rolle in der Musikgeschichte nahm das Terramin durch den Instrumentenbauer Robert Mook ein. Dieser baute in seiner Jugend Terramine und nutzte die dort gewonnenen Erfahrungen zur Entwicklung der ersten Synthesizer. Wikipedia, Lemmer, Terramin. Natürlich sprechen wir hier von einer Umwälzung. Das Sprechen über die Natur des Schreibens ist immer auch ein Sprechen über die Natur des Sprechens, ist eine Brücke zum Zweiten, zum Dritten, zum Anderen. Man kann zu jemandem sprechen, über jemand Anwesenden, Abwesenden, über etwas ganz anderes. Man kann aussprechen, vor sich hinsprechen, in einen Raum hineinsprechen. Wie aber, denke ich, nachdem ich Monika Rink gelesen habe, die Zwänge der Kommunikation abschütteln, wie die Dichtung herausschälen, sich ihnen nicht in erster Instanz verpflichten, den Zwängen, antworte ich mir. Wobei das sicher ungenügend ist. Wobei das Dicht die Frage nach den Folgen der Instanzen beantwortet. Nach der Verständigung, dem Austausch, die Frage nach den Gründen für das Verkleben von Lauten zu Worten. Um beim Terramin zu bleiben. Es handelt sich hier um ein Instrument, das über einen weiten Bereich Töne in jeder beliebigen Tonhöhe auch zwischen den konventionellen Noten erzeugt. Um ein Instrument, das von der Spielenden nicht nur das absolute Gehör, sondern auch absolute Körperspannung einfordert. Es ist eine Herausforderung. Kein Quantensprung. Quantensprung ist im Übrigen ein Januswort, also eines derjenigen Wörter, die nicht bloß sich und etwas anderes meinen, sondern genauer, unbegreiflicher sich und ihr Gegenteil. In der Physik ist der Quantensprung etwas sehr Kleines. In der Umgangssprache hingegen bezeichnet er etwas sehr Großes. Vergleichbar ist er mit der Untiefe, die in der Schifffahrt eine sehr flache Stelle im Gewässer bezeichnet, während sie in der Umgangssprache eine ausgesprochen tiefe Stelle meint. Natürlich muss jedes Schreiben, jeder Versuch, ein Sagbares in die Welt zu setzen, egal wie unwahrscheinlich die Möglichkeit scheint, darauf ausgerichtet sein, der Literatur ihr Terramin zu bauen. Es gibt keinen Grund, schüchtern zu sein, denn dein Stolz ist ein Unglück, Medea, ist offensichtlich die größte Lüge von allen. Bei Ring finde ich die Frage, gibt es denn ein Denken jenseits von Hybris? Ich sage nein. Und vergesse es trotzdem nicht, dass der Zauber sich sein Versteck im Zweifel baut. Oder anders gesagt, dass jede, die nicht zweifelt, auch nicht der Rede wert ist. Die Ideologie des reinen Erzählens ist ein Missverständnis, das keine Einzelne aufzuklären vermag. Umso wichtiger, dass jede ihr eigenes, ihr strahlendes, ihr ganz und gar verwirrendes Terramin erträumt. Ganz gleich, ob es dann am Ende gebaut wird oder nicht, denn viele Korallen bilden einen Riff. Was bedeutet es, über Leute zu schreiben? Was bedeutet es, für Leute zu schreiben? Kann man über Leute schreiben, ohne es auch für sie zu tun? Kann man für Leute schreiben, ohne über sie zu sprechen? Ist eine inhaltliche Lehre schon Verrat an der Sache? Und was ist die Sache? Wie könnte eine folgenreiche Weigerung aussehen? Was könnte sich aus der unwillkürlichen Ablehnung, die wir empfinden, ergeben? Welchen Zweck hat es heute, nach Empfindungen zu fragen, nach einem Wir? Marlene Dietrich sagt, Angst? Nein, ich habe keine Angst. Nicht vor den Deutschen. Nur meinen Schwanmantel, aus dem ich Eier- oder Tomatenflecken kaum herausbekommen würde. Um den habe ich etwas Angst. Was ein Satz wie ein Motto ist, soll man das Ohrläppchen hängen wie ein Goldring. Achten wir also auf unsere Schwanmäntel mit aller gebotenen Unvorsicht. Das Teremin wurde in den Soundtracks von Science-Fiction-Filmen der 50er und 60er Jahre eingesetzt, weil es nach Zukunft klang. Das Teremin Ehren heißt die Deutlichkeit lieben, die Lesbarkeit hassen lernen. Heißt die Platte so lange springen zu lassen, bis man sie erfolgreich abgeschafft oder wenigstens ins Reich der Sammler und Nostalgikerinnen verbannt hat. Kadarè schreibt, er selbst meinte, man stelle das Geheimnis auf eine schwere Probe, wenn man es schriftlich niederlege. Gelegentlich überstehe es diese Prozedur nicht und sterbe wie ein Mensch unter der Folter. Es ist nicht möglich, zum Text zu kommen, wie die Jungfrau zum Kinde kommt. Man beschädigt sich und den Text, zum Glück. Das Erzeugen einer brutal guten Einfachheit gelingt nicht, ohne brutal zu sein gegen das Gute. Jede Beschädigung verlangt nach einer neuen Denkfigur, verlangt Prothesenbegriffe, die alten zu stützen, zu ersetzen. Denn wenn erst einmal der Zweifel im Raum ist, reißt er alles nieder. Nur wenn ein Zweifel im Raum ist, wird der Turmbauer riskant, also wert, in Angriff genommen zu werden. Das Termin Ehren heißt, die wahre Bedeutung der rhetorischen Figur des Paars Prototo begreifen. Ein Teil für das Ganze. Und deshalb auch, das kleine Erzählen, das große Verschweigen. Kann man sich denken, was die Frage aufwirft, ist das kleine Sprechen immer auch ein großes? Und wie war das nochmal mit den Geheimnissen? Kann man sich den Geständnissen, genauer den Zugeständnissen, die mit einem erzählten Geheimnis stets Hand in Hand gehen, verweigern? Kann man die Barrikaden gewordenen Eichenwälder entzünden, auf den berücklichen Balustraden der heimischen Balkone balancieren, den Stift eher lässig ins Haar gesteckt als in der Hand? Kann man rufen, ich möchte lieber nicht? Man kann und man soll. Man soll weiterhin nicht vergessen, dass in jedem Nicht ein Ich steckt, ein ebenso artikulier wie Leugbares. Bevor der Hahn dreimal kräht, hast du schon Ja gesagt und alles gestanden, wenn du nicht aufpasst. Obacht. Da springe ich hier mal ein bisschen. Kadalese schreibt außerdem. Ne, ist gut. Kadalese schreibt außerdem. Es gab Tage, da konnten wir nichts sagen. Wicht das Ereignis vor uns zurück oder stahlen wir uns vor ihm davon? Sich für die literarische Beweisführung an der Welt bedienen, heißt umsichtig sein. Schreiben ist ein Kampf um Ressourcen und Beweise, die man erspäht, denen man nachstellt, bis man sie endlich ganz stellt. Erst dann geht es um Worte oder anders. Der Kampf um die Worte ist eingebettet, liegt begraben im Zerren an den lose herumliegenden Zipfel der erzählenswerten, vielmehr erzählensnotwendigen Dinge. Es geht auch um Reaktionen. Am besten solche, wie jüngst auf einem Technokonzert, als jemand der DJ zuschrie, Mädchen, meine Mutter betet für dich. Es darf nicht als Zufall gelten, nichts als Zufall gelten, wenn man gerade den unvermeidlichen Zufällen auf der Spur ist, sie von den Vermeidbaren mühsam zu trennen versucht, wie die Spreu vom Weizen. Ich halte es also für keinen Zufall, dass so ein Ausruf auf einem Technokonzert fällt, während heftigen Synthesizer-Einsatzes, der der Synthesizer ist, das dürfen wir nicht vergessen, ein Kind des Terremins. Der grammatische Modus, in dem ein Wunsch ausgedrückt werden kann, heißt Optativ. Mögest du sehen, mögen deine Hände hochleben, mögest du gut dein Ziel erreichen, mögest du meine Scheiße fressen, mögest du 100 werden, möge dich die Cholera befallen. Oh, wenn du doch. Oh, dass du doch. In den germanischen Sprachen ist der Optativ zum Konjunktiv geworden. Dabei ist er eine Wahrscheinlichkeit, eine Möglichkeit, nicht dasselbe wie ein Wunsch. Der Optativ kann in diesen Sprachen mit sogenannten Verberstsätzen realisiert werden. Sehst du, lebst du hoch, erreichest du gut dein Ziel, fressest du meine Scheiße, werdest du 100, befalle dich die Cholera. Wie kann man etwas fühlen, das auszudrücken, eine die beherrschten Sprachen nicht ermächtigen? Dies wie kann der Älteste aller Zöpfe sein oder die Umstreibung als Grund jeden Schreibens, Paraphrasen dreschen als Versprechen. Wunsch und Verwünschung liegen nah beieinander, wo sollten sie auch sonst liegen. Bene ad veniatis. Vielleicht erst mal so viel. Ja, schön. Vielen Dank. Auch hier haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Das ist jetzt kein theoretischer Text, also ist auch der Modus des Sprechens ein anderer. Und es ist natürlich immer schwierig, jetzt Kunst in der Gefahr zu sein, Kunst zu zerreden. Aber wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir darüber reden wollen. Und so gibt es jetzt auch jetzt die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Möchtest du vorher noch etwas sagen oder die Deutungshoheit abgeben? Nee, ich gebe die gerne ab. Okay. Ja, ja. Gut. Ich mag mal ja vielleicht schon im Moment des Vorlesens eigentlich. Das kann durchaus sein. Das ist ja schon mal eine interessante These. Wer hat Fragen zum Text oder zum Kontext? Also dann fange ich vielleicht mal an. Geht es um Revolution oder geht es um die Sprache des Revolutionären im weitesten Sinne? Also auch hier nochmal ein Versuch, eine Rückbesinnung zu ein paar generellen Sachen, die jetzt mit dem künstlerischen Umgang mit Revolution wenig zu tun haben. Aber eine der Diagnosen unter dem Stichwort wir lebten in einer revolutionslosen Zeit, ist, dass uns die Sprache der Revolution abhandengekommen sei. Peter Travny hat das mal zum Besten gegeben oder zum Schlechtesten gegeben, wie auch immer, in einem kleinen Büchlein Medium und Revolution vor einigen Jahren erschienen. Das ist also eine andere Diagnose als die von Gunnar Hinrichs, dass uns zwar die Transzendenzen nicht mehr gelingen wollen, weil Revolution auf Überschreitung von irgendetwas abzielte und dieses Überschreiten gelinge uns nicht mehr. Beide Diagnosen sind gleichzeitig zu haben, aber wir sind ja jetzt bei der Sprache der Revolution. Wie steht dein Eiskaffee Europa dazu? Ist das der Versuch, der Revolution im weitesten Sinn oder der Revolte oder des Umbruchs eine Sprache zu geben? Oder ist es der Versuch, auf das Gleis des Revolutionären das Ohr ranzulegen, um der Sprache zu lauschen, die schon da ist? Oder wie sieht das aus? Also ich glaube, eine Sache, in der ich mich heute in den Gesprächen sehr wiedergefunden habe, ist eben diese Idee von so etwas ranzendem Talen, also jetzt gar nicht, also im Wortsinn, etwas so Überschreitendes, etwas über sich selbst hinausweisendes. Ich glaube, das ist sozusagen, was möglicherweise der Revolutionär von seinem revolutionären Akt erwartet, was ich aber auf jeden Fall ohne revolutionäre Hintergedanken von jeder Literatur erwartet, dass sie sozusagen über sich hinausweist und gleichzeitig, es ist ja schon ein literatischer Text, aber auch ein non-fiction Text, also das kam jetzt nicht so ganz raus wegen meiner Spriche, aber es gibt ja auch so viele Geschichten sozusagen, von denen ich das Gefühl habe, dass die eben auch über sich hinausweisen, jetzt nicht, weil ich die so besonders gut kodratiert habe oder so, sondern weil die Wirklichkeit einer sozusagen mit der Faust aufs Auge haut und ich hatte das Gefühl, dass es heute ja sowieso an einigen Stellen auch um die Unzulänglichkeit der Sprache oder um die Unzulänglichkeit des Erzählens ging. Tatsächlich auch bei Lisa Heller ging es ja auch kurz darum, dass also wie sozusagen mit Begriffen operieren, wie war da der genaue Satz, irgendwie, also wie sozusagen zur Analyse dritter Begriffe solche Begriffe heranziehen, die eigentlich selbst nicht die Kriterien erfüllen und die eigentlich selbst sozusagen noch nicht durchgewalkt sind irgendwie von der Methode. Und das ist ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich mich ausgerechnet in der Wissenschaftstheorie so wiederfinden würde, aber das ist auch mein großes Problem und ich glaube, das ist vielleicht überhaupt das große Problem eines Denkens, dass halt immer auch das Neue will und das revolutionäre Denken will das ja irgendwie auch und ja, da bin ich dann wieder beim Theramin sozusagen. Also Lisas These war ja, dass man sozusagen nur aus einer revolutionsresistenten Position in einem anderen Bereich Revolution detektieren könnte. Und gehen wir mal davon aus, dass es richtig ist für die Wissenschaften. Ich glaube nicht, aber gehen wir mal davon aus. Man könnte ja sagen, für die Kunst ist es genau umgekehrt. Man muss selber in irgendeiner Weise einen Bezug zum Revolutionären haben oder ein Interesse, damit man drüber schreiben kann. Ist das nicht so? Ja, ich glaube, ich habe sowieso wie wahrscheinlich alle Leute ein schwieriges Verhältnis zu diesem Revolutionsbegriff oder also weil ich glaube, dass es halt wie so in der Kunst oder spezifisch in der Literatur gibt es gerade so ein großes Verlangen nach Kunst, die als politisch gelesen werden kann. Nicht nur das, sondern es gibt sogar ein Verlangen nach Kunst, die sich das sozusagen, die das so vor sich herträgt, die eben sagt, ich bin eine politische Kunst und ich habe das Gefühl, es gibt möglicherweise auch so einen diffusen Wünsch danach, sich so eine Art revolutionäres Potenzial heranzuzüchten oder so. Nun liegt mir natürlich der Fall klar, dass halt irgendwie also das halt mit Sicherheit nicht das ist, was ich mir sozusagen unter Widerständigkeit vorstelle, wenn man das jetzt eben mit staatlichen Stipendien und so weiter tun soll. Und als Dramatikerin lebe ich ja natürlich auch vom Steuerzahler, das ist ja klar. Genau, und deswegen finde ich halt irgendwie, bin ich sozusagen in meinem Leben als Autorin mit so einer Erwartung der Auseinandersetzung mit dem Politischen auf so eine affirmative Art und Weise, von wegen, wir sind kritisch, wir setzen uns auseinander, wir sind am Start, konfrontiert, die mir eigentlich nicht gefällt. Also wenn ich mich auf die Suche nach der Möglichkeit von Widerstand mache beispielsweise, dann geht es mir schon auch um ganz individuelle Bewegungen von Einzelpersonen oder um Widerstand sozusagen auch schon als physikalisches Phänomen, wäre jetzt auch gelogen, aber sozusagen als Metapher des physikalischen Phänomens. Schön. Ich habe jetzt, wenn ich richtig sehe, zunächst mal drei Fragen. Sabine, who was the first one? Ich habe ziemlich lange gebraucht, das ist ja auch eine Art von Gemütlichkeit, die man sich dann vielleicht zugesteht. Tatsächlich ist es nicht so gewesen, dass ich am Anfang des Schreibens das Ziel hatte, über Widerstand zu schreiben. Ganz am Anfang stand ein Text, der jetzt in der Mitte des Buches ist, über Geheimnisse. Und über das Geheimnis und sozusagen das Bekenntnis zur Lücke und zum Auslassen und so weiter, bin ich auch zum Politische gekommen oder auch über die Sprache und über die Frage danach, was kann man eigentlich explizit machen, was kann man eigentlich überhaupt sagen. und dann hatte das eigentlich auch immer viel mit Zufällen zu tun. Also wäre ich nicht zum bayerischen Ehrenmal in Regensburg in der Walhalla gefahren, hätte ich bestimmt auch nichts über Jungfrauen geschrieben, denn da gibt es ihrer so einige zum Beispiel. Vielen Dank. Ist es nicht so, dass man ihm dann die Ausreise verboten hat oder ihn irgendwie wieder zurückgeholt hat oder so? Lev Theramin, nachdem es benannt ist. Ja, das gibt auf jeden Fall noch so eine richtige, aufregende Geheimdienst-Entführungs-Geschichte im Hintergrund. Ja. Ja. Willst du dein Geheimnis verraten? Nee, das finde ich eigentlich ganz gut. Es gibt ja den Unterschied zwischen Geheimnis und Rätsel. Rätsel löst man auf und die Geheimnisse bleiben das. Und das gehört zu ihrem begrifflichen Besteck, dass sie sozusagen in gewisser Weise etwas Unantastbares haben. Und so wie du über die, auch natürlich Herausforderungen oder Schwierigkeiten gesprochen hast, über das Sprechen, Sprechen über, Sprechen für, für wen man darüber spricht, das scheint mir eher in diesem Unantastbarkeitsdiskurs und nicht des Herausfindens, die Rätsel werden gelöst, zu gehören, oder? Ja, wobei ich schon glaube, dass das, also ich meine jetzt, ich gebe gerne zu, das ist ein bisschen rätselhaft kuratiert gewesen vielleicht, aber ich glaube, die Frage zum Beispiel danach, wie kann man über Leute schreiben, wie kann man über Leute sprechen, also diese Fragen nach der Repräsentationspolitik, das ist ja so knallhart, gegenwärtig, dass es ja dann auch schon fast ein bisschen eklig ist, wenn man feststellt, die SPD und ich stellen sich gerade die gleiche Frage, nur unter anderen Gesichtspunkten sozusagen. Ja, also das ist natürlich dann auch die Doppelungen, für die ich lebe sozusagen. Hanna? Ja, also ich glaube, es gibt schon auch ein bisschen pessimistischere Stellen, aber also in der Idee dafür, dass Widerstand so eine Art Methode ist, um mit der Wirklichkeit klar zu kommen, um mit der zur Wande zu kommen sozusagen, finde ich mich auf jeden Fall wieder, und das ist glaube ich auch das, das, was ich auch meine, wenn ich sage, es geht mir auch um individuelle Bewegungen und jetzt nicht nur irgendwie um Kollektive, die sich verfassen, um ein politisches Ziel zu erreichen, sondern ich glaube, Widerstand ist eigentlich auch eine Denkfigur oder so. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das der Rest des Buches auch wirklich so kommt, aber es ist zumindest auch nett mal zu hören. Kann man sich eigentlich mit der Sprache an dem Gegenstand vergehen? Also das ist ja, das ist ja auch immer wieder ein Motiv. Also das eine Motiv ist, uns fehlt die Sprache für die Revolution und jetzt sind wir auf der Suche nach dem, nach den Worten, nach dem rechten Wort. Aber umgekehrt kann man ja auch sagen, und ich glaube, das war ein Punkt, den du sehr stark gemacht hast, oder der jetzt herauskam, auch in den Voten, aber auch in der Lesung und dem ganzen Problem des Geheimnisses und des Unantastbaren, dass man sich vielleicht auch an dem Gegenstand vergehen kann, wenn man über ihn schreibt. Spielt das eine Rolle und was heißt das eigentlich, du hast ja keinen Roman geschrieben, sondern das ist ja eine Essay-Sammlung. Hat das was damit zu tun, das Fragmentarische, das in gewisser Weise den Gegenstand umkreist und ihn dann auch in gewisser Weise in Ruhe lässt? Ja, ich denke schon. Also in diesem speziellen Buch jetzt ist es ja eben so ein Non-Fiction-Verfahren und es speist sich aus der Wirklichkeit, wie wir sie kennen, aus irgendwie Material, verschiedenster Art, was ich konsumiert habe, aber eben auch in Teilen aus meiner Biografie oder aus irgendwelchen Anekdoten. Und ich habe das Gefühl, das ist halt einerseits für das, was ich da irgendwie versucht habe, wie so der Herstellung der Wirklichkeit auf die Spur zu kommen sozusagen, auf jeden Fall die richtige Form war und sozusagen der Stoff hat sich seine Form gesucht und all diese esoterischen Statements, die man jetzt machen kann. Gleichzeitig ist es ja natürlich ein sehr dünnes Eis zu einem Zeitpunkt, wo halt ganz klar ist, dass die Formulierung politischer Argumente und das Positionieren als politisches Subjekt nicht allen Leuten auf die gleiche Art und Weise zugestanden würde. Zum Beispiel irgendwie diese ganzen MeToo-Debatten des letzten Jahres, die es gab, also verschiedener Art, die haben ja immer zum Ausgangspunkt, dass Argumente, die da eigentlich schon jahrelang vorgetragen wurden, jetzt eben durch Empathie generierende, extrem traurige, bedrückende Geschichten legitimiert werden, weil die ansonsten als Argumente gar kein Standing haben. und also in dieser Art von Authentizitätsfalle, die es ja auch durchaus in der Welt der Literatur, nicht nur in der Welt des politischen Aktivismus gibt, zu tappen, das finde ich halt so eine Gefahr, die mich sozusagen auch begleitet hat oder so. Aber gleichzeitig kann man sich ja natürlich nicht von den Verhältnissen seiner Politologie diktieren lassen, das wäre ja noch schöner. Also wir kreisen so ein bisschen um das Problem Sprache, Revolution. Das eine Thema war die Schwierigkeit, über den Gegenstand zu schreiben und ihn nicht anzutasten. Das andere war das Thema, eine Sprache zu finden für die Revolution. Eine dritte Dimension ist vielleicht, kann man die Revolution herbeischreiben? Nee, glaube ich nicht. Denke ich nicht. Also ich habe da tatsächlich auch den möglicherweise ein bisschen altmodischen Standpunkt, dass ich schon finde, Kunst muss auch zwecklos sein. Also das, wieso ich verstehe meine Arbeiten natürlich als politisches und ich verstehe auch die Dinge, also schon allein die Entscheidung, worüber spreche ich und worüber spreche ich eben auch nicht, ist schon eine politische, sozusagen, ich würde das auch auf andere künstlerische Formen ausweiten. gleichzeitig finde ich die Idee, etwas zu machen, um zu, um einen politischen Point zu machen, um zu irgendwas zu erreichen, das ist mir höchstens Respekt, bei gleichzeitigem Wissen darüber, dass natürlich sehr wohl Kunstwerke, Texte und so weiter direkten Einfluss auf Leute haben können und das ist natürlich auch völlig magisches und jeder hat ja auch schon mal ein Buch gelesen und war so wie so, jetzt habe ich es. Genau, und weil ich aber eben im Großen und Ganzen bei voller Anerkennung des Politischen, im Künstlerischen eigentlich eher für das Zwecklose bin und vielleicht auch, weil ich das nicht für besonders realistisch halte, dass das jetzt herbeigestrieben wird. Also ich finde, es wird wahrscheinlich nicht herbeigestrieben werden und es sollte aber auch gar nicht unbedingt herbeigestrieben werden. Das ist so mein Standpunkt. Gibt es weitere Fragen? Da habe ich eine letzte. Leben wir in einem religions- und vor allem revolutionslosen Zeitalter? Na, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, das ist eine völlige realpolitische Zeitungsleser-Perspektive ohne philosophischen Überbau jetzt, aber ich habe schon das Gefühl, dass noch nennenswerte Umbrüche stattfinden, ob die wirklich alle, ob phänomenologischen oder regelorientierten Kriterien einer Revolution erfüllen, das kann ich jetzt ad hoc nicht sagen, aber sie kommen mir doch relativ unruhig vor die Zeit. Das ist doch schön. Dann danke ich dir fürs Kommen und für die Lesung. Ja, und ich möchte mich bei allen bedanken, dass sie hier waren und mitdiskutiert haben, mitgedacht haben und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist draußen ein Apero. Wir gehen nicht ins Restaurant, sondern wir bleiben hier und jetzt gibt es Drinks und wir können die Diskussion weiterführen, revolutionär, postrevolutionär, meinetwegen auch heroisch. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Kommen und einen guten Abend.